Vollbildanwendung, oder? Nein, ja, eine definitive Echse. Okay. Wenn ich so, oh, oh, das steht mir gar nicht, heute Abend hat Licht. Was wollt ihr denn überhaupt machen, ey? Jetzt mal ernsthaft. Irgendwas wollt ihr machen, ihr wisst nicht wie, aber was? Nein, das dreht sich da drum, dass das Overlay von Uplay mit aufgenommen wird, in der Spielaufnahme. Was für ein Uplay-Overlay? Ja, Shirt F2. Achso. Das wird damit aufgezeichnet, was eigentlich nicht sein dürfte bei einer Spielaufnahme, bei mir ist es auch nicht. Naja, das liegt daran, weil Topsy im Fenstermodus spielt. Auch wenn man im Fenstermodus... Doch, 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 doch. Nein, wir waren eben im Vollbild und man hat's auch gesehen. Nein, Kenny, ich spiele auch im Fenstermodus. Ja, ich auch mittlerweile, aber bei mir sieht man's auch nicht. Das ist eine Einstellung in Uplay, meine ich. In meinem Uplay kannst du da nichts einstellen. Nee, Uplay nicht. Das Ding ist, ihr soll ja normalerweise nur Rainbow erfassen. Nichts anderes. Es ist ja auch vorgegeben, welches Fenster er haben soll. Es ist eine Spielaufnahme, ich krieg das trotzdem nicht raus. Hast du denn noch mehr Quellen drinne? Ich hatte das mal gehabt, das ist aber auch weg bei mir. Keine Ahnung. Hast du noch mehr Quellen drinne, außer die Gameplay-Aufnahme, oder? Wow, bald muss ich bald... Äh, oder wann? ...dass unten die Bildschirmaufnahme, hast du die zu? Ja. Gut. Also das Auge ist ausgegraut, ne? Ja. Aber die liegt sowieso drunter, selbst wenn, dürfte man das nicht sehen. Ich guck da... ...inweitung. Ja, ja, warte, Kim. Danke. Natürlich. Ich, äh, lade nicht mehr ein, das, äh... Ich, ich muss mich erst mal finden. Jetzt sag nicht, ich bin nicht da. Warum? Nee. Wie gesagt, wir gucken morgen. Äh, ich hab so viele Leute, weißt du? Äh... Du wirst mir aber nicht angezeigt. Das kann nicht sein. Doch, das kann sein. Du wirst mir echt nicht angezeigt. Hier auch Spiele einladen, oder wirst du mir nicht angezeigt? Was sagt der Rest dazu? Äh, was denn? Findest du mich? Ähm, ich kann das bestätigen, bei mir bist du auch nicht da. Puh, dieses scheiß verfickte Rotz-Game. Ich bin also gut gemacht. Oh, Mensch, ey, dieses Scheiß. Ja, bei mir bist du auch nicht da. Ich hasse es. Was kriegen die eigentlich geschissen? Außer nur so'n Dreck hier. Echt inkompetenter Saftladen. Da sagst du was. Ja. Echt traurig. Kini ist wohl raus. Da bitte ich wieder... Ich muss erst mal aufhören. Musst du neu starten. So, jetzt geht bitte alle beiden in den Laden rein. Und sobald ihr Kini seht, dass sie online ist, einfach einladen. Okay. Ist kein Witz. Einfach einladen, sobald sie online ist. Sobald sie online reingezeigt wird, einladen. Das sind die Brot-Tipps, die du hast. Ja. Ich hab das nämlich letztens gehabt, dass ich gewartet habe, bis sie noch im Spiel waren und alles, und ab dann weg waren. Und das jedes Mal wieder. Egal, wie oft du neu gestartet hast. Sprich, ich hab einfach dann eingeladen, wo sie online reingezeigt wurde. Die Einladung kam durch, konnte rein holen, alles gut. Was im Hintergrund läuft? Galileo. Das ist ja Ole. Bei mir läuft nur Pro 7. Fast nur. Kini hat sich eingeladen. Yeah. Dieses Gabe, ich schwöre. Ja. Die sollten das einfach echt an Steam verkaufen. Das Yu-Gay-Gedöns geht mir echt ultra offensack. Doch wohl, Junge. Aber so viel besser ist Steam auch nicht unbedingt. Doch, doch. Alles ist besser als Yu-Gay. Aber auch ganz schön viel im Nacken. Aber weniger als Yu-Gay. Das ist ein Mongol-Junge. Das darf in der Tat sein. Vielleicht sollte Yu-Gay aber auch einfach mal ihre Zeit als wie anstatt... Und hat einfach schon gehört, nachdem er als wie gesagt hat, denkt er sich so, scheiße. Das sind die Gehe-Gedöns. Das sind die Gehe-Gedöns. Soldat! Jetzt Sound-Time. Komm, ich mach auch einen. Finish him! Jetzt hab ich keine Verbindung zu Yu-Gay. Das lieb bestimmt an meinem Sound. Echt jetzt. Wir versuchen jetzt seit einer Stunde ein Match auf die Reihe zu kriegen, was haben wir hingekriegt? Zwei Runden Terroristen, ja. Oh ne, ein paar mehr. Ich glaube, ich muss meinen Monitor putzen. Ich hasse dieses Game. Siehst du schon Gegner? Ach, das war's nicht. Oh, oh, hast du einen Petty? Petty, Petty, Petty. Naja, also wenn man den Moni probiert, Petty Mayonnaise. Dann hat man meistens so kleine Dreckhümmel auf dem Monitor. Und in manchen Spielen sieht das halt aus wie Gegner. Das oder ne, ne, ich mein mein zweitmonitor ist... Ach, dieses Spiel. Fällt mir nichts mehr zu ein. Einmal mit Profis. Äh, Falk, ja. Da hab ich das auch oft genug gesagt. Das ist so ne Hassliebe. Ne? Skill. Auf jeden Fall. Liebe steht bei Rainbow auch. Keine Hassliebe. Man liebt es, aber man hasst es auch. Oh! Oh! Petrisha ist online! Oh! Ich bin entsperrt. Bann ist weg, yay! Kommts. Halt, stopp! Jetzt reicht es! Halt, stopp! Halt, stopp! Hallo! 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 Was hast du jetzt gemacht, damit der entsperrt ist? Och, Kini! Ja, ich bin da! Ne! Doch! Nicht im Trupp! Oh! Falsch! Ne, das reicht! Seht ihr mich nicht? Nein! Ich hab dich eingeladen! Hä? Wie doch, Ole! Hey! Ey, Snoopy! Ey, Snoopy! Kini ist online! Hier ist im Menü! Ja, online! Aber nicht im Trupp! Ja, dann ladst du doch mal eine ein! Ja, ich hab eine! Ja, ja, ja! Ich komme! Moin! Moin! Oh, jetzt ist Ole schon wieder der Horst! Der braucht immer so lange zum starten! Der Horst! Ja! Hauptsache, der hat nicht seine HDD angeklärt! Aber nur auf, auf, ähm, Test-Server! Ne, der Horst! Ach, der Horst! 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 Ach, Quatsch! Wir haben da noch keine Runde gespielt! Wir ziehen das hier jetzt eiskalt durch! Aber ich will nicht! Wir ziehen hier jetzt eiskalt durch! Wie sagt man in CPU? Epix! Guck doch mal auf alle unsere Ränge, Alter! Also bitte! Das sind alle Silber, ne? Welche habt ihr denn? Alle Silber! Ja, ich hab US-Server! Maximum ist Silber 2! Ja, das ist ja gut! Wir sind alle dasselbe! Maximum ist Silber 2! Wer hat denn Silber 2? Ja! Ich! Und Ole! Ne, ich bin Silber 3! Ich hab auch Silber 3! Ich hab auch Silber 3! Hä? Es waren aber 2 mit Silber! Ich hab Silber 2! Ja! Ja, ich würd' sagen Silber 3 incoming! Ne, wir machen das jetzt! Das sind bestimmt auch Silber-Fleps! Wie wir! Ja! Diamonds! Wir werden verlieren! Ja! Deine Worte im Gottesohr! Ich bin der Liga nicht! Das geht nicht! Das ist nicht! Meine Illu! Oder wir kriegen wieder Klaten-Gegner, weil das ja so fair ist! Das wär schön! Das wär schön! Dimi, Caesar, Sebi! Und Cox! Der ist noch! Als Gegner! Werde ich nichts gegen! Caesar ist One-Click! Ey! Ist er nicht! Nur vor Cox hab ich Angst! Der ist One-Sitter! Cox ist unkontrolliert! Das ist nämlich das Problem! Der sitzt nämlich hinten irgendwo in der Ecke und du läufst einfach an ihm vorbei, weil da nie einer sitzt! Vielleicht muss man genau das machen! So! Aber keine Sorge, die werden keinen Rang spielen, da Caesar nämlich mit seinem Manicorn online ist! Was hat denn das denn bedeuten? Ähm! Weil der... Was wollte er? Kupfer haben! Kupfer! Weiß den Cox, der da der ranken soll? Ich darf raus den Cox wohl nicht sagen! Ich meinste, das ist automatisch? Das ist automatisch! So, ich würde sagen, wir machen den Dropper auf hier, oder? Was haltet ihr davon? Hau weg! Mach ruhig! Ja, wie denn? So, dann geht's los! Es geht nach unten! So, dann geht's los! So, dann geht's los! Das ist so lieb, Mann! Ach, mach ruhig! Ich hab's nicht mehr ordentlich auf meine beiden! So, Jungs! Und Ruhe! Und dann hat gestartet! Und kein Aiming! Komm vom Norden! Komm vom Norden! Oh, fuck! Bin ich überhoffen, dass wir die gleichen Plep sind wie wir! Kitchen geht auf! Einen hab ich! Oben auf dem Dach ist einer! Oben auf dem Dach ist einer! Das war eine Finke! Natürlich treff ich nicht! Oh Gott! Ach, müssen wir mich immer so erschrecken! Ich bin da, was denn? Geil, lad! Bibliothek? Steht auf! Steht auf! Alter Ficker! Entschuldigung! Ich bin fast down! Ja, dann mach mal da ein Loch rein! Ey, Cox! Oh, da! Fing nochmal! Da! Ich hab nichts mehr zum Loch machen! Dann haben wir jetzt ein Problem! Oh ja! Wir nehmen die Waffe zum Rollschießen! Wollte mal gucken! Wollte mal gucken, ob man da bestimmte Leute ausblenden! Pass auf Tapsi! Warte! Oli, wie viele sind da noch? Oli, wie viele sind da noch? Ich hatte hier vorne nur einen Bug gesehen! Oh, Perfekt! So, den war er weg! Bitteschön! Noch eins? Danke! Ja, wenn das geht, ja! Oh, geil! Oh, geil! Danke, danke! Das ist die Biene! Ja, ist gut! Ist oben auf dem Dach! Ja! Mensch, will er brauchen, bitte! Wir sind schon hier vor mir! Wir sammeln gerade noch die Igelfotzen auf! Was? Gut! Und Marker! Oli! Ich glaube, es ist immer noch einer! Ist nicht, mein Freund! Alter! Nein, da ist noch einer! Was? 15 Sekunden! Geh mal zu B, Oli! Der ist... Boah! Ich hab schon wieder vergessen! Nicer Dicer! Wie nett von ihm! Hier! Wieso hab ich doch noch einen Kill gekriegt? Hä, welchen Move meinst du, Basko? Aus dem Fenster, den? Boah! Ist dir Vieh hochgeworfen! What? Oh, das ist jetzt echt... Puh! Ich kann hier so nicht atmen! Kann das Fenster aber auch nicht aufmachen! Gott, gib's denn deinen Hund zum Fressen! Nix! Na, ist die Strafe dafür! Boah! Was hast du gegessen? Kalt mit Mira! Krass mit Mira! Aus der Ewigkeit, bis du wieder zurück bist! Das Schlimme ist... Ich kann das Fenster nicht aufmachen! Ich sitz hier schon mit Decke, weil mir so kalt ist! Der Methan Hund! Ja, warte mal! Ich muss den Hund rausschmeißen! Ganz oben, ne? Ja, ganz oben! Ja, das stimmt! Verdammt wenn nicht! Ja! Haben wir jetzt... Stärz! Alter, ich kann das... Ich kann den Bombenspot nicht pingen, wie ich... Dumm hoch! Ey, krass! Cavera Bäckerei! Sackgenie oder was? Die Ochse! Ja, genau! Ja, ich versuch's! Aber Cavera hat mich, glaub ich... Ein Wies in als guier! Ich versuch's! Jaag, aber nicht schmida! Tchill, ich versuch's mir da! Ja, okay, aber nicht schmida! Was in meinem Arschd Tränen sei? Passt auf, Cavera auf! Nee, das hat den rausgeschmissen! Voll die Tür gesessen! Die Weckerei ist aktuell clear! Was in der Küche ist, keine Ahnung! Das lag wieder! Wir'ren einfält, okay? Vorauss gaat russchmat! Mhm jetzt sind aktuell auch clear bis hierhin mann und mann und du kannst reinkommen wenn du magst hinter dir kommt glaube ich gleich was manu also von trains ja kavera kommt trains noch im flur sie muft kommt jetzt trains die umläuft die umläuft die kommt jetzt hier er ist zurückgerannt oder pass auf ist er bei dir im raum sie post die post integration ja ich bin am drohen er hätte kavera auch zu zweit haben können man hätte helfen müssen ja was soll ich machen die kavera ist in der lobby jetzt kommt welchen wert smoke ist white stairs oben ich weiß nicht was ich machen soll hunter ich muss jetzt erstmal zu den white stairs ich muss doch hin das ding ist holen sonst hätte ich hier reingekrohen die ruhen bleiben irgendwo rum bei dir aha dann wären die wahrscheinlich rausgerannt gekommen die tür raus oben ist einer einmal gepinkt er muft richtung white stairs wieder und du hast gepusht du hast gepusht ja wir haben es verkackt mit dem gameplay zusammen ihr hättet zusammen hättet ihr auf cavera gehen müssen der hätte der manu mitziehen müssen er hätte sie zu zweit haben können easy peasy von beiden seiten ich schrei ja nicht ich mein nur das ist meine erste runde die spieler das ist das erste mal rang nach 10.000 jahren das ist mir viel zu kurz braucht meine drei oder vier minuten ja ist doch so schneller spielen sagt basket auch ich muss pissen hey mach keinen scheiß lass laufen ja ich kann nicht alles auf einmal die qualität habe ich auf der fremde auch hochgestellt da kommen jetzt vergesst die andere baume nichts zu machen richtung weiß dass ich mache ich würde ganz gerne dies jetzt im auge haben aha ein peak hole hat die warme sich gemacht da los was auch da hinten nicht die wände aufgemacht bei dem trepp das ist alles klar die am durch ne blackbeard am durch das durch das loch confused direkt am fenster integration was achso hast du gerade gesagt integration ja viel geschlagen red ist der es kommt red da ist einer drin alter und die maus hängt da fest keiner hat hit pass auf stelle ich da nicht mehr hin ja die preferen das jetzt scheiße also gott sei dank wo das ich bin oh nicht sein ernst fällt aber auch eine jo blackbeard immer noch gott christmas oben hab ich nicht gewusst fuse ronzo ronzo fuse fuse warte die macht bei den ganzen sponpeakten was ronzo ne das da geh ich meistens echt drauf das ist nervvoll und am besten wär dann halt mit nem dem arcog und die sind mir dann aber zu schwer ein dog oder ein rook ich hab kein bock drauf und gerade so also es ist ja auch nacht auf der map so drei gegner noch von wo man fuse ist oben christmas warte jetzt auf den ping epics hinter dir ne das ist ein fluss aber hier ist ein ping ja epics geht über die bäcker auch über die bibliothek kannst du von hinten flanken ob du willst jetzt noch mal und dann bleibt am besten da oder und dann was halt denn hier irgendwie fuck achtet weg mit und mit reds zuerst von der afg na was ist das denn ist der nicht gestorben bester dog ja es stimmt wie bester dog äh wasko meinte wegen spawern pieken das halt dog am besten dafür ist aber mir persönlich ist es zu schwer oh hab ich auch nicht mit bock ist es zu schwer unterwegs der dog und es ist dunkel auf der map seh ich eh nix we need to locate a bomb gut dass wir die runde tun wir werden wahrscheinlich das auch bahn museum sein haben wir noch eine frost War gecallt. Ok. Möchtest du schon mal bekommen? Ella? Ne, ich meinte... Ah, Ella ist gut. Mach die Augen auf Basko, das sagst du so leicht. Ich pusht gleich über Weihau. Keine Adler-Augen. Wohli, du hast den Dropper, ne? Ah, Diffuser. Ja, lass den noch hier liegen. Jetzt geht ihm ein Geschieb, was ich wollte. Wenn nicht, dann, äh... Bringe ich den mit. Wohli, du hast den Dropper, ne? Wohli, du hast den Dropper, ne? Auf jeden Fall ne Menge Backup. Oh, die haben mir wirklich nichts zugemacht. Ist letzter Cavera wieder. Wand ist komplett auf. Wir brauchen ein Cover hinten bei den White Stairs. Kann einer die White Stairs covern? Manu, machst du? Ja, ja, Mann. Oh Quatsch, was mach ich? Weiß ich, ich steh noch am Vorne. Ihr scheinen... Seid so nicht so weit. Ja, wo ist denn? Das war einfach so doof. Wer der Ende? Ich werde gepusht. Der User ist online und aktiv. Ella, komm. Nein, hier. Ein wenig Panik angesagt, hier. Jetzt müsst ihr covern. Ah, ich... Ach... Guck, einer nach hinten. Ich glaube, der kommt hinter. Hab ich. Wo einer? Treppe oben. Los. Beide. Hallo. Das ist das. Let's on pink. Ich lieg noch... Hast noch Zeit, hast noch Zeit. Noch Zeit. Sehr schön. Good job. Ich weiß nicht, wie das dein Kopf war. Und ich hab auch total gepanikt. Aber... Wie war das ein Kopf? Letzte Kugel. Tod ist tot. Scheißegal. Panik hier, ey. Können wir noch nicht so einen Schrecken eingehen. Warum denn nicht? Weil das war das so, ah, sie am besten alles mitnehmen, was fallen hat. Ähm... Ella. Frost? Frost, ja. Perfekt. Capgun. Aha. Ja, egal. Das wär sowieso nur die Main-Tür. Die versuchen über die Main-Tür reinzukommen und dann zu planten. Also alles anfallen. Da vorne hin. Und eventuell am Fenster. Und den Dropper zum Gefrierfach bitte aus. Auf? Ja. Ich muss Leechen machen... Und alle Stacheldrätter auch hier hin. Ich hab keinen Stacheldrat. Ich hänge mal in, wo ich einen Bumpsen machen muss. Hier, bei mir. eine warte von mir bitte ja du kannst hier die mitte aufmachen das ist gut du kannst hier zu machen hier kannst du eventuell wow das war knapp komm ich schon die Tür am Main Door ist auf mal kurz in die Kamera eine Twitch-Rolle-Down ne das ist die zweite was gerade soll man eine alleine machen hier ich höre an ja rank komm hier wollen wir drei randoms hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns er hat mich ich brauch nem Hilfe ich komme kühl aus oder wo hab ihn hab ihn hab ihn schön leck mich am Arsch oh hab ich vergehend nice good job Leute leck mich am Arsch ich droppe es auf ich geh mal in die Camps wo ist der letzte denn ich gucke hohe bitte ah am Pendo ok welches Fenster leck wird am bei der Bäckerei lasst euch nicht jetzt alle wegreißen oh scheiße ich geh da selber rein warte doch bis er rein will das ist ein Knurrige schlau kann er ist jetzt an der Main Door von der Bäckerei schön ha 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 mission successful gut gemacht zu Dank zu Dank zu Dank alle Treppen ciao ja stimmt schon Vasco aber ah so weit haben die nicht gedacht ich hab doch gesagt es ist keine gute Idee macht macht mal Lobby dann kann Peti mich anbilden ist Petra weg Peti? wer ist Peti? Peti ist doch gleich weg Peti ja Peti ist gleich weg warte ich bin Silber 1 noch ein Match haben wir nicht Volt 4 oha siehste das zapps ja am führen hier ja ich krieg aber auch noch 91 Punkte what also die kriegen wir noch was auf Platin wenn wir so weiterspielen wie gerade ja ich glaube das will ich nicht oh doch Platin Chibi ist doch schön ja dann sind die Gegner einfacher ja aber dann haben die Leute immer so einen oh die ist Platin den wirst ja irgendwas können Peti willst du irgendwie einspringen oder was? Peti Peti ist gleich weg hat er doch gesagt achso hab ich nicht gehört Junge Junge wieso einspringen? wie wieso einspringen? wir eine mehr sind im Channel willst du weg? ne um 21 Uhr muss ich weg dann auf jeden Fall wo willst du hin? ja rüber zu den anderen die sind zu zweit ah das tut nicht er will uns jetzt allein lassen er will uns jetzt allein lassen dann halt mach man reißen wir noch einen anderen bisschen Landwirtschaftssimulator so was? nein bitte was? hat der nicht gesagt silence i'll kill you ich hab mir die ganzen Folgen angeguckt ne von Achmete der Terrorist und dann auch schön auf Englisch ne das ist immer noch am geilsten ey im Englisch kommt das viel besser rüber deutsche Übersetzung davon oder was? natürlich echt klar gar nicht oder mag einer von euch Bennett nehmen? ne Mira wär auch ganz gut ne Mira kann ich nicht mehr noch alles nicht uff ähm ne sonst ist es egal darauf erst mal ein Haribola-Kritz really? ja ich hätt viel lieber nen Bennett gehabt als ne Mira man ja jetzt kommt ihr ja ich hab nicht zugehört uah ja ich hab grad mit meinem Chat wieder ok wunderschönen guten Abend Manuel ja ich hab mir noch die Frage ich hab mir noch die Frage was bringt Bennett wieder rauszulassen schenkte ne geschenkte Runde ja schenkte Runde ach nicht ach geht schon geht schon oh du mach das jetzt das Chicken Dinner wie geht's denn Manuel? wir haben ihn nicht mehr gesehen ich hab mir noch mal eben noch ein streamen und dann soll das gehen mhm ähm ich weiß nicht wie ich sitzen soll echt oh man wir sind nur noch hier oben ja ist richtig sie wer soll ich das hin? ich weiß es nicht ja ich weiß nicht so meine alle so viele viel Arbeit und so auf und auf und auf und ehrlich gesagt nicht erklären warum ich wollte was rum ist aber auf Aufsicht ne? dann geht es nicht macht ihr hier bitte noch zu? ich glaube eine habe ich nicht hat noch einer Wende? ja wo wo wo? Olle will hier zu haben nein ja hier auch noch ne? ja da ist es Runde down? wo? da oder was? ja ne mach hier dann obwohl da hinten auch geil wäre hat denn noch einer übrig? ich hab keine mehr hinter mir ich glaube es nicht wo? hinter mir ich glaube es nicht wo? ja direkt jetzt da Hilfe Hilfe oh Hilfe oh 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 Hilfe alle Leute bei mir welche Banner hier? oh toll Mann hat die uns alle weggeknallt oder was? ich bin am Arsch ja hat sie doch da hinten geplandt ja Mira ist zu schwer für mich äh ja Manuel wir sind voll grad irgendwie laggt das Spiel irgendwie laggt das Spiel ich weiß auch nicht warum war nicht so aktiv am Wochenende auf Twitch ah so okay das erklärt's so ein bisschen oh Manuel dankeschön für mich ist ein Mann gesprochen weißt du weißt du Manuel ach doch stimmt weil ich nenne dich auch Manuel und dann ach ja ich weiß nicht ich hab grad eben schon wieder in irgendeinem kleinen Putzchen bin ich schon wieder hängen geblieben konnte mich nicht mehr bewegen und dann kam Ash ja ich hab ja gesagt dass du finkt da rum ja ich hab auch gut gedrückt seit wann ich weiß nicht ich glaub seitdem ich einen Manuel im Team habe was? seitdem sag ich Manuel anstatt Manu und dann kann ich eine Bohm ach komm Mann Wann ich da aufs Eingang? selber Spot ... ach komm Mann Backry? Flash Das soll denn Ne Drohne ein Ding sein? auf dem Hüllschrank? ähm CCTV? CCTV? Ja, CCTV wäre eine Drohne, ganz geil. Da kann's Topf hier stehen, das ist echt... ...quartal... Ergri, ich mach's noch die Camps raus. Hibana weißt, wohin? Epix? Was? Du weißt, äh, hier hinten aufmachen? Das ist ein Befehl, oder was? Ja, wäre ganz cool, weil du der Heartbreacher bist. Muss aber irgendwo noch eine Wellcam sein. Na? Ja. Die Leute. Ist das hier eine Kombileitung, oder was? Irgendwie hab ich einen Kälbchen gemacht. Da ist Clash-Rings, oder? Hm. Was macht ihr denn hier? Ich soll da Heartbreachen, ey. Da stehen drei Leute rum. So, dann komm ich von hier. Kann man nicht mal eine Granate oder... Flash ist angefragt. Oh, wow. Oh, wow. Fertig. Ah! Hat sie. Aber... Musst noch aufmachen, dass man reinkommt. Hä? Ich bin so ein Vollidiot. Ich kann gar nicht. Doc hat getankt. Hat getankt. Ich hab's nicht aufgefragt. Ich hab's nicht aufgefragt. Ich hab's nicht aufgefragt. Ah, das ist jetzt raus. Nee, das ist ein Loch im Krieg oder entdeckt. Geil Ding. Das meinst du das? Das meinst du das? Die doofe Kamera. Locked down. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kimi? Wir haben noch einen Bug auf jeden Fall. Hab ich das mal hoch? Ich hab auch noch einen Majestu gehabt, ne? Wer fehlt denn dann noch? Oh, nee. Hast du schon einen Majestu gezogen? Ja. Diese Dreckskacke da. Majestu, Krem. Von Spot? Waschbecken? Seh nicht, seh nicht. All Friendlies have been eliminated. Warum sieht der mich durch die Kärnten? Denn die kann durch die Smuk-Druck kommen. Ist ja nur Frechheit. Ja, das ist nochmal. Wem soll ich das sagen? Ich bin färber. Ja, natürlich. Ich auch nicht. Mein Chat verwirrt mich. Bann den Chat einfach. Ja. Alle Bannen. Alle so rechtsklick direkt Bann. Majestu ist auch mal ne gute Idee. Wo gehen wir hin? Waffenschränke. Jetzt hättest du auch ruhig den Jäger nehmen können. Ja, das hab ich dann auch gedacht. Na egal. Spiel doch einfach den, den ihr spüren wollt. Ist doch egal. Spiel auch noch ruhig. Okay, kass. Lass ihm auf, Effex. Wann nicht hin. Fest. Was hättest du da wieder zu machen? Ich stehe jetzt nicht. Horn fertig gepupst, oder was? Na, hab den Hund vor die Tür geschnitten. Jetzt lädt er die Tür zu. Hä, wieso soll ich den Bannen? Hä? Oh oh. Oh oh. Geh mal weg. Fliechen. 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 Hallo. Epic. Fliechen. Du Kriegst. Fliechen. mujame gehen. Fliechen. querın. weiter ab. ắc Der Ball hat nicht mehr Nice Draußen vor der Tür ist die Kamera kaputt Bei mir Aber scheint keiner zu... Ah ja klar Das ist ja schon der Ansel Das wird bei mir Nicht, da gibt es ja eine Rolle Aua, au, 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 der hat mich überhin gefischt Wo war der? Diese TV Ähm Tapsi, gib mir auch noch, gib mir mit den Spritze Oh, jetzt hab ich dich gepingt Haben CCTV hab ich Einen Letzte auch CCTV Beim Blackbeard Channel Dann machst du da hinten Auch Zeit und hab keine Freunde Oh, armes Manu Uiuiui Ja, das Ding mit ARCOG ist scheiße Guck mal, Ola Ich weiß nicht, ich hab von dem Ding immer so weggerotzt Guck mal, Ola Jetzt hat der Chat schon Angst vor dir Manu, warst du neu? Ja, das macht nicht, sollen sie ruhig haben Nee Warum hat der Chat Angst? Weil der Chat Angst hat Weil Ola gesagt hat Weil Ola gesagt hat, ich soll alle im Chat bannen Ach so Hat der Ola denn ein Schwert bei dir? Ja Ja Dann kann er sich ja bei dir austoben Bei mir wird er sich ja auch im austoben Ja 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 Ich pack trotzdem einer hier oben Ja Ich pack trotzdem einer hier oben Ja Oh, die haben wieder Clash Nein Fuck Warum muss man denn so einen bescheuerten Operator nehmen die Clash? Das sind für mich in einem neuen Operator gar nicht schlecht Das sind für mich in einem neuen Operator gar nicht schlecht Und die sind auch so Die sind nicht so moved Die sind nicht so moved Nein Doch, der neue wird mir auf jeden Fall krass auf den Sack gehen Ja Ich finde die war nicht so schlecht Wenn das Spanisch ist Ich weiß nicht Aber Manu, du warst neu Ich bin nicht ganz Ist die Nummer frei? Ähm, nee Okay Ich kann nochmal gucken Aber, CCTV ist clear Keiner macht die Camps aus, weißt du? Boah Wo waren die jetzt denn? Ich bin der Schocken Wer ist er dort? Zwei Moven? Oh nein On Pink On Pink Asko, ich weiß, dass du auf Deutsch sprichst Asko komm Asko spricht Deutsch Ich weiß Wer ist da? Einen hab ich Ich glaub noch einen hier vorne Ja Komm Ich klatsche oft nach bei der Waffe blande Ich bin der Klairsche läuft hier unten rum Schältung im Office Passen Sie sich die Video auf, dass du auch seine Type-Maker bekommst Wow, good job Oh, da war alles Wo kam der denn her? Ich habe gesehen, wie der rein ist. Der ist durch das Loch, ähm, von dem Nebenraum Durch die Wand, quasi Das geht doch nicht Es ist voll ungewohnt, dass ich mein Spiel auf Deutsch schaffe Wo wollen wir, wo wollt ihr spawnen? Äh, Lüftungsraum Okay Benel oder Jäger? Jetzt ist es egal Kim Jäger Kessel Kannst du machen? Ähm, Ole, hältst du dann gleich von oben? Ja Gut Ach, wir sind ja Ja, da muss Kessel gleich oben die Wand, also die Decke aufmachen Jäger Ja, ich... Das wäre einmal schön Ich kann dir zeigen, wo Oder der Ja, ja, bitte Ich kann dir aufmachen Ich kann dir aufmachen Pass auf Stimmt, ich kann auch aufmachen Ich habe keine Schotflinze oder so Was hast du? Keine Schotflinze oder ähnliches Hast du keine Contact Nails drin? Nein Okay, dann mach ich Ich wurde entdeckt Ich wurde entdeckt Ich wurde entdeckt Eine Drohne Ja Hast du hier mal ne Wand? Ja Eine noch, ja Dann kann ich die Seite komplett zumachen Doch, dann mach ich gleich, wenn ich oben bin Ja Ich mach die Tür hier auch zu Ne, mach hier das Window, komm her Das Window Ganz wichtig Oh, 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 ja Und die Tür wär eigentlich auch wichtig gewesen, diese hier Die Main Door Komm schon Das ist schon erledigt Achtung, hier mach ich hier jetzt, wo du jetzt durchgekommen bist Du hast jetzt hier rein Ich krieg Besuch hier oben Ja, Fuse ist oben Ich bin jetzt leider kein Roamer Und wenn du willst, kann ich hochkommen Ich hab noch einen Noch einen, ich komme Ich bin blind Ich bin blind Anger Pencil Ah Too late Back Reap übers Badezimmer, Termite Nein, hab ich Toilette geht auf Warte Pass auf, ey weg Ja Nein, Basco Das kann ich nicht machen Ich bin nicht so gut wie du Capitao on spot On ping Reign Door geht auf Errick Was? Warum zieht er mich und ich ihn nicht? Das ist gemein Das ist gemein Schön Schein 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 Gut Dankeschön für dein Follower und willkommen im Stream Wow Zeus, wunderschönen guten Abend, wie geht's dir? Und ganz hinten ist auch ausgelöst Und ganz hinten ist auch ausgelöst Vorsicht da vorne steht noch irgendwo ein Claymore Was? Nein, weg da Ich hab einen Sub von YouTube Hm Wie? Wir eigentlich nicht Oh, good, dankeschön Gibt deine Bits Wow Mir auch so gut soweit Weiß nicht Der wird outside sein Der kommt Der kommt Ah 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 Wie er direkt in der Ecke nach oben zielt Ah Ist so Geil Geil Hm Ach, dieses Spiel macht mich fertig Warum? Ach so Nicht nur mit den Nerven Das Spiel ist einfach ein Fettigmacher Aber ich klappe Ach, geil Ach, scheiße wollte ich nicht Doch Krieg später nichts auf die Reihe Ach, Quatsch Du musst doch nicht immer so negativ reden Oh, Mensch Ach, Mensch Ach, Mensch Du musst du benutzen deinen dron Hey, Drohnen-Clip-Clap, oder was? Ähm, Peek Hall, Außenwand, bei der Schlucht, wisst ihr, wo ich mein? Nö. Ja, da wird auf jeden Fall Spawn Peeks sein. Ähm, ansonsten, Hunter, switch mal meine Drohne. Jo, alles klar. Komm ich hier nicht hoch. Ja, irgendwas gibt's das. Passt nicht. Einer ist oben, auch passen Leute wegen Spawn Peek. Wäre geil, wenn wir jetzt ein paar Frakes holen, direkt hier vorne. Ich möchte das nicht verlieren, ich muss mich ansprechen. Ich muss mich ansprechen. Ich guck mal gerade. Ah, der hat meine Cam. Oder ich geh in die, in die Cam. Äh, Clash ist dabei. Hm. Ernst? Wie ist hier, wie ist sie? Hey. Kann sein, dass da hinten durch die Doh, einer kommt. Armin, schau mal weiter. Oh, bloß genau. Ja. Da hinten ist auch einer, passt auf. Klärt einen, um. Okay, Ole klärt um. Ist gut. Wie gesagt, da hinten rennt, hinter ihm rennt noch einer rum. Warte, Ole. Warte, Ole. Nicht wirklich. Nein. Wo denn? Morg oben. Na, der war gleich eins nebenan doch noch. Der war noch nicht in ganz Sichtfeld. Oh Gott. Ich vereime. Sehr schön. Wir panik. Nur das was. Zielung. Bomb has been located. Das hat keines gesehen, hoffentlich. Der Dock ist angestrackt. Wir haben noch einen Minuten. Ja. Die wissen, dass ich halt hier bin, ne? Oh Gott, ich hänge an einem Scheißschild fest. Du bist oben. Ja, das wird nichts. Nee. Du bist zu knapp, bis du da unten bist. Okay. Oh Gott, kannst du vergessen. Mann, Mann, Mann. Soll nicht stimmen. Doch. Nein. Alle sind gestorben. Oh, die Maske von mir ist aber cool. So, die? Ja, ist der Prolix-Skin. So, jetzt bin ich aber raus. Ich auch. Genau, okay. Das ist unfair. Warum kriege ich nur 91 Punkte und mir werden 92 abgezogen? Immer so. Nur um die kleinen Larissas zu jägern. Ja. Nein. Wo sind da die Gerechtigkeits? Die hat Urlaub. Die gibt es gar nicht bei Rainbow. Hä? So. Gab es auch noch nicht. Ladies, euch wünsche ich noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Schön zu. Hast du auch nur noch drei oder wie? Oh. Soweit ich weiß, wollte Manuel mitspielen und der Basco auch, ne? Schön. Und Epix? Epix hat sich doch voll abschädet, oder nicht? Was? Du hattest doch gesagt, du bist raus, ne? Oder? Ja, ich bin raus. Hab ich ja gesagt. Ja. Basco, Einladung ist raus. Manuel, wie hieß du nochmal im Game? Manu? Rausst du? Ja. Oha. Ulle, geh doch aufs Klo. Der Weg ist soweit. Merkst du schon? Da dachte ich mir, da geht das, wenn ich ne Flasche nehm, schneller. So, TeamSpeak. Vor allem ist das Schöne, wenn die Buddels so ne großen Öffnung haben, dann brauchst du auch nicht so ganz genau zielen. Das sind Dinge, wenn du damit anfängst, hast du selber schuld. Ne. Du Schwein. Beides schon, TeamSpeak perfekt. Hallo. 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 Wie geht's? Marisa. Marisa. Hm? Nix. Boah, fängt das wieder an. Oh, Manuel. Oh. Weißt du was, Gene? Nein. Ich hab mich neu genommen. Du hältst jetzt deinen Schnauzer, doch, Pisa. Wow, hat sie nicht gesagt. Doch, das sagen wir aber. Okay, hier in dem Trupp nicht, aber früher mit Baske immer. Geil, Baschk? Baschk? Hä? Hä? Du hältst jetzt deinen Schnauzer, doch, Pisa. Ja, das haben wir früher mal gesagt. Früher, früher. Damals natürlich. Ich hatte nicht zu viel noch aufs Holz warm. Und es noch einen gehabt, der das sagen hatte, ne? Ja. Richtig. Oh, das kann wieder was werden. Ach ne, die Rolle. Soll ich am netzmal schon so gedacht, aber es wurde auch nicht mehr besser. wir verstehen uns ja manuel willst du die einladung nicht annehmen lieben gern aber ich starte immer noch ich war eine lochen als du nachgebracht hast oder sind wir freunde das problem so mit dem headset manchmal also die neue operators werden meine main hundertprozent die erste zeit schon mal nicht der angreifer ist gut gegen schilde das liebe ich und er wegen der verteidiger hatte solche dinge die strom erzeugung aber wie gesagt die erste zeit schon mal nicht den schildern einfach das alte nokia an den kopf werfen das recht auch da wird das dann noch eh bald einen operator vergeben ich habe angenommen ich sehe es jetzt darf der ola auch starten sicher ja wir fahren fort mit äh manuel ist ein blutiger anfänger ne oder wie war das man ja ja aber nicht verblühtig ja dann muss das ein bisschen ausgleichen er ist so also hier habe ich den grund leute voll zu schnauzen wenn das nicht läuft ja wobei das macht den paten über dem kin hier immer ganz gut da brauche ich gar nichts mehr sagen ich habe auch gerade noch mal die beine gestreckt dass es los geht dann setzt sich gottverdammt nochmal richtig hin ich sitze im schneider das ist richtig ne das ist völlig verkehrt das würde ja auch jeder arzt erzählen au 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 aber wenn ich nicht im schneider sitze billiards shisha nein 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 äh kino penthouse sorry was achte auf penthouse penthouse urste ein penthouse perfekt aah jag will mal raus bis später ciao tsch Oddes K internally tschüss der nächste i Ich bin so kaputt, ich bin erst um 8 von deinem Arbeit hingekommen. Doucchi Westen, wow! Von mir gibt's nur gute zu haben. Ich hoffe, ich sterbe jetzt ganz schnell. Nein. Sind da alle drin? Ich muss aufs Klo. Wie weit hast du es dann bis zum Klo? Ich bin so weit. Man kämpft dich gerade in irgendeinem Eck. Spät sein kann. Kommen vom Pool. Äh, wo ist der? Ist gepinkt. Ja. Nö. 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 Da kommt ein Schild. Ich weiß nicht ob Blitz oder Montagne. Komm, komm, komm. Hab Blitz. Wo? Call? Blitz ist raus. Aber trotzdem Call. Wo? Wo? WIP. Wo? WIP. Hast du WIP gemacht? Ich hab keine Ahnung wie jetzt. Einen hab ich down geschossen. Ich häng schon wieder an nem scheiß Pfeiler fest. IQ hängt am Seil vom Balcony. Ja, ist klar. Es ist noch einer. Und einer hab ich... Also drei Mann. Da oben. Ne, für sie ist auf dem Dach. Passt auf. Für sie ist auf dem Dach. Sind jetzt drin? Vorraum? Oder WIP. Oder WIP. Einer droht vorm Penthouse. Der droht mich. Die sind zwischen WIP und Penthouse. Einer ist P-On-Spot. Direkt bei der Bombe. Einer ist am Window. Kommt in das Haus. Jetzt im kleinen Badezimmer drin. Und einer IQ kommt über Shisha-Bar. Shisha-Bar drin. Was aber auch am Window war auch einer. Einer Floor, WIP. Olle, pass auf. Hinter dir. Oder? Ah. Ich will schon wieder. Parsi! Ich kann sie ausmachen, zieht ohne Deckstrom. Ja, aber, aber, ich kann nicht ohne. Mach live Ping. Geht jetzt gleich auf. Ne, Fake. Ist noch On-Spot. Ist jetzt aus dem Window rausgesprungen. Quäppelt sich. Linke Seite vom Window. Die haben eine Drohne. Ich will nicht sterben. Ich kann nichts machen. Warum, warum liegt der noch? Habe ich dem die Drohnekanne was gegeben? Warum liegt der noch? Ich verstehe, ich verstehe. Und treffen kann der auch nicht. Ähm, mal eben bitte am Rande nichten, bitte. Hm? Einfach mal nicht ping. Das ist mir nämlich gerade zum Verhängnis geworden, weil ich auf den Schalt ping geguckt habe, im VIP. Guck ja nichts. Ja, aber dann fühl ich mich so alleine, laui. Weißt du doch. Ich bin nicht so alleine. Wenn du weißt, was ich mich... Hm. Was, die Leute im TS? Ja. Aber es muss trotzdem flimmern. Hast du jetzt mittlerweile Rainbow geholt? Ne, ne? Wird doch nie passieren. Ich habe vergessen, mein Gamefeeder auf Englisch zu setzen. Äh, die sind ein Kriecher. What? Oh, Jesus. Ich will... Halt! 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 Also, Sunrise Bar ist aktuell noch Clear. Das ist gut. Wenn nämlich jetzt einer rein möchte. Ja. Ja, also ich bin noch in der Cam. War noch Clear. Hab sie. Okay. Dann gucke ich mal grad Bloober. Bloober ist Clear. Ole, du hast die Tür bei der Terrasse aufgemacht, oder? Nö. Der Empfang ist auch Clear. Aber im Badezimmer geht was. Da sind zwei. Okay, meine Tür jetzt auch. Ohnecht. Danke. Haben wir von Bloober, oder? Ähm, Frost ist Onspot. Alibi auch. Ich glaube, hier war Spouse. Ehm, könnt ihr mir Frost weg, fernhalten? Ist halt hier. Ich splente. Hinterm Regal. Ja. Ihr müsst die Tür, also von der Tür covern. Echo. Frost down. Einer, äh... Alibi ist, äh... Was? Voll drum. Ich hab die Tür fürs Erste. Vorletzten Echo. Äh, ich war... ja, egal. Vorletzten Echo. Ja. Ich kann die Tür covern, wenn du möchtest. Äh, mach Basko, okay. Basko, musst du die eigentlich haben. Schön. R4 eliminated. Hat schon wieder Pop 07? Den kenn ich doch. Wie heißt der Hallway Nebenkirche? Ich kann nicht reden. Kann nicht richtig reden, hier. Ex of Emanue. Oh, man. Was kannst du nicht? Nicht richtig reden. Der Monitor flimmert. Ich wär nochmal für Panthers. Sagt ihr? Was hast du gegen meine Zeck jetzt? Können wir machen. Ah, warte. Ich wollte aufs Klo gehen. Ja, mach mal. Sonst drückt das noch. Schoko. Also, wie heißt der Hallway neben der Küche? Wie öfters? Ähm. Schreib auch mal mal. Stimmt, du hast ab und zu mal geschrieben gehabt. Also, Flut. Einfach Flut. Ach, du hast das gerade das Wochenende gespielt, Loey? Und? Hey, warum sind wir hier? Hab ich mich schon wieder verdrückt? Das scheint so. Ich hab nämlich nichts gedrückt. Ich hab mich auf dich verlassen. Aber gut. Verstärker. Verstärker. Wir treppen sie. Okay. Eine Drohne im Aquarium. So, dann geht er da. Sechste Schlipper. Kriegst du, kriegst du. Wer zu gut kommt. Ich krieg jetzt. Ist das ein schönes Loch? Das ist ein Scheißloch. Das ist ein Scheißloch. Ja. Ich bin, äh, Nordkörper. Benz da am Puls auch. Da ist die Tür, glaub ich. Die werfen hier vorne. Die sind drin. T-Shipper. Da sind drin schon. Zwei Mann. Ja, wo uns hier auch. Hier ist ein Blitz. Aber so wie es aussieht, hat keiner den Planter. Oder? Drei Mann. Ja, Ole. Pass auf mich auf. Weil so wie es aussieht, hat keiner von den... Manu, geh mal runter in die Sunrise Bar. Ich ping dir und du schießt durch die... durch die Decke. Manu, mach mal. Er ist ja auch da. Dann nimm den Ping. Manu, den Ping. Die ist am planten. Ach, ich stehe auf 20. Da war jetzt echt kack. Ja. Manu, warum hast du nicht durch die Wand geschossen? Also durch die Decke. Ja. Ja, oben vom Dach. Die Bahner. Ach, die hatte da auch. Ja, könnte größer sein, das Mauspet. Und Manu, warum hast du nicht durch die Decke geschossen? Manu? Manu? Ja, tut mir leid. Ey. Ich hab durch die Decke geschossen, aber ich hab auf die falsche Seite geschossen. Weißt du, was ich meine? Nein. Das war ein Ping. Das war ein Live-Ping. Den hätte ich so haben müssen. Ja doch. Ich meine nicht den Ping, sondern die scheiß Gitter von der Decke. Verstehst du, was ich meine? Du hast quasi jetzt die ganze Zeit auf so eine Metallstange geschossen. Nee, ich hab äh, also die Metallstangen von, äh, standen von links nach rechts. Und ich war sozusagen äh, in der Mitte. Ja dann. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Nee, ich hab keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Ist egal. Nein. Ist nicht egal. Das war eine einfache Runde. Es ist nur Ragen. Ich fall hier ungern. Schon mal erwähnt? Ja. 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 Oh, sehr schön. Was hab ich denn dabei? Hab ich die Flash dabei? Ich hab Flashes dabei. Ja. Das ist ja auch nicht so, als wenn du schon hunderttausend Mal genessen wärst. Ja, ich vergesse das ja auch jedes Mal wieder. Du hast ja am besten drauf oder so. Ich habe 29,5 Mal 24. Genau, ich schreib das einfach in meine Twitch-Beschreibung rein. Ja, glaub ich auch. Hat jemand schon... Ist jemand nach oben gelaufen? So viel kann ich auch nicht verlieren. Ich verliere auch nicht viele Punkte, aber keine Ahnung. Ich verliere halt generell ungern. Vor allem, wenn's halt Runden sind, die man hätte haben müssen. Weiß ich gerade nicht, ob Sunrise da drin ist. Soll ich dir vordrehen, oder? Nein. Publision. Du meinst Puls. Blue is clear. Pass Sunrise rein. Command, I'm pressing. Ja, Sunrise clear. Er ist oben die Stilte aufgelangt. Vision on-spot. Ah, oder bei? Geh schon in ein Badezimmer. Danke, Ulle. Bei mir oben. Dort. Ulle, hast du die Main-Tür offen? Mhm. Kannst du nochmal rauskommen und das Kitchen-Window aufmachen? Ja. Oder geht das von innen? Nee, da komm ich noch nicht hin. Ich weiß, was da los ist, aber ich komm. Nee. Geht leider nicht. Ich glaub, da ist noch einer oben. Bei mir. Ich hab heute mal Minecraft gezogen. Scheiße, wo kam die her? Hier ist auch irgendwo noch eine Echo-Drohne. Weiß ich immer, wo Legion war? Eben im Badezimmer aber. Mach mal hier, Fuse. Ich weiß. Äh, ich hab keine. Oh, einer in der Lobby. Eine Sais. Legion ist im Garten. Ja, Echo. Gladys. Oh Gott, jetzt lädt der noch auf. Ja. Oh, wohl durch den Deck. Mehrer Onspot. Ich hab keinen Tag mehr. Ich kann nichts machen. Zeig doch mal deinen Kopf hier. Ja. Luca? Ist immer noch ein Blue. Hab ich da nicht gerade einen Kopf gesehen? Ja, hast du. Mist. Wir müssen irgendwas machen. Ja, rein. Nein. Natürlich, es ist ein Zeitpunkt. Ja. Keine Ahnung. Deswegen spiel ich lieber locker. Diese eine Minute macht's dann doch bei mir. Der echte, der eine unerschönen guten Abend. Was geht? Dennis, guten Abend. Karun, auch guten Abend. Was geht? Wo kommt die alle her auf einmal? Hm. War die wieder Panthers? Die waren ja eben Billiard. Hat ja auch nicht funktioniert. Der Blue, Brown, Sunrise mit Traps gespielt. I don't know. Kann ich auch machen? Ne, ist egal. Zu spät. Hab eh keine Ahnung. Ja. 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 Gerade, er ist aufgestanden. What the fuck? Hab ich klugscheißen? Ja, hau raus. Ah, ich bin jetzt Krim. Wollte chillen. Chillin, Milo. Ah, kein Problem, oh je. Wer auch immer mutiert, es tut mir leid. Wieso? Oh, oh ja. Ja? Was schreibe ich denn stattdessen hin? Das statt, äh, Alter. Also da, wo ist datum einfach dann, oder wie? Sonne? Zum Beispiel. Oder einfach EGB. Ja. Okay, Ulle, kannst du mich daran erinnern? Ich vergesse das sonst wieder. Äh, ja mach dich. Leute, da fehlt noch ne Warte. Ich hab keine mehr. Ich hab auch keine mehr. Ich hab wieder mit irgendein Schild, scheiß. Oh, fuck. Auch wieder vor VIP? Ja. Ich hab schon geschluckt. Ist das nicht Frauensache? Ja. Ich komm hier auch nicht wieder weg. Ja, normal ja. Nicht weg. Er sieht mich, bevor ich ihn seh. Äh, kann hier da mal einer wegmachen? Ich hab zuerst geschossen. Der Führer hat noch nicht. Sehr gut. Abaim. Ähm, Dropper geht auf. Wo liegt denn der Diffuser-Ping mal bitte? Wo liegt denn der Diffuser-Ping mal bitte? Got dropped? Also Ash ist im Ba- Ne, Sophie. Woher die Wiesen? Ash raus. Gute Nacht, Donner-Blitz. Schlaf schön. Bin ich erstmal richtig assi? Bö. Ist der doch Bää? Zeit. Ich glaube, der ist auf den Dach, der hier rumkommt. So, wie dann? Oh Gott, das ist peinlich! Letzte Kugel! Flutschtag! Ey, das ist ne gute Idee. Das schreib ich mir auf. Was? Flutschtag? Flutschtag. Und dann das Wurzdatum. Das find ich nice. Bist du denn auch geflutscht? Ich weiß es nicht. Ach Ole. Ich bin der Grillzagel geholt. Es bringt ja nix, da Flutschtag hinzuschreiben, wenn man nicht rausgeflutscht ist, sondern da rausgeholt wurde. Weißt du? Ja, das weißt du. Ich bin sogar um 23.23 Uhr geboren. Voll cool, oder? Ich bin am 31.12. geboren. Voll scheiße, ja? Oh ja, das ist echt kacke. Ich bin am 19. Mai geboren. Ich sag mal so, ich weiß es nicht um welche Uhrzeit, aber meine Mutter hat mich gehasst. Warum? Ich war am Brocken. Das glaub ich dir. Kann ich dich reinschwitzen? Warum? Aber warum würdest du das nicht hinschreiben? Können die Gäder bringen? Tschüss, Schock. 23.55 Uhr geboren, nice, auch cool. Jetzt noch zwei Runden gewinnen. Nein. Abwarten. Im Angriff wird zu langsam. Ja, hier sitzt ich später mit Tim. Das ist sehr gut. Aufgefasst. Wo ist das Bomb-Pick, Doc? Weißt du, wo der Spomb-Pick? Wahrscheinlich Richtung Westseite. Ähm, Frost ist in der VIP-Lounge. Ähm, Frost ist in der VIP-Lounge. Ich geh jetzt aber über Lobby weiter. Mhm, nur noch rum. Ja. 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 15. Der VIP-Lounge. Clear. Aktuell. Kein Clip. Das wird liegen. Vi-LiP noch was drin? Man spot nen Doc? Ne, VIP ist aktuell Clear. Ehhh, gut. Und Bombe-A ist der Rook. Bombe-B Doc. Hm, nur Frostmatte. Ich war im Überlegen, das zu callen, aber ich bin eigentlich die Einzige. Ehm, Froststrip, auf einen Rundersatz-Rundersatz. Was ist das? was? die kommt vor. oh mann. was rollen? sorry. da ist noch ne trap. alles gut. ja. da geh ich auch einfach nicht lang. und die andere da schon geblaset. also ist nur noch die. doch mal hinterm bett. habt ihr geblasen. ist hier noch ein frostmattes runter? ja, tabsy. rechte seite vom fenster. doch immer noch hinterm bett. da wo der daumen links ist. da wo der daumen links ist. alter wirds nicht verarschen. ecco auch on spot. rechts unter dem fensterlich die frostmattet. ja da wo die maus ist oder da wo die maus ist? da wo die maus ist. da wo die maus ist. fuck. er ist gemoovt. lock auf. live hinterm bett. links. ah! und echo. ich seh nix! ich seh nix! frost. weil ich so scheiß singe. diese scheiß frost, ne? nein, ich seh nix! weil echo. so, das war's. pass auf. ach so, deswegen weil, ja, okay. je öfter man das sagt. was? umso öfter man flutschtag sagt, umso komischer klingt das. flutschtag. ja, stimmt schon. ich bin vielleicht rumäne, aber deutsch verstehe ich gut. passt gleicher rank? welcher rank bist du? zwei glaube ich. also ein match kann ich nur mitmachen, dann muss ich es leider aufbauen. oh, ich bin bronze gedruckt. nein. krass. äh, war silber 4, also. hm? weil dir direkt, ah ok, silber. oh ja. oh ja. die map mag ich. trip old herfort. lass mal oben gehen. ich hab keine ahnung wo was ist. ich kenn mich nicht aus auf dieser map. oh die map mag ich. oder willst du was go? was? echo. ne, 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 alles gut. echo. hast zwei matches zu platin 3 gefehlt? what? ja, das ist ärgerlich. aber das heißt den platin chibi hast du ja. nein. hm? gini. ja. nein, nix. alter. ne, eigentlich müsste man dem manu so eine, bam, so richtig mitgeben. normalerweise müsst ihr dafür erst mal nen button kriegen für zweifel. du rumgetrolle. ich hatte früher auch irgendeinen. basco, wer war das früher nochmal, der das auch immer gemacht hat? ich. ich weiß nicht. ach, dieses spiel macht mich fertig. alter, der ist mir auch immer auf den sack gegangen damit. wer war das nochmal? war das für die tore? nee, ne? nehmt, nehmt mal die Schlüppel, jungs. und Mädels. danke. und ladies, wollte ich sagen, aber ok. okay, wir werden immer vergessen. nein, ist nicht. jo, ist kalt. dafür sollten wir eigentlich die besten liegen lassen, oder? eigentlich schon, aber das ist ja so unser Nachteil. so böse seid ihr? ok. ja, du bist ja auch böse zu uns. wo ist die andere Treppe? den einfach nicht. oh my god! oh dimmy, danke schön für deinen host! oh my god! ich hoffe, wir hatten einen guten Stream. nächstes Monat. wow! und einen wunderschönen guten Abend an dich und deine Zuschauer. wenn du meinen Kugel schon wieder sehen musstétait. ohne Carl. sechs Monate und ich ließ Rainbow. und ich bin normal, wo du dich liebst. bei dem, wo ich mein Funkt торrich bist. ach, hast Kartoff chemotherapy, ne? oh mein G Factory тебя nerf. wow! oh ficou cool ist drown. oh dann sind wir mal ein wenig Vorit back. und Rainbow ist so ein getaubst los. oh, eine Follow. Dankeschön! Schoko! Geh deine Follow! Wow! Also die Bahne hab ich rausgenommen Und Blizz ist hier auf Blue Stairs Ja, Blizz Stairs Select, what the fuck? War ich auch? Was? Das ist noch nicht tot! Man, der war jetzt nicht tot Outside, 2 Oh Gott, oh Gott, oh Gott, doch nicht Ich hab geschossen Arme, das war gelber Was? Alter, du hübsch hast du den Gutscheid Blitz? Blitz 25 Blitz 25 Co, Pasko? Ja, Digga Könnt man mal callen, dass wir rauskommen Keine Kern Was? Die Cheater vermehren sich? Jetzt wieder? Ich komme lieber Weil ich keine Ahnung habe Doch nicht, aber ob Komm das hier so, ist das doch Pflicht, oder nicht? Es ist das denn auch nicht? Ich treffe Headshots, aber ich bekomme nie einen Markermann So behindert, ich hasse das Game Seit gestern treffe ich keine Headshots mehr Ja Warum kommst du nichts auf die Reihe? Verschoben? Okay, das ist eine Frechheit Also erst ankündigen und dann verschieben Na 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 Aber das ist, äh, ja Ich erwarte einfach nicht mehr viel von Aber ich kanns kaum erwarten, den neuen Operator zu spielen, Mann Ja dann auf We need to locate the bomb Spielen, spielen, spielen Spielen, spielen, spielen Ja Oben Ist hier kein Eingang für die Drohnen? Aber Kannst du den Loch nicht finden? Nein Ein Loch ist meiner Sache Ich wollte sie nicht sagen, weil sie eine Frau ist, ne? Ich wollte sie nicht sagen, weil sie eine Frau ist, ne? Bei Kinney sind wir uns noch nicht einig, was sie ist Ja, ist so Oh, runtergefallen Immer wenn ich mal treffe, das ist eigentlich, ihr habt Glück Immer wenn ich mal treffe, das ist eigentlich, ihr habt Glück Dann nochmal Wenn sie jetzt sind Kannst du den Hitsch? Oben, oben Ganz oben Den Echo haben sie auch noch Ach oben, da wo wir auch waren Ja, ja, selber Es gibt das umschnallt, ihr das denkt dran Ah, Kamira Komm Ich bin von draußen Wie hat die denn jetzt gekriegt? Oh, Null, du Die war mutig Naja, ich kam auch nicht so weit dahin, dass ich die weggekriegt hätte Ja, und du kannst dich nicht umdrehen, weil äh Wartest du es? Wartest du es? Warn Hast du es? Ich bin zu. Ach, jetzt hast du das vor Da will keiner fest auf Picken, ey Pass auf B Und Ecke auf A Willst du jemand um dir helfen? Weiß ich nicht, ich konnte nicht gucken. Mach mal auf hier, ok? Ole, ich weiß, dass ich ganz Gold spiele. Was denn? Dass du sogar einen Trecker als Anhänger hast. Das fällt mir erst jetzt auf. Kloof. Kette. Nein, ich hab die schon verehmt. Die andere Bombe hinten aus der Tür. Kette live. 5 HP vielleicht, maybe. Meine Maus hat nicht mehr geklickt. Gott! Ich mich erschrocken! What the fuck? Oh mein Gott. Wie spricht man denn den Namen aus? Skyyild... 91. Was ist das schon mal hier? Ich glaube nicht so scheiße. Oder unten. Oben, ok. Diesmal aber ein bisschen besser. Ja, auf jeden. Aber auch einen wunderschönen guten Abend. Und Toxic, die auch. Sexy Schlüpfer für die Frauen. Wieso läuft ohne Grund der Fernseher im Hintergrund? Weil mich sonst so alleine fühlen. Aber was steht da? Weil du dich sonst alleine fühlst. Ist das eine Einladung für mich? Was denn? Oh, das hab ich schon ausgemacht. Oh, das hab ich schon ausgemacht. Das heißt, ich glaub, das ist halt. Oh nein, dich hab ich gesehen. Danke. Dich hab ich auch gesehen. Danke. Ich lück fast stehen hier im Bisschen. Nimmt euch mal die Westen noch. Sag mal was... Sag mal, leckt jetzt Schiff? Ja, bei mir leckt es auch. Hat jemand hier den Fenster kaputt gemacht? Ich hab kein Fenster kaputt gemacht. Oh Gott! Warum hört man Führs nicht mehr? Hält jemand die Treppe? Naja, oder? Jemand die kommt. Ist nicht alleine. Es sind zwei Monen, mindestens. Outside. Braunschweig! Vanille ist gegesselt. Hier ist auf jeden Fall angeschlagen. Ich komme rein, glaube ich. Bombo A wird gedrohnt. Tapsi, pass auf das Fenster auf. Schön, Tapsi. Bring ihn zu mir. Noch einer, Tapsi. Tapsi, Tapsi. Tapsi, noch einen. Oh Gott, da sind die ja schon. Fuck. Ich hab einen verletzt. Ich hab einen verletzt. Es ist low. Ja. Es geht ja gut. Äh, Thatcher ist noch bei Monty. Ach du Scheiße. Ich hab den Diffuser auf dem Platz. Geht die Stealth runter? Der Diffuser ist bei mir hier draußen. Oh, daneben. Er ist hier. Wow. Hm. Ach du Dicks. Du hörst dich fast an wie ich. Wenn ich Rainbow start. Nauchen. Ich hab grad ausgemacht. Fällt mir grad so ein. Kannst du dein Stream ausgemacht? Wer? Ich? Ja. Ich? Ja. Ja. Mit der Rett? Was? Wo sind wir? Oh. Ich würd dir jetzt sagen, ich nehme die Füße hoch Tapsi, aber die sind ja oben. Das ist ja wieder das nächste Problem. Sind wir wieder oben? Schon wieder. In der Miere? Der Dronen hat eine Bombe gefunden. Wunderschönen guten Abend, wie geht's dir? Ich bin eine... eine Stufe. Was? Nicht sterben darf sie sich, okay? Sterbe nicht. Oh, das Wind saß auch. Ah! Ah! Sorry Bro, hab ich aufgeschossen. Ach so. Da ist Echo am Wind. Quatsch, wo ist Echo am Wind? Ich brauche Ankele. Ankele! Ich bin tot, Echo. Nice! Okay, der ist schon mal nicht offen so. Wettel, Favera? Oder das Clash? Das war Ella. Ja. Outside. Bombe B, Smira. Und Legion. Legion hat Hilfe. Hinterm Trecker, Heiko. Der. Ich meine, das ist verpackt. GG. Danke dafür. Ross ist... Vorsicht. Und... Oh, Ella, Mina. GG. RIP. Ja, die ist da eben aus dem Wind aufgeschaut. Ella... Mira hat ein... Ja? Blicke, du stehst da irgendwo drüben. Wieso? Ich hab Schild. Es stehst mir aber direkt bei der Nase. Esch, mach mal hier auf. Mach mal hier auf. Mach mal eine andere Taktik. Oh, oh. Geht auf. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, jetzt steht mir... Ah! Oh, Gott. Die liegt gerade aufs Durch. Also, die hockt da. Wie viel kommst du da weg? Ey, ja, kann ich machen. Und wie killgeil sie ist und da rauskommen will. Ja, alles klar. Ja. Jetzt wird's treffen müssen. Die ist mega low. Oh, du hat's im Moment. Ah. Ah, ich kam nicht mehr weg, als ich das gesehen hab, nur weil es zu spät ist. 10 Sekunden. Der Fuser hat sich geschlossen. Post-Trap. Ich hab sie. Ja. Ich hab sie. Ein freundlicher Operator remaining. Wir sind eliminiert. Aber die sind noch nicht. Scheiß Mira, Mann. Kann ich eigentlich nicht unter die Mira schießen? Eigentlich schon. Aber nicht du, Alter. Ich hätte einfach unter die Mira schießen können. Haha. Diese killgeil mit ihrem C4. Klar. Oh. Klar mag ich auch. Und pick. Also. Klar, pick. Ich hab Mira 100% zwei Headshots gegeben, ne? Aber keiner hat gezählt. Keiner. Schoko inwiefern nerven? Also ich würde sagen, ihr könnt ihr mit allen seinen 5 Accounts erstmal ein Follow da lassen. Und ein Sub. Und ein Sub. Ganz wichtig. Mit jedem Account. Und Yotop nicht vergessen. Und Yotop nicht vergessen. Und ein Sub. Und ein Sub. Und ein Sub. Also. Hast dubsch hjälpte? Ja kann ich es machen, da was ich heute finden müsste. Stopp! Was findest du denn? Peek'n. Ja geht's aus. Nein! Ich kann es nicht kennen. Lass mich mal. Du machst meinen Schutz weg. Unter den Flitz. Jetzt kannst du da aufpassen. Wieso stirbt sie nicht? Die kommt in die 2. Rügerage. Das heißt, da muss ich aufpassen. Lass ist tot, glaube ich. Oben von der Treppe. Wieso? Ah, Hedge. Hedge. 2 bei der Hedge. Treppe war tot. Okay. Da sollte noch Blitz sein. Blitz ist genau, oder? Okay. Blitz ist hinten. Blitz da hier. Ist sie wieder raus? Ja, ja. Dann hätte ich versucht, sie zu werfen. Ich glaube, der ist komplett weg. Ah, der kommt vorne. Was heißt vorne? Kann ich hier gleich zumachen? Scheiß Schild. Ah, das ist Ash. Aber rechts auch fast. Rechts auf dem Secure Area Spot. Oder links von euch, sorry. Das ist nur Ash, oder? Ja. Ah. 2. 3. 2. 3. 2. Sehr schön. Gini, ich bin gekommen. Ich bin gekommen. Oh, Gini ist gekommen. Sehr interessant. Ja, klar. Aber warum soll ich in der Zeit pushen, wenn die Zeit fast runter ist? Weil die bei mir im Raum saß. Ja, ich weiß. Und ich total ver-aimt hab. Ja, aber ich hab auf Zeit gespielt. Alles gut. Ich hab dich extra fallen lassen. Und ich hab ver-aimt. Warum hast du denn dann auch gefacet? Weil die bei mir im Raum saß. Warum hast du ver-aimt? Weil mein Maus... Jan, wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Wir sind 100% unten. Seit Samstag wach? What? Keiner will wissen, dass ich gekommen bin. Warum nicht? We need to locate a bomb. Also, ich will's wissen. Aber ich will's wissen, wie sie gemacht hat, ne? Wir müssen unten sein, oder? Ich möchte schon an 24 Stunden wach bleiben. Ja. Ja. Moment unten. Ich zieh mal oben im Arbeitszimmer. Mhm. Meine Drohne steckt fest. Egal. Schöner Tisch, ne? Was geht? Egal. Egal. Ja. Ja. Und ich... Ich weiß nicht. Wo war das denn? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie wir es nicht machen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hör nicht. Lass mich nicht. Ich weiß nicht. Das ist nicht. Ich weiß nicht. Da ist der Doc. Der bitchcht da die ganze Zeit raus. Der würde uns nur ablenken. Dann liegt man auch im Bett. Das war's nun dort. Wo haben wir sonst einer gerade? Kannst du jetzt was zum aufmachen? Ja. Kannst du hier gerade aufmachen? Ja. Was da eben noch? Danke. Ja. Ich drohne. Ja. Die sind. Hüschel. Da sind ihre Fenster wieder halb hoch. Da ist Mira. Beide ohne Spot. Sind noch zwei? Warte. Oh. Linke Seite steht die Tapsi. Oh Gott. Es tut mir leid. Ich hab dich angefragt. Aber Mira hat mich. Oh. Aus Versehen. Blöd, dass da nicht mein Kopf rauskommt. Denk an der Fuse. Lebt meine Cam noch? Ich gucke. Ja. Ja. Gut sie. Kann man da sehen wo die ist? Nein. Das sieht gar nichts. Hä? Komm hoch! Oh mein Scheiß noch. Mein Fehler. Auf dem anderen Bombenspot ist auch einer. Er moved. We have been eliminated. Was? War mein Perlöl gerade. Ich hab mich bescheuert. Das ist eine Laufung. Hä? Wie hab ich dich gesehen? Hab ich dich gesehen? Was? Egal. Das ist mein Insta Karma. Schieß sie an und sterbe. Ja. Ist echt so. Und man hat nichts von dir gesehen. Gar nichts. Aber du bist gestorben. Ja. Passiert mir auch. Unten war mir am stärksten. Oder? Mhm. Okay. Nimmst du Mute mit? Es sei denn du willst ihn haben. Nee. Ich bin dir nicht so gerne. Also wenn einer Mute-Main ist, kann der den gerne haben. Äh. Geht jemand oben? Ja da sitzt man. Ich bin Bandit mitgenommen. Oder soll ich Hatch? Ich mach das Save. Ich bin Bandit mit. Dann würde ich sagen geht auch Ole hoch oder? Mhm. Der schnellste. Muss nur wissen wo der andere Dropper ist. Der eine weiß ich auf dem Bombspot. Ah. Den Arbeitsdropper kannst du ruhig... Kannst du den in den... Auflassen? Im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer. Ich ping dir den. Geh hoch. Achso. Du meinst den... Ja. Ich ping dir den anderen gleich auch. Ja. Ja hm. Wo soll ich versterken? Ich hab keine Ahnung wo. Ich glaube sie kommen zu mir Ich bin mute Geh mach die beiden Die haben ne Twitch? Nicht gut Oh eine Drohne weniger Pass auf die Mila Fenster auf Oben Trapper Blit Und Tec Die Montagne ist da Ich hole rein Das ist der Mainste Er Nein, nein, nein Danke Da drinnen Danke Montagne tot Wohl im Arbeitszimmer oder Treppe? Arbeitszimmer, da drüben war er drin Hier ist der Tunnel bei mir Hinter uns Twitch kommt Mainsteers runter? Achtung Ja Mainsteers ist Twitch Beide da Nicht gesehen Wo ist der Mainsteers? Oh Gott Bei den beiden Türen Der Pilser ist bei mir, ne? Ja, safe Nein Ey, das gibt's nicht All Friendlies Wur eliminiert Mission Failure Wie hat er mich gestopfen, Alter? Ich war komplett in Deckung, ich habe überhaupt nichts von mir gesehen Er hat mich... Alter, der spürt Matrix hier, oder was? Ja Nein Nein Dünner Mann Die werden oben gehen, 100% Meinst du? Ja, die haben unten gewonnen, ne? Die gehen unten Ich weiß es nicht Ja Ja, eigentlich Bei Glass Ich selber die Gegner höre Ja Warum? Damit zu sagen, dass ich nicht weiß, wo die Gegner kommen Was? Sobald sie die Gegner kommen? Was? Okay Die sind nicht unten Juckt manchmal so Achso Jetzt bin ich beleidigt Ne, dann ist es entweder zu laut im TS Aber Twitch, die war ja am schleichen Die hat sich ja kaum bewegt Und das sah für mich halt aus Als wäre die hinten mit durchgemacht Das war's Deswegen wollte ich pushen über das Arbeitszimmer 10 Sekunden zu gehen Hehehe, ist doch Chocolat Ich verstehe nur das Schlimmste Das Beste auf einmal Aber ja Er versteht nur das, was er will Ja Immer die Leute, die raubpuschen Hab dich doch erwischt oder was? Ja Immer wieder der Gleiche Unten? Oder oben? Wo sind die denn oben? Oben Ja, ganz oben Mira, Doc? Ach komm, Doc, leck mich doch am Arsch Ich kann hier nichts machen, das scheiß Fenster also auf Ich kann hier nicht Ich kann hier nicht Ähm, Bombe B ist Mira Doch ist in der Mitte Zwischen beiden Bomben Unter der Cam Wie ist denn das Bombe A? Doch ist gemocht? Ich weiß auch, das Fenster hier ist auch auf Das sagst du! Danke GG War der da am Fenster oder was? Vor dem Fenster ist ein Frost Trepp, also wenn du reinspringst Ja, Ticket Pfff Ich bin Onsport Also, oben War Klaus Hm, jein Das kommt ja dann halt auch auf Aufs Teamplay an Wenn du dann so falls kriegst, die dann zu spät sind Ist dann zu late Oder wenn dann in den falschen Momenten geredet wird Ja, ist klar, Shotgun auf Long Range, man Ich weiß nicht, was ich machen soll Ich mach die Wand daneben Bleibt da Da ist ja auch noch mal noch Das sind noch drei Auf Your Headset macht da auch viel Ja Ja Warum hat jemand Flashes vor? Warum wegschlebt? Verstehe auch nicht, warum wir immer so lange warten Wenn jetzt irgendwas passiert Was macht deine Maul schon wieder? Wir verlieren die ganze Zeit im Angriff, weil wir einfach zu lange warten Aber wir haben die Mira richtig gut gespielt Eigentlich doof, weil du konntest ja drunter schießen Nee, konntest du nicht Nein Die Wände waren verstärkt bei den Mira-Fans Wie waren die versteckt, wenn die Mira oben Daneben Er hat doch drüber geschossen Nein Daneben Die Wand bei Mira-Fans war verstärkt Bei mir nicht Bei mir Bei mir Bei mir Bei mir Bei mir war offen, aber du konntest weder drunter schießen noch sonst irgendwas, weil Mira dich sofort gekriegt hat Das ist das Problem Und wäre meine Flash vielleicht auch geflogen und hätte sie nicht eingepackt, dann wäre sie geflasht gewesen Aber nein Was kennst du? Nein Ubisoft sagt nichts Tapsi Komm wieder rein Nein Ich muss morgen früh aufstehen Ja ich auch Ja, aber ich habe jetzt nur noch 7 Stunden geschlafen Und ich bin gestern im ersten Schlaf ins Bett gegangen Das heißt, ich hatte nur 5 Stunden geschlafen Ich hatte seit gestern 5 Stunden geschlafen Ja, also Eine gewisse Geschwindigkeit muss da sein, aber Wenn dann Einige gepusht und dann On-Spot ist und dann nicht den Planter hat und dann kein Cover und alles Ja, das dann auch, das bringt dann auch nichts Wow Also man muss auf jeden Fall zügiger arbeiten Stimmt Hm Ich kann rauchen Haben wir denn da einen Nachschub? Ich aktuell nicht Starte Ähm, ja Lang oder Casual? Egal Hm, wer die? Wen meinst du? Zumindest ein bisschen zügiger als wir jetzt aktuell Weil wir hatten am Ende immer Zeitdruck Immer Eint dann, ah Ja das kacke Kill geil zu sein Meiner Meinung nach Zum Beispiel, ich hatte auch eben ne Runde Hatte ich glaube ich null Kills oder so Aber dreimal geplantet oder so Und dann haben wir glaube ich auch Runden geholt, die geplantet waren Ja, die nicht zu lang sind Sehe ich auch so Hallo Zum Beispiel auch einmal Da hab ich ähm Ja davon Schwärme ich wahrscheinlich auch die nächsten Wochen Habe ich mit dem Wango und äh Seinem Team gespielt Und da waren wir auf Freizeitpark Und dann kam Ja, nein? Ich glaube vom Von Paul kam dann auch der Call Kann ich nicht arbeiten Also nicht helfen Oder der geilste Call ist dann auch irgendwie äh Ja bei mir Man muss erst mal gucken wer das gesagt hat Welcher Operator das ist Wo der steht Ja, bis du dann soweit bist War's das Dann ist er nicht mehr on-spot Oder nicht mehr da wo er gecallt wurde Die kommen vom Nordwest Nordwest Uh, da war eine Ash Wo? Hier ähm Vor Züge Outside? Inside? Outside Sie sind schon drin Capitao Wohnzimmer Oder was auch immer das ist Wohnzimmer? Meist Christmas oder? Ja ja Alle rechts und dir war Capitao Das ist blit Wow Capitao müsste Injured gewesen sein Bei dir da irgendwo Hä? Wo wird denn geplantet? Ich hab doch grad den Planter gehört Darf ich Puls erschießen? Ja mach doch Gut Achso nein Ist ja unser Teammate Ja Weißt du das? Wir hätten einen verhören können Der war nur injured Hinter dir war... ja Tränster Pass auf Tränster Wurde er aufgebrochen Ist auf dem Dach oder? Ja Ich würde ihn zugehende schießen Ich würde ihn zugehende schießen Alter Der ist... Seid sich nicht ernst Da zieht er rein Ja doch Wow Willkommen im Casual Anstatt das Puls den fliegen lässt Damit man nicht behören kann Ne? Oder er reinsprengt Keine Ahnung Den Dropper aufmacht Wie auch immer What the fuck? Ähm Tapsi Wunderschönen guten Abend Was ist das? Was ist das? Aber ja Schoko das stimmt Spricht der jetzt nur Spanisch, der Mob? Oder wie verstehe ich das? Oh, ich höre eine Cavera. Oh, Topsi, danke schön für dein Haus. Wow, Frost ist die vorletzte. Okay, das war's. Okay, das war's. You have dropped the diffuser. The diffuser is now secured. Oh Gott, zwei, Bibliothek. Frost oben. Uh, ich muss hier weg. Oh, wo warst du? Eigentlich neben dir. Ja und oben. Oh. Ich hab gesagt weg da. Ja. Digga, Red Stairs. Oh du Anti-Made, echt. Wieso Anti-Made? Ja. Wieso Anti-Made? Du bist doch schon runter gegangen. Warum kommst du wieder? Weil ich dich oben gesehen habe. Ich dir helfen wollte. Und dann verpisst du dich einfach. Eiskalt. So, ich bin dann jetzt weg. Tschüssi. Tschüssi. Ciao, ciao. Einen wunderschönen guten Abend, Chaos. Was geht? Arschloch. Was? Nächst mal reagier ich nicht mehr, wenn du meinen Namen rufst. Marisa. Tut mir rein. Hat mir jemand zugeschaut? Du hast ne perfekte Taktik. Ähm. Ja, perfekte gibt es glaube ich nicht. Also ne perfekte gibt es nie. Weil irgendein Gegner wird das schon kontern können. Aber wahrscheinlich ne sehr gute Taktik für den Teller. Das heißt es doch, ne? Ich weiss welchen Raum du meinst. Der mit den Glasfenstern, gell? Ah, Tapsi. Und die verkacken das. Oh, Mensch. Oh, Mensch. Gerade gegessen. Vielleicht ranket was. Gab's denn Leckerz? Ja, hau mal raus. Die Taktik. Gut mir rein. Reich sichern ist halt, ja. Spiele ich mittlerweile nicht mehr so gerne. Also spiele ich schon lieber Bombe. Mittlerweile. Och, Mensch. Ey, warum hat Larissa ein Herz? Was hat die? Ein Herz. Ein Herz. Jeder Mensch. Hat der nicht gesagt. Ja, ist klar. Oder gibt er dir volle Preizeite? Ich sag nix mehr. Ey, Manu. Ja? Nix. Der hat einen Geschützer gegen mich gewendet. Das hat er mit dir weniger zu tun, Tapsi. Protect the Bombs. Ey, ist das Tapsi. Geben alle zurück. Wo gehst du oder ich? Ähm. Okay. Okay. Ja, Drohne. Du lagst halt überhaupt nicht mit Hass. Wieso? Guck mal, Spiegler Blitze, Tapsi. Wir waren halt einfach generell ein bisschen zu langsam. Wir hätten da ein bisschen steiler agieren müssen. Ja. Aber alle, Mann. Dann bei mir dauert's auch noch, bis ich da irgendwann mal wieder was reiß. Oh, Basco. Paar Tage, dann bist du wieder drin. Welcome back. Oh, Basco ist nicht schlecht. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Ja, Manu, WB. Danke, danke. Was geht? Was geht? Wieso kriegen wir keine Häuser, die gesporned sind? Lass es hier kommen. Hä? Na ja, stimmt. Oder kam der? Die müssten hier irgendwo weppeln. Cool, einen wunderschönen guten Abend. Am Anfang ist es immer schwer. Das stimmt. Schwer muss sowieso nicht anfängerfreundlich. Nein. Der war doof. Bibliothek. Die Bibliothek geht auf. Äh, der weppelt, ähm, Fireplace hoch. Ich möchte ein Lagerfeuer machen. Der ist ein Fireplace. Ja, aber der andere Bomben-Spot. Da am Kamin. Was ist Christmas? Äh, erstmal Stretch oben. In der Lobby. Äh, Blackbeard ist schon drin. A auf B. Dicke. Nicht die Schasse aufstehen. White Stairs. Der weiß, dass ich hier bin. Nicht gut. Dann nutze es. Überbild wieder weg. Blackbeard kommt hinter dir. Blackbeard kommt hinter dir. Was ist hinter mir? Ähm, hier ist hier gleich zugeflogen. Call, wo? Äh, immer noch auf dem Flur. Bei der BW-Schick. Bei der Züge? Genau. Der Flur. Cam macht er jetzt aus. Und zum Schluss vor der großen Tür. Ja. Oh nein! All Friendlies were eliminated. Mission Failure. Warum war keiner oben in der Camp? War die noch an? Ja. Ich war gar noch am Durchsappen. Ich war da noch nicht wieder. Wie sie sie gucken kann. Ja. Ja. Es ist halt nervig, wenn ein Call gegeben werden kann, aber es nicht gemacht wird. Du weißt, was ich meine. Warum sag ich das eigentlich? Bin ich hier der Einzige, der in der Kameras gucken kann? Ja. Nee. Glaube ich auch. Okay, nee. Ja. Will auch VIP sein. Ja. Ich kann nicht VIP werden. Haha. Wir kriegen da ein Taxi. Was? Ey, ja. Nein, ich will ins Bett, nein. So. Geht und kassel an. Ach so. Sag das nicht zu laut, wenn du was willst. Dannach gibts Permabands. Alter, was hast du denn für eine Regenbogentaste, du das sehe ich jetzt erst? Geil, oder? Nein. Oh Gott, der Christian. Ach du, ich würde da abkehren von dem. Ja, ich auch. Absolut. Also ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, das wäre mir glaube ich zu viel. Ich stehe mir vor, das ist ein LED-Hallover-Strahler. Ja, das ist gut, das ist gut. Ähm, ja, Schoko, die Taktik ist gar nicht so verkehrt. Oh, hier. Oh, hier. Castle Mute, ja. Cavera finde ich auch nicht schlecht. Von oben, ja. Also es könnte durchaus funktionieren. Ja, ich würde das gerade sehen, ich wollte doch, naja. Teamplay haben, ist richtig, ja. Und Bull, da hast du recht, im Rank lernt man mehr, das stimmt. Echt? Ja, es hätte halt einer callen müssen, dass der noch da unten steht. Ich war nämlich eigentlich davon ausgegangen, dass er jetzt On-Spot ist und gleich planten wird. Und dann sehe ich den da geradeaus durch. Und ich habe schon gedacht, er wäre umgekippt. Ja, Tapsi ist was Besonderes, auf jeden. Deswegen, nur Tapsi VIP. Mhm. Du bist doch nicht geradeaus. Wo sind die? Wo meinen die Gegners? Letzter wo? On-Spot? Ja, Flash. Ich schieße auf ihr scheiß behindertes Schild. Wie kriegt ihr mich denn noch? Warum holt ihr mich denn zuerst? Der andere liegt doch viel länger schon injured. Was macht die denn da klar? Nö. Nö. War da random. Ähm, Tapsi, ich glaube das war... Slash... VIP. Slash... Kinny7 unterstrich. Ja, irgendwie so. Und Vorteile waren, man kann Links posten oder so, ne? Mehr war das gar nicht. Man kann's halt Links posten. Hast einen Vorteil, wenn der Chat, sag ich mal, jetzt im Sub-Mode ist. Dann kannst du auch mit VIP schreiben, auch wenn du kein Sub bist. Ja. Und irgendwelche komischen Dinge. Was wirklich das alles ist, keine Ahnung. Steht auch alles auf Englisch. Das war so das Wichtigste, was ich da rausgehört hab. Äh, ich nehm an, Jack will mitmachen, oder? Nein, nein, nein. Gott sei Dank. Nee, 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 ich guck ruhig mir ein bisschen zu. Was jetzt, wir haben eh einen Platz. Nee, ich will wirklich nicht, danke. Schlecht. Na, Quatsch. Was? What? Oh ne, sorry, Oberflip war ja Caesar. Ich vergaß. Nein, Siva, du darfst nicht. Ja, mach das ruhig. Mach dich mal ruhig selber zum VIP. Sag dann schon mal Goodbye, Schwert. Weil Mods verlieren nämlich dadurch ihr Schwert, wenn man nichts zum VIP macht. Stimmt. Ja. Das stimmt. Aus, wirklich? Hast du das Spiel gerade ab, oder was? Ich glaub schon. Oh, okay. Nein. Der nächste Manuel ist raus. Ist abgestürzt. Sorry. Oh Mann. Oh Mann. Kenn ich. Kenn ich. Das passiert. Dann wollen wir hoffen, dass mein Einladen jetzt wieder funktioniert. Äh. Oh, ich kann ja nur einen einladen. Nicht. Ja, dann pass auf, dann lade ich euch einfach schon ein. Noch mal suchen. Hm, nein, Lade muss noch hin. Geil, oder? Ja, ist so. Mega. Wie, jetzt können wir schreiben. Ah, können auch noch mal schreiben. Hey, Tapsi, wieso kannst du keinen VIP? Ähm, nein, die können nicht mehr schreiben. Die können, ähm, die Zeitbegrenzung umgehen. Also öfter schreiben. Die können mehr schreiben, als wie alle 30 Sekunden, wenn du das halt so eingestellt hast. Achso, VIP. Tapsi hat noch keine 5 Leute, die gleichzeitig im Chat schreiben. What? Achso, du hast, äh, achso. Basko, Einladung ist raus. Hä? Ist das so ne, so ne, so ne Herausforderung will ich nicht sagen, aber... Ja, ist bei Twitch, ja. Achso, alles klar. Achso, alles klar. Archiv-Mint. Ahja. Ja, danke. Was ist denn hier mit Basko? Äh, komm schon. Mann, 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 Mann. Drei extra Einladungen, oder wat? Digga, ich wollte Haus-Spawn-Pieken ein bisschen. Nee, alle weg. Scheißdreck hier. Scheißdreck hier. Scheißdreck. Huch. Ach, komm mal. Da denkt man sich ja so... Aber Basko nicht schön eingerankt. So ist... Ja, nein. Weck nicht. Ich wollte es ja nicht sagen, ich habe es auch gerade gesehen gehabt, aber ich wollte es nicht ansprechen. Warte mal, dafür muss ich den Cain fotografieren. Ja, Basko, was meinst du? Cain wird traurig sein. Basko... Treib ihn, kann nix alles machen. Nix um die Ecke pieken, kommt der Platz und weitermachen. Basko... Ach komm, ich will IS schreiben und der macht US. Ich bin auch nur Silber und kein Platin. Ein... Ich bin auch nur DEA. Guck mal. Ah ne, ist Bronze, sorry. Der mit braunem Unterstrich. Seins. Wenn ich mir vorstelle, wo ich mit dem damals hingespielt habe und jetzt bruh. Ja, was wart ihr? Ich weiß es gar nicht. Also, er war Platin 3 oder 2. Und ich Gold 1. Ja, kenne ich das Gefühl. Kenn ich. Aber das war noch erste Season von Rainbow. Also... Da gab es doch auch School League und sowas. Nicht wirklich. Was ist eigentlich mit Epix gewesen? Ist der jetzt irgendwie Matt gewesen oder warum ist der so abgezischt? Wer ist denn? Von Ahnung, fragen ihn selbst. Da gab es noch Reptilienbeine. Ist so. Ja, wir können die Season auch gerne wieder einführen. Die erste, das äh... Erste, zweite, dritte, das war noch vernünftig. Da ging das noch. Ab der vierten wird geschissen. Ja, aber auch die Operator von nur... Ja, das war alles noch 100%. Ähm, was gelesen? Hab sie? Fast Balance kann man sagen. Ja. Da kam das mit dem... Die IPs kann man... Ah. Der war aber nicht so das größte Problem, Kapkan. Die Fallen hast du ja auch auf der anderen Seite vom Fenster gesehen. Ja, stimmt. Clarissa, ich fülle mit dir. Schau mal raus. Ich weiß doch, wie wir es gefeiert haben, als Frost rauskam und so. Ja, Frost habe ich immer gefeiert. Du meinst geflamed. Ah. Mit ihren scheiß Matten. Ja, aber am Anfang geflamed. Ja. Aber es waren Matten, ne? Ja. Sowas gibt es ja wirklich so in den Matten. Richtig. Da kam Operator, die hatten auch als unterlaufende Schrotflinte. Das gab es ja nun auch wirklich. Und jetzt? Kommen Operator. Die Siduetten dahin stellen. Die Kameras dahin stellen. Die schießen. Die... Ja, richtig. Und darauf komme ich halt aktuell noch gar nicht. Und was haben wir mit so der Blackbeard sein Schild aufgeregt? Boah. Boah, das erste Schild war so okay. Das einfach nur so okay war. Ja, der hat sich hingelegt im Flur. Einfach nach vorne geguckt. Du warst tot. Boah, Bull. Als ich so langsam dann die Mapkenntnisse raus hatte und so. Das war so ein geiles Gefühl. Das war echt geil. So vom Wink. Boah, geil. Wenn ich jetzt so und so laufe. Das Gefühl. Mega. Ja. Äh, Kini gehst du? Jo. Ja. Oder Hibana noch ne Claymore. Ja. Ja. Das ist jetzt ja aber schon. Also Hibana ist ja da schon. Und hier ist ja auch so ne Claymore. Ich weiß es nicht mehr. Was? 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 Ich hab meine Bände nicht wenden uns. Aber Tapsi, mein Aim ist ja auch nicht da. Meins auch nicht. ste'll ich da gehen!? Das ist ja noch Granatente. Oh Gott. Tuck. Alter. Du Behinderter. Oh yeah. Jaja, jetzt muss ich pushen. Ich hab das vermisst. Ja, dass ihr mich erschreckt? Mhm. Oha, da war ein Blackbeard. Ola hat mich erschossen. Nein, das war ein Blackbeard. Du hast mich geblockt. Woraufhin bin ich gestorben? Wie ich wieder schuld bin. Ja, irgendeiner muss schuld sein. Badezimmer, zwei. Blackbeard und Cam sind gehackt. Twitch. Oh, das ist Ying. Wie ist es Twitch? Piano, jetzt. Blackbeard, injured. Mit ARCOG. Ja, das waren noch Zeiten. Was soll das hier Gegner annehmen? Op4, last Operator standing. One friendly remaining. Nein, Tapsido kann sich schuld sein. Ich bin ja gar nicht dabei. Okay, du hast bei mir einfach mal dein Alibi-Holo-Kugel in der Hand. Was? Was bei mir die Alibi-Holo-Kugel in der Hand. Was bei mir die Alibi-Holo-Kugel in der Hand. Pokerball. Ich hoffe, die gehen in die Garage. Die können dich aussuchen. Public. Ich würde ja auch. Ich würde ja auch klicken. Da stimme ich Tapsi zu, vollkommen. Da stimme ich hier zu. Da stimme ich hier zu. Da stimme ich hier zu. Was? Was habe ich dir gesagt? Ich bin gut. Wie war das bei der Song-Request? Einfach nach dem, äh, V, ach. SR und dann nach dem Gleichzeichen? Gleichzeichen. Okay. Ah. Wow. Okay. Komm erst mal Onkelz. Was? Ich muss das eventuell nochmal reinmachen, der das nicht erkannt. Kommt hier. Jetzt. Hä? Nochmal posten. Was macht ihr jetzt? Nimmt keiner von euch den Böse? Siehst du schon, dass Kinny sich bewegt? Steht auch gut. Will sie denn den Böse haben, oder was? Die Ahnung. Ah, jetzt. Ja. Was hat Topsy geschrieben? Ich bin Pen. Ich wünsche dir gute Nacht. Ich hab nix bei Blatt. Noch mal an den Arm ohne denken. Oh, die glaube ich auch nicht. Ich kann das nicht. Ah, doch. Bis dann. Oh ja. Deine Panels Topsy. 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 Maverick ist nicht so deins, ne? Panels Topsy. Panels Topsy. Panels Topsy. Oh Gott. Ja, aber ich will links aufmachen fast. Warum macht der links auf? Von seinem eigenen Loch gescheitert. Warum macht denn der da auf? Weiß ich nicht. Ah, da ist nichts gejamt, oder? Oh, wirklich? Du hast hier gejamt. Warum hast du alle deine Banner-Targes auf den Wall? Was? Ja, du hast gejamt. Kannst du nicht brechen? Kannst du nicht brechen? Was will der von mir? Ich will nicht. Halt den Schotter! Sind die da gejamt oder nicht? Vasco sagt auch nichts, ne? Ja, natürlich, beide Seiten. Vorsicht, das Mute nicht raus. Vorsicht! Ah, warte. Nur Rissknoffern. Hallo! Na? Ich glaube, wir gehen da jetzt zusammen rein und machen den Scheiß kaputt. Kini, zünde. Ja. Der steht hinterm Piano. Einer von Treppe. Einer ist Treppe. Einer ist Treppe. Einer ist Treppe. Einer ist Treppe. Hat mich. Weniger als Half-Life. Und zum Planner ist immer ein Verk нес. Einer ist Treppe. Eine depender sind σpret. Inte 2 Mutes. Einer ist Treppe. Einer ist Treppe. Der sitzt ja hin am LKW, in einem Schild. Weißt du, der Kacklappen, der hängt da jetzt hinterher, ne? Anstatt der doch sich eben darum kümmern hätte können, die Mute-Dinger kaputt zu machen. Nö, ist er nur am Maul. Ja. Weil er hat nämlich auch eine Schrotze dabei. Und den Basko hat er auch liegen gelassen. Was ist das für ein Anti-Mate? Ja, Hauptsache, er saß da mit dem Dinger, ich fähr dafür, weißt du was. Warum ärgern wir uns da eigentlich drüber? Ja, ist er. Ach, wer ist denn da? Raus damit! Oh, randoms haben been eliminated. Seit wann zögern wir hier bei randoms? Also wirklich. Wo sind wir denn hier? Ein Herz für randoms. Ja, ist so. Ich bin auch ein random. Ich mag es auch nicht, wenn es mit jemand gibt. Typ da. Halt mir die Ohren voll irgendwas, von wegen, dass da gemutet ist. Als ob ich das nicht mitbekommen hätte. Aber meine Aufgabe als Hardbreacher ist, äh, erstmal aufmachen, weil ich irgendwas anderes mache. Ich wäre nämlich fast gestorben und hätte nicht mehr aufmachen können. Tapsys auf PS4 Platin? What? Tapsys auf PS4 Platin? What? Äh, warum? Äh, warum? Weck mich, Drohne. Wir haben wieder eine Twitch. Das wird einfacher als PC. Aha. Ja, das ist definitiv. Ich stelle mir das aber irgendwie schwieriger vor. Na, wenn du das gewohnt bist, definitiv nicht. Aber auf der PC hast du natürlich, ne? Definitiv andere und auch definitiv mehr. Ah, wir wollen eng stärker sein. Festen? Ja. Da. Position, device. Bin unten, yellows, der ist rein. Ne. Aim die auf jeden Fall ab. Mavrik brennt sich, glaube ich, gleich rein. Komplett rein? Brennt sich rein. Tür? Garagentür. Ja, Piano, Fenster. Vorsicht, Clash. Da war die Twitch. Ich hab mich gesucht. Clash, guckt unten, die yellows, der ist ab. Alles klar. Ähm, Piano, Fenster. So spät gesehen. Ach, da ist auch Blut gespritzt. Full life. Warte zum Abend. Lobby. Bowen. 4 remain Fick dich, Mann, mit deinem Scheiß. Die scheiß Nate war hinter mir, und er hat mich immer noch erweckt. Strobopop, Strobopop. Ja, Gini, lächeln. Lächeln ist schön. Mach der Party da hinten alleine. Wie kann man geblendet sein, wenn du den Rücken zu der Scheiß? Bambi, Junge, bestes Shotgun hier. Let's go! Ich hätte einen Black-Eyes-Skin für die. Würde ich gegen einen Black-Eyes für die Ash-Waffe tauschen. Ja, Ole, wenn ich meine Alpha-Packs alle aufmache, ne, und einen Black-Eyes für Ash ziehe, dann war's das mit Ash, ne? Ist dir doch klar, oder? Oh, okay. Ja, glaub mal dran. Aber ganz stark. Das kann ich da nicht abschlagen. Ja, hab sie. Kannst du nicht abschlagen. Döder Box. Da hab ich irgendwie voll Bock, meine Alpha-Packs aufzumachen, ne? Ich bin jetzt schon ein bisschen neugierig. Aber ich glaub nicht, dass er da drin sein wird. Glaube ich irgendwie nicht. Na doch. Schon. Ich bin davon überzeugt. Maestro. Du mein, ich hab... Ich hab... Ich hab hundert Alpha-Packs fast. Ich hab... Das heißt, du eh der Zebra-Mensch hier, also... Ne? Auf der Meil hab ich auch das Black-Eyes drauf. Ja. Ja. Aber nicht, weil du ihn feucht. Sondern einfach mal, äh... Wieder über Black-Eyes. Ja, ich find das Black-Eyes gar nicht so toll. Hatschi. Als ich am Mittwoch vor hab... Mh... Noch nix. Warum? Was hast du denn vor? Ja, kann man machen. Ich hab schon wieder ne Maestro, Alter. Na ja. Bandit, rechts. Hast du mich verrascht, Mann? 50 Asch Bandit. Und wo? Äh... Runde Stealth. Hm? Bandit ist bei B und Post. Das war Bandit. Wahrscheinlich nur mal jetzt... Ah, Rook. Nur Rook jetzt. Glänter ist... Von random. Rook ist da fast, glaub ich. Rook ist da fast, glaub ich. Rook ist da fast, glaub ich. Killgeil. Ey, what do you doing? Haaah. Echt. Manchmal... Das sind wieder diese Killgeilen Geier. Alter, der hatte 6 Skills und ich hatte nur 3 und ich war... egal wie viele Killz der hatte. Hätte er einfach blenden sollen. Ich muss einer rauchen. Oh, komm. Ja. Hätte der nämlich geplantet, dann wär der Rook gar nicht so geil auf mich gewesen. Hattest du den Rook denn gedrohnt? Wo hattest du, wo der sitzt? Ne. Nicht ganz. Ich hatte eben dem Random gedrohnt. Warum hast du den Rook nicht gedrohnt? Weil ich für den Random gedrohnt hab, ob der Rook bei dem Onspot ist, weil der den Diffuser hatte. Und dann hab ich gesehen, dass er nicht Onspot ist und dann wollte ich das Fenster abaimen, dass wenn der Rook dann von rechts kommt, also ich wusste, dass er irgendwo von rechts kommen muss. Weil er halt nicht auf der anderen Bombe war. Und dann sitzt er einfach da hinten im Eck. Gib mir. Ich bin auch eben durchgefahren, da hab ich keinen gesehen. Hm, der muss aber später hingegangen sein. Ja. Also als ich davor stand und auf Bände getroffen bin, war der nur Dork drin, ne? Ich hab den auch vorher eigentlich nicht gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht war ich blind. Vielleicht hat der es ja irgendwie anders gesehen aus dem Stream, aber ich hab den im Raum da nicht gesehen. Ich war's die ganze Zeit hinter dem Tisch. Aber siehste? Dann, ja. Hat einer von denen gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Mann, 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 Mann. Oh. Und dann? Ja. Nein, Mann, 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 Mann. Oh, war der Eindruck? Ja. War mitbewohner nicht da? Hat der Basko Sturm frei? Wie bitte? Hat der Basko Sturm frei? Ich hätte jetzt lieber was größeres gehabt an der Map If you see my brief, can you? I want the magic trick, yeah! Warum ist der Falk eigentlich nicht mehr da? Einfach verpiepen? Wer? Falk? Weiß nicht. Was macht er? Weiß nicht. Ist er im holo geschl... weg. Einfach abgehauen, ohne was zu sagen. ... Keine Ahnung, auf Twitch ist er nicht mehr. Dann kommt man christen, das Tapsi. Zwei Wochen oder so, ne? Das ist ein scheiße Spot. Oh what, wir kriegen den behindertsten Spot ever. Und zwar... Twitch drone. ... ... ... ... ... ... Oh, da werden wir noch gar nicht hin. Wäre auch egal, ist ja hier nur locker, ne? Mhm. Naja. Zumindest so. Dass diese Bretter so beschissen liegen bleiben. Ja, das ist auch toll. Oh Gott. Ach komm. Werkstatt unten. Ich bin mir langweil, als wären die einfach alle rübergerannt. Hätte ich so gern von hinten alle geholt. Umut, wunderschönen guten Abend. Ne, am Mündow outside noch. Der setzt sich nicht nochmal drinnen rein und fängt das Drohnen an. Ist das schon oben, oder was? Ja, aber das, was du machst, hatte ich auch vor. Oh Gott. Das hat keiner gesehen, oder? Oh doch. Elf, zwölf Leute. Oh, fuck ey. Ach, die sind oben drin. Haha. Darf'n wir mal noch vor Weihnachten? Fick dich, Mann. Ich hasse den. Okay. Oh, fuck. Ach, C, O, G gegen, ja, ne, 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 ne. Easy. Ich hab den körper gesehen. Hm. Kaptau. Kommunikativ, älter. I will happen. Ich bin nur schlecht. Wir müssen eine Bombe lösen. Der Dron hat eine Bombe lösen. Haben wir den selben Spot? Sieht sehr stark danach aus. Und hier kommt man ja wieder gar nicht weg. Ich bin eigentlich noch echt fit. Aber auch soweit gut. Ich hoffe, dass ich nur den Dreck verschmiert habe von der Brille. Hä? Ohne Bug? Geht. DMR. Achso. Ach, scheiße. Hat er nicht gemacht. Achso. 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 Oh Gott. Ich seh ihn nicht. Mit Ding. Rook. Was ist denn da jetzt los, vom He... Okay, Park ist wieder beendet. Ne, locker geht nicht. Vorne. Oh, mach deinen Arm ganz arme. Ganz doll. Nice, Basko. Wo? Oh, krass. Dieses Sekt, Mann. Von unten kann's hin nicht sein, von oben kann's hin sein. Schreisendrick. Willkommen top 2 im Spot, ey. Oh, Tapsi. Darf's sauer sein. Wen hast du gehauen? Die Wand hat jetzt einen riesen... ... 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 Ja, dann brauche ich dich. Komm mit. Hier, mitkommen. Da hinten aufmachen. Es leckt. Das ist der scheiß fucking Server. Oder mein scheiß fucking PC. Eine Minute. Ähm, vom... Was ist das? Werkstatt. Ich glaube, eine Zwischplanne. Nö, die ist tot. Der Defuser liegt übrigens hier vorne. Der Pester ist auf vier. Wo? Geht nur A. Der Defuser. Da ist irgendwo eine Drohne in der Lobby. Da ist kein Erkennen. Nein. Ist das nicht der, der Basco eben so krass, der dich geholt hatte? Mhm. Ich glaube, ja. Wow. Wow. So kann man auch gewinnen. Ja. Stell dir vor, dass wir jetzt gerade jetzt passiert, wie lange wir jetzt gewartet hätten, bis der da abgelaufen wäre. Uff. Und hier wahllos gesucht hätten und keine Ahnung. Oh. Oh. Topsie, so happy. Hello. Wow. Haha. Ja. Bei mir. Bei mir. Bester Call. Die Dronen. Also, Manu, ne? An deinen Calls müssen wir noch arbeiten. Du bist schon in der Drohnenphase bei mir. Weil du nur noch Zeit hast. Das hat er nicht gesagt. Was? Ja, das ist bei mir. Ähm, morgens Dienstag, ne? Da habe ich auch nichts vor. Muss jetzt nicht mehr aufs Training. Die Diffuser hat sich geschlossen. Du hast eine Bombe. Mach deinen Weg in ihren Location und defuse es. So, die ist mal Rook, ne? So, die ist raus. Ne, Rook. Ich will schon wieder Meeting. Kann mich irgendjemand treffen? Ja, Meeting. Ja, ich komm raus. Jenny? Ja. Ja, mach schon, ich bin dran. Ich würde nicht. Ach, da hinten. Ich dachte, du willst... Ich soll einmal anschließen. Ich hab nur Schrocken. Ja, hau ab mit deiner Schrotze. Prost. Nein. Hä? Oh. Okay, irgendwas ist anders. Äh, wir hätten, glaub ich, zwischen irgendeine Wand oder was hätten wir machen sollen. Ich hab einfach nur den Schmauk schmeißen, oder? Jo. Ich hab keine. Alter. Sie haben wonden gerade… Ich kann dich. Du hast ge restet. Sie haben die Bombe! Ich habe den Flur hinter dir, Kenny. Ja, das... Also wenn ich schrei, dann hinter dir. Ja. Ich wollte sagen, da springt einer raus, aber da ist aber so. Oh. Ich will keine Spuren. Ich will keine Spuren. Ich will keine Spuren. Ich will keine Spuren. Dieser Bastard, der geht mir gut auf den Sack. Beim Schlucken wie in der Schlampe. Der Ruh? Ja. Da steht halt es erst nach oben. Nein! Oh, Junge. Ich fände den von 20. Ähm, ja Topsi, können wir machen. Links. Left. Es hält auf. Oh, es hält. Äh, der wird Hitze. Da ist wohl noch einer durchgesickert von den Leuten, die, ähm, von dem Free Weekend. Doch, eigentlich schon, Topsi. Doch, doch, machen wir. Ähm. Hä, genau. Ähm, wieviel Uhr hattest du denn vor? Da muss ich ja jetzt ein bisschen früher dran sein. Was schlimm ist, müssen wir nicht ganz so lange machen. Ah, der Wasserkor. Ja, hau. Ja, Topsi. Ja, Topsi, erstmal müssen wir uns morgen um deine komische Szene da kümmern. Auf 17 Uhr. Ja, lass ein bisschen später machen, ja? Bitte. Du hast mal aufgestanden, wenn du mich fertig gemacht hast. Du glaubst, das ist meine Runde. Ja, ich muss um 5 Uhr aufstehen. Oh Gott, Vavila. Boah, ich hasse die nicht. Ja, musst du aufstehen um 5 Uhr? Mhm. Bis um 7 Uhr wieder Arbeit. Ah, Mann. Aufstehen. 18.30 Uhr, hm? Können wir nicht wieder 19 Uhr machen? Hast morgen nix vor, aber willst du jetzt 19 Uhr, bruh? Ja. Muss ja ausschlafen. Bisschen Haushalt. Ja. Ja, dann kannst du mir Gesellschaft leisten auf der Arbeit. Wenn du nix zu tun hast. Ich nutze noch. Danke. Wenn wir da Twitch drohen, dann arsch der Welt irgendwo in die Dachsports, ne? Das ist so geil. Ist echt so. Wenn du erstmal die halbe Mett durchqueren kannst, um zum Eingang zu kommen. Mett? Ja, Mett. Oh, du Mett verstanden? Ja, Mett. Ich hab auch Mett gesagt. War zwar keine Absicht, aber ich hab's gesagt. Ja, Moin. Bester, Mann. Bei mir. Schon wieder. Ey, Mannu. Untersteh dich. Ach, Pulsi. Wollt ihr nicht mit der Spritze meine Drohne kaputt machen? Ja. Was ist das für ein Drohnen-Hunter? Was ist das für ein Drohnen-Hunter? Was ist das für ein Drohnen-Hunter? Ja, das ist das für ein Drohnen-Hunter ist. Oh, Tapsie. Den Zappen mal wieder hier. Sonst soll sowas. Ich weiß nicht, dass die Bombe aufstehen ist. Capcan down Pass auf Capcan auf, ne? Capcan traps Wow, Tapsi! Dankeschön! Ja, push, dann hast du zwei Leute, sonst hast du gleich zwei gegen eins, Tapsi Wow Ich verstehe, ich glaub der war Puls Bei Puls war auch oben bei dir Oh, Lesion, komm Capcan klappt schon tot und geht mir immer noch auf den Sack Joa, für den On-Spot Wie, das war Ole Ach, Ole hat den Sub gemacht? Ja, das war nicht Ich hab schon die nächste Zeichnung an den Epics weitergegeben Und Warum lachst du? Nix Sag Warum lachst du? Nein Aua Lassen Lassen Muss nicht gleich kuatzen Warum lachst du? Ich lach doch gar nicht Doch, du hast gelacht Freu mich nur Achso Ich hab mich jetzt verarscht Welcher wird das denn? Also, welche Substufe kriegt ihr? Zwei Was ist drei? Ähm, weiß schon nicht Warum machst du den nicht bei drei? Warum? Warum? Warum nicht Warum soll ich den bei drei machen? Ja Ernsthaft Schon mal, wenn das ich nicht mehr passe Ich muss zugeben, ich hatte gerade irgendwie Lust auf diese Sachen Aber irgendwie ist die jetzt auch vergangen Ach Was geht zum Nicht-Taps? Was willst du doch überhaupt gehen? Guck mal, aber Beste Map, ne Hier ist total zugemüllt an Informationen Guck, guck dir Guckst du dir die an? Da Alles zugemüllt Da Ja Man sieht den ganzen Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr mit den Keine Ahnung Hier gehen die ganzen Gegner runter Hier Wir brauchen so viele Kerzen Voll unnötig Oder die ganzen Bilder Oder die ganzen Bilder Wie könnt ihr mich entdecken? Wo ist die Scheißdrone? 500 Finger fahren wir an der Wand 500 Finger fahren wir an der Wand Das ist tot Oder ein Tigerkästen auf dem Boden Oh, 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 die ging daneben, du Ja, hab's gemerkt. Ich kiesel. Ich bin tot. Oh, turn mir los raus. Ich bin nicht schon wieder in Spritze. Ich war nur bis zu den ersten Schuss. Ich muss raus pushen. Ich muss mir die Saves reinjagen. Voll cool, wenn ich das Schild aufziehe. Ey, ich brauch auch noch eine, man. Wo ist denn? Sehr schön drin. Hatte Mauno nicht gesagt, dass er tot ist? Was? Ja, ich war geflasht, aber ich dachte... Oh Gott. Jo, ich hab den Gegner nicht gesehen. Der war eins mit der Wand im Hintergrund. Keine Ahnung, geht nicht. Der ist unten da in dem Brasilien-Raum. Ganz vielen Lichterketten mit einem Fernseher und einem grün-gelben Ofen. Lato ist nicht in Sicht gespuckt. Lato ist aus meiner Sicht so komisch aus. Ich hätte nicht gedacht, dass das gut geht. Finger warm. Ja, da ist alles vollgeklatscht. Keine Ahnung. Geht zu viel Information auf einmal, die da auf mich einprasseln. Und ich hab erstmal einen Spaziergang gemacht. Und dann habt ihr den Fuse gefunden? Wir waren, glaub ich, Angreifer diese Runde. Ich hab gar keine Supportie für diese Map. Ein bisschen. Dann so, ja wohl, geh ich mal spazieren. Ja, war ja keiner, dachte ich mir auch. Ja. Wenn der auch schon da hinten ist, geh ich mal hinterher. Cool. Nice, I joined to game. Oh, ich schreib cool mit Doppel C. Das ist was besonderes. Cool Cool. Cool Cool Jumbo. Cool Cool Jumbo. Oh yeah. Bei mir. Manu. Da unter mir, ich hab keine Ahnung wo das ist. Ja, du fängst direkt schon an dir irgendeinen Scheiß anzugewöhnen. Was ist das? Ja, ich hab die Bombe gefunden, obwohl ich kein Hinterkinder gefahren bin. Ja, ist ne Frechheit. Da guck dir die Fingerfarben an. Wer ist am Tor? Ohne, tret dich mal. Da an der Hauswand, da. Siehst du da die Fingerfarben? Da überall. War unnötig. Diese Map. 10 Sekunden. Ich glaub das war die allererste... allererste an der... war bestimmt die erste Map so rum und die haben einfach alles reingeklatscht was geht. Die sind bei Manu. Manu, was spiele ich? Assisch. Die sind bei Manu. Wixer! Wo soll ich wissen? Ja, ich bin Rib. Das wird verhört. Nee, das ist dumm. Das wird nicht verhört, okay. Das war drinnen. Bin auch drinnen. Ah, wo ist der Kleintag? Ja, wo kommt der denn dahin? Pasco ist oben rumgelaufen und hat verloren. Oh. Oh, Pasco. Liegt der zufällig auf dem Dropper? Hehe. Kamera. Kamera, äh... Ding. Der Rest ist der Weg vor. Kannst sich ersprechen. Ah, den ist Integration. No, nö. Integration. In den Arsch. In den dicken Arsch. Ah. Hast du meine MVP geklautzt? Wow. Haha. Kann ich sagen warum? Weil du... War du... War du so'n doofen Call immer geklautzt? Mhm. Und das mit Absicht mittlerweile? Nee, ich hab die scheiß Dinger gehört, man. Die Feuerwerkskörper. Ich dachte, die sind unter mir. Ich hör dir gar nicht erst so'n Scheiß an. Okay. Bei mir. A call ever. Kommt, gleich... Gleich nach dem Call kommt dann... Da vorne links. Kommt noch nicht weg. Ich mein, bei mir ist gar nicht so schlimm. Wenn ich das jetzt mal eben vergleichen darf. Wenn man jetzt zum Beispiel Border spielt, also die Grenze. Und du einen festen Spot hast, wo du bist. Wenn du dann sagst bei mir, okay. Und dass jeder weiß, dass du diesen Spot spielst. Dann... Kann man das durchgehen lassen. Aber ansonsten nein. Jo. Okay. Ansonsten müssen wir nochmal einführen, dass es bei dem Call bei mir einfach mal Teamkills gibt. Haha. Bis die Leute sich das wieder abgewöhnt. Ach, ich spiel noch nur ne Twitch. Ich geh jetzt das mal. Cool. Wow. 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 Jetzt hat, äh, äh, Larissa ein Herz und ein Sinai-7, äh. Ich bin eifersüchtig. Eifersüchtig? Warum? Ja, du kannst ja subben. Ich bin ja subben. Für wieviel? Was? Wieviel? Dreißiger? Ja. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was du hast, Tapsi. Du hast die Tatsache geschlagen. Ja. Du hast die Tatsache geschlagen. Boah. Du hast die Tatsache geschlagen. Ja, das lag aber nie an dir. An uns allen. Ich lag am Vasco. Ja. Okay. Du hast die Tatsache geschlagen. Ja. Ja. Aua! Du! Ja. Ich hab' ich. Bin abgeh. Ausschlag. B cactus, hama. Ja, sie kann er lieben. okay das ist der vorteil an twitch einer ist hier Bombe A ist der Kapkan Achtung Vasco pass auf Kapkan Trap auf oh shit vor allem sag noch Kapkan und pass auf Kapkan ja ich mach das schon drinnen in die Probe aber ich hab gar nicht genug nice der steht auf dem Flur ich tue Küche wo die New Magazine wer hat die Bombe? oh komm ja das da war echt uha ja das kommt weil ich die so selten spielen darf da gewöhne ich doch gar nicht erst dran doch warum? weil ich ein Black-Eis-Tier für Ash ja ich hab dir gesagt was dann passieren wird dann musst du erstmal davon überzeugen weil ich hab da auch ein Zebra-Kam und ne? und die Elite-Skins wenn ich das schon sage ne? ne? ach vor allem kriegst du die meisten Elite-Skins doch gar nicht mehr ja du kannst meinen haben ich will aber für Vichir Cavera und so und Sophie ich halt gerne spiele ach scheiße ich spiele ja so wohl dann ok er gibt sich erstmal gönn hier ja auch am Anfang die auch passiert ja ich hätte hier was ist hier? oh ja da haste recht was hast du ein Loch? noch mal höher auf ah was da ist der Dropper offen? nein oh die sind schon vor der Tür ja du baut sie zum Wärmen wow warst du offen? ja wär cool aufnehme ich gleich ein bisschen war schon dabei perfekt das ist zwei Pro-Type Capitao glaub ich boah oben drin Cockpit echt? oh Gott da steht ihr einfach schon direkt da vorne wer ist Doc? Doc über dir oder die Treppe ich hab ihn denn den Winkel getriegt älter oh ich hab ihn mit ich hab ihn mit ich hab ihn mit ich hab ihn mit verflogen ich hab ihn mit ich hab ihn mit ich hab ihn mit ich hab ihn mit er ich hab ihn mit war klar Das ist was anderes. Und Doktor... Ein wunderschön guten Abend. Warum steht dieser Chat eigentlich immer noch nicht auf Deutsch? Ich weiß nicht, warum die englisch schreiben. Ich glaube, die können nur Englisch. Da? B ist es nicht. Ich habe vorher noch nicht gesehen. Wir müssen eine Bombe zu finden. Ah, danke. Bei Englisch ist es nur zu gut. Nachher sind das Deutsch und die verarschen mich nur. Den gibt es einen Bomben. Das ist Deutsch, oder? Was ist denn diese Scheiße? Oha. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Nein! Ja, ich bin nicht mehr. 5 Sekunden zu gehen. Das ist ein Bumpi. Mhm. hm, fixer eladen ne dann doch, oh kaisel gleich rechts ich hab gar mit schrotze ich hab ne t BOOM 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 Ist deutsch, ich wusste es Ich bin deutsch Ihr Schweine, darf man sich in die Verarschen Dein YouTuber, ist er bekannt, hab sie Jan ist wach, also vorsichtig mit dem Verarschen Ja Ja, der bannt gerne Und vor allen Dingen, wenn er erfährt, dass ihr unter 18 seid Da ist er ganz schnell Der ist ja einfach alleine Irgendwann ist er links, ja Genau Oh Gott Mira ist äh, ja Frost ist gleich weg Doch Ja, rücken, schlucken Drei Mann Flugmira und Frost stehen im langen Gang Die haben alle geschluckt Die haben alle geschluckt Das ist ein Ränder Und ich hab die alle so schön angehittet Ich auch Mit der Drohne Achso Oh, ich hab die rechte Klau gemacht, ja Ich nicht, ich hab denen allen erstmal einen mitgegeben Theo, wunderschönen guten Abend, was geht Ich hab die Beschreibung auf Deutsch gemacht Fail BAM BAM Wollen wir den random kicken, da dauert mir grad zu lange Ja, lass ihn einfach Ich hab's auch meine letzte Runde Ich hab's auch meine Ja, ist das kein Charlie Ich hab's auch gesagt Zitzt unter ihm, ne Aber Tabsy, die Antworten dir auch, ne Sprich, Deutsch lesen geht auch Go random, go random! Was? Er war doch hinter ihm, oder nicht? Von oben. Wow. Er hat sich die Palette selbst gemacht. 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 Was? Was? Du stehst da ein bisschen kacke. Ich würde da gerne aufmachen. Nein, ich bin für einen Moment. Wo sind sie? Sie dürfen. Nice. Was mit Alibi? Scheiß auf Alibi. Irgendwie ist mir da missgeschickt passiert. Weg da. Wie klein diese Scherz-Zocker-Gemeinschaft ist, ne? Ja. Hm. Jeder kennt jeden. Jeder hatte was mit ihm. Da ist klar. Ähm, oben. Cockpit. Wow. Leo. Danke schön für deinen Follow. Und nochmal willkommen. Sophie wieder oben. Kackpratze. Leg die Treppen runter. Basco. Wo? Rechts von dir oben? Easy. Komm nicht weg. Gib ihr. He. Hat der nicht gemacht. Fuse ist nach vorne drinnen. Der erste ist raus. Oh, what? Kannst du dich voneinander lassen. Und noch ein paar. War der Dropper offen? War der Dropper offen? Ja. Keine Ahnung. Klar. Oh, kein paar. Drück dich doch. Drück dich doch. Drück dich. Drück dich. Ja. Dann machst du nichts mehr. Oh, schon zu Ende. Ja. Fertig. Watt sei Dank. Ich werde unsere Type für die, äh, äh, wie heißt es? Vermissten. Haha. Markburgstum. Haha. Nix festlegen. Ich danke euch. Gerne. Fürs Nehmen. So ein Noob wie mich. Äh, deine Noob-Coils, ja. Finde die Maschine ab. Haha. Ja. Man schlaft gut. Ja. Komm mir das mal nach hinten filmen. Ach, danke. Die sagen alle Uff. Das ist das neue Jugend. What? Habe ich da was verpasst? Was? Das ist Uff. What? Alle sagen das. Was? Uff. Ja. Vermutlich. Ich blei. Oh nein, warum nicht? Das ist doch kein Tord Sebastik durch, oder? Dimi? Dimi? Perlalk, das macht voll Fehler, dieses Uf. In letzter Zeit. Ah, Tower. Ah, deswegen auch schwarze Bildschirme, alles klar. Ja, war wieder schwarb. Das ist raus. Ähm, kommt drauf an, ob du dann als Jugendlicher geltest, weil, äh, solltest du die Jugendwörter kennen dann ja, oder? Kennen sie zum Beispiel gar nicht. Sag nur Mark Zuckerberg. Oh Gott, Auge raucht mit? Geil! Läuft bei dir. Was für ein Zucker? Ohne Einladung? Ja. Ohne Einladung? Ja. Okay. Okay. Zuckerberg. Wegen Mark Zuckerberg, der den Facebook gefunden hat. Rauchen? Rauchen. Rauchen. Rauchen! 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 Klauze! Klauze! Rauchen. Oh, feststellte Tasse. GG. Und wie war das? Äh, Kipper, ne? Zehnte. Ah, das geht doch noch. Ich tanze, tanze, tanze aus der Reihe. Mach's jetzt. So, Einladung ist raus. Wenn du dir eine Zigarette ansteckst, oder was? Ja? Gibt's doch nicht jedes Mal ein Ausrufezeichen, Rauchen einem, wenn du eine Zigarette anmachst. Nö, aber das könnten ja meine Mods machen. Oder meine VIPs. Ohne Einladung ist raus. Ja, moin. Damit könnt ihr alle zwei Minuten beschreiben. I'm sorry. Geht es, Mitch? I'm sorry, ich bin kein VIP. Alter, ich kann nicht mehr Deutsch lernen. Ja. Ich kann mich hier beingen. Oh, man! Ich würd's eh nicht machen, ich mag den Befehl sowieso nicht. Was, Co? Mach's los, keine Einladung. Machst du wieder... Jenny! Ich, ich hab mich schon zweimal eingeladen. Gar nicht, wahr? Wenn der da immer in seinem Scheiß, äh, sich stören-Modus ist, dann kriegt der die Einladung auch nicht. Aber erstmal kontrolliert. Knorke möchte mein Buddy sein. Wer ist Knorke? Seiner von euch? Knorke? Das Wort hab ich schon lange nicht mehr gehört. Habst du geschlafen? Good dreams, Topsy. Bis morgen. Tollteets. Wunderschönen guten Abend. Kann man mitspielen. Wie alt bist du denn? Und wo ist das Hallo? Echt? Hallos schreiben. Das ist schon wieder, also... Und auch ein Follow da lassen. Und jetzt dazu noch ein Sub. Der Sub muss nicht sein, aber wenigstens... Aber ein Hallo wär schon nett. Ich hab sie... und mach da 10 Kills in der Runde, weißt du? Ich bin 18 und hör mich etwas jünger an. Wie jung denn? Wenn er das schon schreibt, glaub ich ihm eigentlich schon, dass er keine 18 ist. Das bezweifle ich nämlich auch gerade. Ja. Hört sich deine Stimme so an wie meine? Oder wie meine, oder wie vom Ole. Oder wie vom Manu. Manu ist ja auch noch hier. Manu, sag mal was. Was? Okay, das reicht. Was? Was? Nee, das reicht. Ja, du hast schon genug geredet. Was hab ich? Nix. Genau. Manu, nix. Nee, alles gut. Ja, ja. Ist schon klar. Ja, freu ich. Aber Taps sieht er sich voll süß an, im Vergleich zu mir. Wie oft werd ich eigentlich... Wie oft werd ich eigentlich... Wie hört sich ja selbst süß an, wenn ihr meckern ist. Ich hör mich auch nicht an wie 18. Ich hör mich auch nicht an wie 18. Ich hör mich an wie 50, Alter. Keine Ahnung wie 15 oder so. Ja, 15 ist hart. Ja? Lass es lieber. Sagen kannst du immer viel. Wett nicht wer dahinter sitzt dann, ne? Eben. Das ist es nämlich. Und du bist ja gearrscht, wenn irgendwas rauskommt. Sorry, Zwiebel. Nimm mir das nicht böse. Ich bin nicht süß. Also ich glaub ich hätte lieber Tapsys Stimme als meine. Ich glaub werde ich als kleiner Junge geflamed. Ich hab hier keinen H-Punkt. Wollte er da etwa Hurensohn schreiben? Was? Wo sind's dann? Jawohl. Uhrensohn. Wenn der Vater der Huren herstellt. Ich muss ja sagen, mittlerweile mag ich die Map ja, ne? Was für... Oh, geht weiter. Ja. Scheißen-Dreck. Uh, Scheiße. Wollt Facebook noch. So, kann mich jetzt mal gleich einer nach dieser Runde dran erinnern, dass ich noch zur Heizung muss? Danke. Du musst zu heiß sein. Kannst du ja erstmal Feuer machen. Ne, wieder gegenkloppen, dass sie wieder angeht. Ja, aber Tapsysier das doch als positiver Merkmal. Wie viele einfach keinen Bock haben auf Flamer. Wollen, wären das doch süß. Dann ist das doch deutlich angenehmer als einer der... Er setzt seinen Schnauzen. Sieh das doch als Kompliment, Taps. Dass ich das niedlich finde, wenn du am rumragen bist. Oh, die Custom-Game. Ja, weiß nicht. Wie viele Seiten ihr? Eins. Ich glaube, wir haben Girl im Team. Hallo, Hibana. Hallo. Ich glaube, einer von euch hallo. 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 Hallo, du bist nicht im Game. Hallo. Hallo. Also seid ihr vier? Und Doktor? Oh. Sie bekommt noch 90 Punkte. Maestro? Ah, hab ich schon. Soitzige. Die Anfrage. Siege, ich will gerade auf Einladung an. Oder die Anfrage annehmen. Drücken. Bis zum nächsten Mal. Ich blende auf! Ah, baut es mal. Nice, good job. Nice. Pistol im Brustkörper. Ich hab ständig hängen. Ich hab sie halt Wurstfinger. So wie du? Ja. Okay. Aber ich hab keine Autokorrektur bei Switch. Das regt mich voll auf. Sprich, wenn ich mit meinen Wurstfingern mich fünfmal vertippe, muss ich jedesmal löschen, zurück und dann... Oh, richtig abfuck. Ich lustig. Ich kenne ja auch. Okay. Willst du mich beleidigen? Aha, das kann sein. Tapsi, hast du iPhone? Ja, ich kenne nicht. Ich kenne mich nicht. Ich kenne das Radio. Oh, das ist schon gut ich bin selber 2 habe ich noch ich bin selber 3 ich bin selber 3 auf dem dach geht was ich habe zu lange gebraucht und blackbeard schwierig mit der pistol Ah, der macht das schon. Oh Gott, ich hab's verkackt! Vorne vor der Lobby. Huch! War nervös. So'n bisschen. Ah? Oh. Oh! Immer noch auf dem Dach einer Wir haben viel zu viel Zeit War gut getroffen Blenden? Echt? Ja War ein bisschen spät? Ich habe es zu spät gehört Ich habe überhaupt keine Sicht dahin Auf jeden Fall Küchenpänster Wo haben die denn geplantet hinten? Ne Küchenpänster Wie kann man denn so behindert Luck haben? War da die Bombe bei dir im Weg oder was? Keine Ahnung Oder ist das magische Schutzschild wieder aufgetaucht? Wie immer bei den Franzosen Ah... Mach die Franzosen nicht Ja Paypal, ich weiß Mist, dann jetzt... Mach dir doch schnell Butterbrötchen Jo Mach dir schnell Butterbrötchen Jo Können dir Kräne wäre auch ganz geil Ja Das bringt dir aber nix wenn du Hunger hast, also mir ist das schon immer egal, ich mach mir ja trotzdem was zu essen. Warum kannst du nix essen? Billiard? Ja, da bin ich gerade durchgefahren. Die sind Billiard oder nicht? Ja die sind Railcalls ... Ich muss nur sagen, dass du auch auf der Webseite fahren. Achso, ok. Dann hast du recht. Ich wollte nur sagen, hab ihn gefunden, ist aber nix da. Ist auf jeden Fall besser als der Call von Manu. Bei mir. Wichser! Boah, ich freu mich dem Gangster. Weißt du was das ist? Ich bin da eigentlich nur lang gelaufen, weil ich Kapitao den scheiß Geflügel in die Hand drücken wollte. Ja. Das waren so lustig, das freu ich scheiße. Boah, das war schon ein bisschen witzig. Am liebsten würde ich den einfach melden wegen Kacke verhalten. Mach das doch. Ich glaube ich mach dir eine 5 Minuten Tarina. Ich glaub sie hat mir Hunger gemacht. Ja. 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 Ich werde ihn verraten. Ah, ich wollte gerade picken, ja? Ja, hat das Spiel für dich übernommen. Ja, hab's gesehen. Der Wasserkocher braucht immer so lange. Also, meiner geht richtig. Ey, Drohne! So nicht! Blöde Missgeburt. Komm zurück! Okay. 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 Ich bin jetzt hier. hey yo kev vision please open hallo vision yes can you open please thanks man ich spiel da mal raus und viel Spaß machen ja schlaf gut und vielleicht bis morgen alles klar ciao ciao wo ist Monty? hier, Aquarium outside, auf dem Balcony Don't go there, on the focus ja jetzt mein c4 verschwinde es ist noch eine outside ruine ja einer noch auf dem dach ach blackbeard, ja wer sonne ich hab mich jetzt selbst mit einer lesion trap aufgeworfen wo muss der am legbeard stehen auf dem dach war der? ja ich glaube es wird geplantet ja wir haben noch eine can ja der defuse mission successful tokyo wb das ist ja auch blöd wir wären bereit ja wie viele seid ihr denn und ich weiß nicht ob die anderen überhaupt bock haben ichMark was kto redet einfach gar nicht mehr hä? hä! er sei gestauter duell so ein schnaug zaupissa Glass Green Ich glaube, ich habe einen neuen Glauben für mein Glas. Wert 4 Wir müssen eine Bombe holen. Ja, hallo Lenno? WB? 4 weil sonst hätten wir irgendwie zusammenschmeißen können wir sind 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 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 6 6 10 11 11 damit das halt alles enger ist halt ne viel angenehmer, viel kompakter ja, das Wort gibt's nicht, das heißt einzige, weil einzige kann man nicht steigern da hat er recht nööö wo waren die? also ich hab nur wo gehen hier hier der Ole auch mundfaul? jaaa ne ähm shisha launch robillard jetzt ähm dropper ist offen ach komm ach komm junge warum werde ich eigentlich jedes mal so beschissen von den droppern geholt ich weiß die Stay there, don't move. Stay there. Ach du warst Monty? Ja. Deswegen warst du voll am rumlachen. Guck mal erstmal mit dem Hund raus. Ich hörn dir, pass auf dich auf, dass du geklaut wirst. Ich weiß gar nicht, hab ich einfach weggekriegt. Nein. 40%, come on. Ich muss grad nach der Heizung gucken. Wenn du die Tastatur runterfallen lässt. Ja. Eigentlich ganz angenehm. Ich jetzt. Ich kenn auch einen, der hat die Tastatur auf dem Schoß. Gell, Basko, der Evo? Ja. Alter Schwede, der spielt mit Tastatur auf dem Schoß. Irgendwie so. Und die Maus hatte der auf dem Computer, ne? Oder so? Ja, nicht mehr. Nicht mehr. Ja, aber früher. Wo er umgezogen ist. Und dann war er zu faul, seinen Tisch aufzustellen. Da hat er sich im Schneidersitz hingehockt. Bildschirm auf dem Boden. Dann die Maus auf dem Rechner. Ja. Let's go. Gib ihm. Aber er konnte damit eigentlich noch recht gut spielen. Was ich nicht verstehen kann. Hat er nicht sogar noch im Schneidersitz gesessen? Und dann da irgendwie die Tastatur? Ja, ja, mein ich ja. Im Schneidersitz hat er sich auf den Boden gehockt. Darauf die Tastatur. Ja. Ihr seid drei, wir sind auch drei. Weil er nur zu faul war, seinen Tisch aufzubauen. Oder wo der im Suft seine Hose hinterm Fernseher geschmissen hat. Ja, aber gar nicht. Leute, Leute. Ihr glaubt nicht, was passiert ist. Was? Ich hab meine Hose gefunden. Ja, nice. Ja, ich hab ihm vorher so Faust gezogen und hinterm Fernseerschrank geworfen. Ja, gut. Nach dem Bus bauen, ne? Ich glaub, der war vorher schon mit Jake und so unterwegs. Also mit ein paar Kumpels von ihm. Ja, das kann sein. Danach hat er ja noch mitgenommen. Der Io. Irgendwie vermiss ich den Io. Der will mir die ganze Zeit Overwatch kaufen. Ach. Der Dreck. Hey, Basco. Komm ran jetzt. Wir spielen Overwatch. So, nee. Ich kauf's dir. Ich sponsore es dir. Ich so, nee. Lass gut sein. Huh, eine Follower. Frozen. Dankeschön für den Follow. Der Doktor lädt mich jetzt ein. Aber wir sind auch drei Doktor. Passt nicht. Was ist der denn jetzt? Scheiße. Hm. Sledge. Sledge. Sledge? Ja. Achso. Wegen. Gegenhauen? Ja. Ja. Achso. Ui. Ich glaub, der Ole braucht ein neues Haus. Wasser muss er auch holen. Das heißt, die haben keine Wasserrohre. Ist ja überhaupt Internet da nicht. Strom muss er auch immer regelmäßig reinholen. Schlimm. Wo? So anders. Ein PC am Laufen, oder? Wie muss er die reinholen? Keine Ahnung. Das ist quasi so ein... So der da Windmühlen abzwacken, oder was? Genau. So in etwa. Kannst dir das vorstellen? Unten hat so eine Windmühle rumgeschraubt, aufgeflechtes Ding. Die kam ein bisschen so verbunden. So Verlängerungstrommeltrank gehämmert. Hab einfach bis nach Hause gezogen. Ich muss dir das so vorstellen. Du kennst doch die alten Jägerhäuser in den Wäldern. Da wo die Jugendlichen sich immer in den Horrorfilmen einfach nichts ist. Wasser aus dem Brunnen, kein Strom, kein Licht, nur Kerzen. So im Haus wohnt der Ulle. Ja moin, muss los. Heizung geht nicht, er muss jetzt erstmal in den Wald Holz holen. Aha. Holz ist da. Wir spielen nur so. Ich glaub ihr wollt Customs spielen, ne? Ich glaub der Ulle hat keinen Bock auf Customs. So. Kann weitergehen. Ja, die wollen Customs spielen. Aber du willst nicht Ulle, ne? Was sagt Basco? Wie ist das Jacoby? Ich? Nö. Warum? Ich hab Bock. Weiß. Ja Leute, der Ulle hat keinen Bock auf Custom. Wie gesagt, wir hatten noch zwei Plätze frei. Zwei Plätze, würde gehen. Das hat halt funkt. Ja, aber die Keine-Bock-Einstellung ist ja jetzt schon da. Sorry. Wenn du weißt, was ich mähen. Ja. Ich mach bald da. Couching. Wir sind Fußballmanager noch. Und dann Hayabubu. Ich war morgen frei. Aber ich muss morgen früh raus. Ja, da sind doch so Diamond-Player, ja? Die geben mir dann ultra auf die Fresse. Was ist das eigentlich für ne Diskussion da? Mach ich nicht. Ach. Ach. Der Start ja schon. Ist ja gut, Ulle. Danke. Der Punkt legt da hier mal. Ich hoffe, ein Smurf. Siehste? Naja, die zerficken uns dann. Und dann wollt ihr mich auslachen, wie ich im Stream ragee. Mhm. Aber ihr schaut, Jungs. Die sind viel zu klein. Fünf Minuten Terrine oder was? Mhm. Ah. Hol dir doch Dosen, Ravioli. Da ist ein bisschen mehr. Ah, ne. Da hab ich mir ekel gesoffen seit Rock am Ring. Ekel gesoffen? Ach. Ja, kennst du nicht... Kennst du nicht... Du solltest das auch nicht trinken, ne? Kennst du nicht Flankiroli? Nein. Anstatt Flankiball mit nem Bier? Mit Ravioli-Dosen? Ja. Och, was seid ihr denn für Noobs? Das sind für die Hardcore-Einsteiger. Ich kenn... Ich kenn... Siehst du, die wollten uns sowieso übelst auseinandernehmen. Leute, jetzt seid ihr mir voll unsympathisch. Eben wart ihr noch. Cool. Ey. Und abgehoben ist er auch noch. So. Tschüss. Ich schieb ab. Irgendwas kaputt gemacht. Jäger. Von dir wahrscheinlich. Ich bin kein Jäger. Oh. Oh, keine Ahnung. So. Jetzt hab ich die neuen Operator mal gemacht. Hast du oft im... Wie ist es? Ja. Ha ha ha. Ja. Ich bin kein Jäger. Das ist ja nicht mehr gerade. Was ist denn? Du bist. Das ist ja nicht mehr gerade. Wie ist es? Ja. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Ich fahr mal da rum mit meinem Moped Ich glaube ich bin viel zu naiv Ich hab gedacht das wären nette Jungs, aber die sind voll böse Der nette ist böse Oh der ist mal injured Ich hab noch einen Bein und einen Bug Das sind die Musik Schöpfen Das war's für heute. We need to locate a bomb. 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 ... ... ... ... ... Der arme Dackel. Der Welpe ist halt mal ebenso groß wie der Dackel an sich. Ja, genauso als würde aus ner Katzenhund kommen. Ja. Oh, hier ist nix. Ein Zippy, wunderschön guten Namen, wie geht's hier? Vergesst niemals die Klamo vor dem Panzer. Ich bringe noch rein. Der SF von mir! Gibt er mir noch ein volles Rohr. Hey. 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 Ja, ich muss mir erstmal die Link erst angucken, bevor wir weiterspielen. Oh, Basko zu Null. Schön. Wow. Glaub ich in Alpha Pack. Immer noch nicht. Oh, ein. Oh. Oh. Ah doch, das Bild kenn ich irgendwoher. Doch, doch, doch. Stimmt, stimmt. Das hast du mir mal gezeigt. Aber wie kommst du jetzt aufs Sturm? Guck dir die Frisur an. Von dem Hund oder von ihm? Von dem Hund oder von ihm? Nein, von ihm. Achso. Die sind so gestylt, Ole. What? Ja. Kidding, ne. Nur weil du deine Haare nicht mehr stylen kannst? Ah, halt die Scheiße. Bam. Halt einfach die Scheiße. Das ärgert mich, sich hier zu. Was ist denn mit Zippy und Steini? Wollt ihr nicht mitmachen? Hock da unten? Also alleine? Ja, aber ich die. Ja, du die. Ich sie auch. Sie uns nicht? Nein. So. Wollt ihr mitmachen, Zippy? Okay, dann nicht. Wenn ich will. Der hat schon. Schuch. Ja, verreckt. Ist Basko eingeschlafen? Aber er stirbt woanders. Basko, bist du eingeschlafen gerade? Oder hast du dich verschluckt? Er schluckt aber. Boah. Vergessen zu schlucken. Gefühlt, ja. Ah, danke. Ich auch. Uff. Mach ich jetzt hier. Ah. Ah. Gut, dass ich gerade sowieso überlegen war, Twitch zu nehmen. Pff. Gut. Puh. Boah. Scheißegal. Brauchen wir nicht ein Casual. Da wird eh nicht reinforced. Wohl. Wird es? Wir werden erst mal drei Leute versuchen, Spawn pieken. Jo. Zeigen wir denen einfach, wo der Hammer hängt. Und für die letzten zwei Brauschen, wenn ich mir die Wand aufmache. So, wo sind meine Assists? Ich höre sie doch schon. Ja, das ist der erste. Oh. Okay. Bleib dabei. Die sind, äh, hier, ähm, ne? Erdgeschossen. Bevor jetzt stundenlang war das im Fall. Wo sind die anderen bei? Die haben auf jeden Fall noch ein Legion. Und Frost. Und Frost, ja. Legion and Frost. Oh, Tachanka. Mhm. Mhm. Ich hab auch als erstes gedacht, Kapkan. Weil eigentlich keiner Tachanka pickt. Und dann ist es tatsächlich Tachanka. Mhm. Und die haben alle die Wände zugekommen. Ach, das war nicht. Wir haben keinen Hard Preacher für Heave. Den gehen wir woanders wollen. Oh, die haben auf den Kest geklappt. Ah, I don't care. Äh, Basko? Machst du mal die Tür bitte? Danke. Hey! Wir haben sie mal einen Husten eingesetzt. Oh Gott. Hinten in der Doppeltür, zwischen den Räumen. Oh. Ja, alles klar. Oh, der geht ab. Der hat Bock. Ich hab dich auch gesehen. Kurzzeitig. Oha. Oha. Was soll das? Müdigkeit zu zahlen. Ja, auch schon. Ich bin immer noch unsichtbar. Was denn hier los? Was sagt mir denn mal aus? Ja, du bist noch unsichtbar. Hm. Ich fäll dir früh ein. Was ist eigentlich jetzt quasi? Big Bang. Ich sehe das gar nicht, was jetzt. Ja. Das ist nicht. Das ist richtig, Sophie. Und aufgepasst. Oha. Das ist ein aktuelles Tier 2 und 3. Oh. Der ist aufgerufen, Diggaard. Ja. Das wär so wichtig. Genie. Hm. Was ist denn aktuell Tier 2 und 3? What? What? Emotes. Vom 10er und 25er. Was da kommen wird? Ne, welche das gerade sind. Gar keine, glaub ich. Oder? Du wirst ja doch Emotes haben. Ich hab da noch gar keine. Ich hab da nur den einen. Du hast bei Tier 2 und Tier 3 keine Emotes drin. So. Okay. Der Epix macht mir doch jetzt den zweiten. So. Dann mach doch gleich den dritten hinterher, dass er alle drei sind. Ja, aber den muss ich ja erstmal. Ich hab ja jetzt erst den zweiten gemalt. Ja. Bild hab ich dir doch geschickt. Hush. Hush, hush. Epix muss ja erstmal den einen machen. Ich wär dafür nur für nen Emote mit nem Stinkefinger. Das, 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 das hätte auch was. Man könnte das auch bei dem aktuellen noch mit reinbauen, oder? Ja, aber der muss die Wiener Hand weg. Wenn du mal den Stinkefinger wirst. Hä, wie meinst du? Ja, dann darf der nicht winken, wenn er den Stinkefinger frei ist. Nein, ich mein bei dem, der Matt, der Matt-Kinny. Wenn Kinny Matt ist. Ja, das stimmt. Da passt der am besten hin, oder nicht? Ja, das stimmt, allerdings. Ach, leck mich doch Drohnen. Ich hab, ich hab ein Herz für Drohnen. Ja. Dann hab ich eigentlich alle Emotes die brauch. Und ein Facetime. Vielleicht noch. Ja, dann diesen einen, der halt winkt, ne? Ja. Bei Matt muss ich noch den Finger hin, und dann machst du noch einen mit Facetime. Das war ja toll. Mit was? Ja. Ich bin jetzt auf Deutsch. Ja, hier, Hand vor dem Gesicht. Ach, wie der Affe bei, äh... Was? Ja, wie... Ne. Ah doch. Den da. Ma, hat hier gerade jemand zwischen... Bestes Drohnen-Aim. Haha, ja. Danke. Wie nennt man dich denn? Geh. Einfach get. Get. Äh, ja, ich hab ein Herz für Drohnen. Ich krieg die nicht kaputt. Ich, äh, mag die einfach zu sehen. Wo sind die eigentlich? Ja, der ist auch cool. Aber ich will auch den, ähm, mit dieser komischen Kiffer-Sonnenbrille. Den find ich auch cool. Aber kannst du den nicht auf den Winkenden setzen? Hä, wie meinst du? Ja, wenn du auf den Winkenden smiley so ne Sonnenbrille drauf machst? Guckst du? Dann ist das ja... nicht mehr das, was es sein soll. Ja, aber der winkt dann ja trotzdem noch. Der hat dann ja halt nur ne Sonnenbrille dabei auch. Aber dann... Dann gibt er nicht mehr das wahr, was er machen soll. Wenn du weißt, was ich meinst. Ja. Warum ist hier die Tür offen kein Gegner? Fällt mir nicht. Wo sind die denn? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, warum ich falsch geld. Was, komm! Mein AIM! Ja, Full Life! Äh, in... Kitchen! Ne, was ist das doch? Kitchen! Hm. Jetzt! Einfach jetzt! Richtig, jetzt! und Dreck! All'll findes are eliminated. Mission failure. Ich bin nicht schön. Ich bin nicht schuld. JIT? 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 Ach, herrje. Dann muss das jetzt aber richtig sein. JIT. Warum sich manche Menschen so einen Namen überlegen? Ich weiß es nicht. Schwer. Ja. JIT? 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 Wenn er ihn gedownt hat und er ihn hat, dann habe ich gesagt, ne ne, ich wollte das ihm heißen, weil er direkt vor ihm lag. Okay, das ist schon was, wie ich ihn jetzt auch an zu weinen. Nein, nein. Dem hätte ich dich nicht mehr angenommen. Jetzt ist es relativ wurscht für die Güse. Ich hab ein Loch gemacht. Ich kenn kein Englisch, das steht auch unten in meiner Beschreibung. Mein Englisch ist noch zu gut. Noch mehr Löcher. Ich kann doch einfach NEAT sagen. Oder der Jan schoint einfach mal grad aufs TS und sagt mir, wie es ausgesprochen wird. Oh, was war das? Oh, der ist ja schön in der Szene. Oh, der ist ja schön in der Szene. Komm, was ihr da kommt? Oh, tut! Ich glaube, Thomas krieg ich mir sogar besser gemerkt. Ich glaube auch. Hey, Pasko, sind wir? Ja. Warum? Pasko, wieder. Na, Pasko. Okay. Pasko, das ist noch eine Outside Cam? Soll ich nicht ran aus dem Winkel. Oh. Echt, Outside Cam? Okay. What did you say? Ah, it's okay. Ist das gerade eine Frau? Ich glaube. Oh. Oh, Ola hat einen Song reingemacht. Ah... Ja... Ja... Aber warum kommt er nicht? Kaputt! Ach, der läuft, aber zu leise. Ich sag ja, das liegt an dir. Ja, das Lied ist ja aber auch kacke. Ach, warum fällt der das denn nicht? Ich mach die Map immer noch nicht, ne? Das ist ja... Ach, sind schon fertig? Ja? Ja. Pau zu. 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 Was? Ja. Ja. Also ich hab bisher nur eine gesammelt. Also ich hätte, wenn ich alle gesammelt hätte von damals noch und so, wäre je, aber... Müsste ich im Glas da gucken, kann ich dir dann schicken. Ja. Wir können auch zusammen ein Bitchen. Falky. Ja, müsste eigentlich auch gehen. Wenn Falky nicht immer so beschäftigt ist. Oder hat er einfach aktuell ne Freundin? Weiß ich nicht. Kann auch noch schauen, das steht ja mit keinem mehr. Soweit ich letzter Stand war nur, dass der Eskimo bei ihm arbeitet. Der Eskimo ist jetzt wieder unten im Saarland. Hab ich auch schon gefragt. Aber das war halt ein bisschen kurzfristig. Kann auch Spiel. Kann ja ganz dringend an der Außenlinie stehen und... Ich hab's mir vorgestellt, wie so ne Fliege vorbeifliegt, weißt? Und Kini mit der Fahne da rumwedelt, wie der Chefmeister. Und er hat zu werden. Ich hab mich irgendwann auf die Bank gesetzt und war halt die ganze Zeit am tickern. Und der Schiri dann am Ende, als ich dann am Rauchen war, meinte so, ob ich denn meinen Job gut gemacht habe. Ich so, ja. Also ich finde, ich hab das gut gemacht. So stur, wie sie denn ist, wa? Jo. So weißt du das gar nicht. Okay, die hat rot gesetzt im Spiel. War mir klar. Aber diesmal ne glatte rote. Ich konnte mich jedes Mal, äh, konnte ich immer mit ruhigem Gewissen sagen, ich hatte noch nie ne glatte rote Karte. Tja. Ja. Und der Main-Dobby ist, äh, in der Bakery-Camp. Na komm, Petter, komm da! Die saß da sehr einfallsreich. Abstärs. Eine Roki ist das. Oben. Ella, Stairs. Main-Lobby-Stairs. Immer noch in der Base. Hey, Diffuser! Go! Can you say that friendly and nice, please? What? Der Freundlicher sein. Meint er der? Wow. Jetzt habe ich wieder einen Aim-Bomb. Was ist denn hier los mit den neuen? Ja. Ja. Wieso spricht er bei euch auch nie raus? Leck mich doch am Arsch! So, Bakter, wir haben ihn nur noch einen Gegner. Wot, der denn den Dropper verloren? Ey, really? Spot. Ja, ja, ja. Der ist weg. Der ist weg. Was, ey? Fotzen. Was, ey? Ich hab' nur gemeint, dass da der Fuser mal losgehen kann. Wo ist der? Äh, On-Spot. Was heißt On-Spot? A, B? Oh. Der Gang vorne vor. Ah, Ola. Jenny, bist du da, ist es auch fünfmal weg, ne? Ja, aber... Ja, ist okay. Come on! Äh, du bist eins zu hoch. Ach, Quatsch. Ja. 50 Sekunden. Steht dort durch. Mal scheiße zu sehen, der stand noch hinter dem Arsch. Wer war das? Zug. Was war der Random-Schul? Ganz klar. Ja, der sowieso. Das ist ganz klar. Voll Idiot. Buh! Woh! Du kannst nicht warten, über die Grenade jetzt! 10 Sekunden 5 Sekunden Top 4 has yet to locate a bomb 5 Sekunden The map Ich denke, das bräuchte ich nicht. Nee. Aber ich glaube, Jan möchte uns gerade besuchen. Ja? Ja. Ja. Ja, du wiesn. Aber wenn der ja schon hier auf dem TS ist. Bist du? Hallo Jan. Das kannst du mir eigentlich verraten, wie man den Namen ausspricht, oder? Hm. Warte. Laut jetzt. Nein! Geat! 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 Der letzte hier bei mir. Ähm, oben outside. Haben. Was hat der geschrieben? Irgendwas mit Basko, Respekt. Irgendwas mit Basko, Respekt. Was hat der geschrieben? Irgendwas mit Basko, Respekt. Geat! Also wie? Geat! Eins, zwei, schiel! Geat! Geat! Das Y, ja. Geat! 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 Ich will schon nicht mal so da mal schau mal an. Was sind die eigentlich? Ich weiß nicht. Äh, Kitschen oder so glaub ich. Ja. Dieser Server. Ich geh kurz zum Strahl. Das ist gar nicht so gut, was ich gerade mache. Wo ist denn die Ash? Da wo du nicht bist. Mach mal die Treppe halt selber auf. Tschau. Hier, okay. Nein. Oha. Ist sie erschrocken? Nein. Nein. Pff. Ist er wohl da sich erschrocken? Es ist wirklich leid. Ich muss noch rein. Das tut's nicht. Oh nein, ich hab den Defuser. Oh. Das war jetzt schlecht. Das war jetzt schlecht. Oh nein. Wo liegt denn der Defuser genau? Bei der anderen Bombe. Dann können wir mal Frost mit am Winkel drauf haben. Die sitzt links von dir. Weg. Also nicht gefankt. Ne, gleich links. Und dann oben auf diesen... Dings drauf. Dings drauf. Ja. Ja. Gott. Ja, wie gesagt, ich habe voll die Legs. Wie vorhin die Legs? Ja, keine Ahnung. Ich wollte zum Beispiel switchen und, also die Frost ist zum Beispiel plopp, da war die schon durch. Ja. Und dann wollte ich Waffe wechseln und dann hängt das einfach hinterher. Ja. Sind die Legs vorhin eigentlich besser geworden, als du neu gestartet hast? Ja. Ich glaube, das liegt jetzt echt am Server. Kann ich sagen, dass deine Auspastung wieder auf 100% ist? Äh, ich kann mal gucken. Das will ich ja gerade wieder. Weil Rainbow hat ja nach wie vor den Bug, dass es auch mal auf 100% sein kann und dann nicht wieder weggeht. Wenn du das neu starten musst, das hatte ich die letzten Tage ja auch öfters mal. Ich guck mal. Wenn du dich erinnerst. Wunderschönen guten Morgen, Schnitzel. Ist doch schon wieder so, oh Gott. Ja, Schnitzel kommt immer in den Morgenkraustunden. Ja, der ist gerade auf 90% gesprungen, meine CPU. Während du da noch so rumfasst, kannst du wieder neu starten. Ja, aber keine Ahnung, ich habe ja die Hoffnung, dass es einfach der Server ist. Ist es nicht. Nein. Wobei man sich bewegt hat, ist es nicht so, dass es nicht so rumfasst, dass es nicht so rumfasst ist. Er schießt auch einfach weiter, obwohl ich schon längst aufgehört habe und so Sachen. Woher kann man durch die Pappe durchgehen? Alles klar Tokio, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Kwee kwee kwee. Kwee kwee. Kwee kwee. Kwee kwee. Ich kenne Phil, den habe ich auch immer Philiboy genannt. Ähm, Frost... Nee, Ying kommt über... Aber wie nennt man das? Bei den Kitchen. Hinter der Kitchen. Suckte. Die hat ein Viertel. Die Hälfte von einem Viertel. Die ist im langen Gang neben der Kitchen. Aktuell ist sie in die Kitchen gemoved. Kitchen clear? Wo ist sie hin? Einer ist noch outside. Das ist der Jekyll. On Ping. Er moved weiter nach vorne. Und einer ist oben outside. Holen wir. Ah, da war er schneller. Das ist doch weinend. Jekyll hat mal eine Spur. Ja. Ich kann jetzt keinen mehr pingen. Der Jekyll ist raus. Ja. Dann war noch outside da am... Ja, da wo Basco gerade raus ist. Nur auf der anderen... Nur weiter hinten. Kommt jemand mit? Oh, Clamer. So, die ist ganz oben auf dem Deck. Ah, dann hat sie sich hochgesäht. Das konnte ich nicht sehen. Bei Ace? Oh, du hättest fast eine Ace gemacht. Ähm, kann sein. Ja. Weiß es nicht. Wenn du gestorben bist, kam bei Ace. Oh, ich... Ja, aber ich hab das Ding schon vorher geholt. Ying. Ah, okay. Will das Schnitzel gleich auch noch mitmachen? Nee. Machst du. Ist wieder oben auf dem Dach. Ganz oben. Sie moved jetzt da, Basco, wo du eben rausgebitscht bist. Da kommt die gleich. Ähm, weiter vorne quasi. Okay. Aber die ähmt noch ab. Warte noch, warte noch. Die ist noch ganz oben auf dem Dach. So, sie springt jetzt runter. Oder sie salzig. Aber sie ähmt ab. Die weiß, dass du da bist. So, jetzt ist sie da. Also, die ist jetzt immer noch am Seil. Pisst sich, Grinty. Jetzt röppelt sie sich weiter. Nach unten. Okay. Was wollte ich denn jetzt da unten? Ah, die wollten nur über die Kante gucken. Okay. Okay. Sishi. Gut. Äh, Schnitzel, wir sind, äh, wieder TSA. TeamSpeak. Und drei läuft bei dir. Und drei läuft bei dir. Schnitzel dann auch schon eingeloggt? Mö. Nö. Der ist nicht mal online. Boah. Alter. So schlechter mit dem D. Jetzt hab ich mal dran gedacht, dann ist er einfach nicht eingeloggt. Anna. Äh, Jan, Einladung ist raus. Ja. Ist er eingeloggt? Hallo. Was geht? Was? Ja, moin. Wasser ist nass. Was? Was? Man hört direkt einfach, dass er ein Ossi ist. Hä? Hä? Der Schnitzel ist ein Ossi. Wie viel machen wir denn heute? Och. Ah. Boah. Schauen wir mal, ne? Boah, soweit gut? Also nicht bis morgen früh. Nee. Ich will auch ein bisschen zeitiger wieder aufstehen. Ja, siehste. Also ein Uhr zwanzig. Find ich. Ne angenehme Uhrzeit. Wie. Was? Wie. Wie. Ja, so. Also ich sag mal, gucken wir mal, was in der Stunde ist. In der Stunde ist es zwei Uhr sechs. Nein, zwei Uhr sieben. Nee, bei mir allerdings auch zwei Uhr sechs. Nein, bei mir ist es zwei Uhr sieben. Ohne Scheiß. Ja, dann stell mal deine Uhr richtig. Nein, ohne Scheiß. Nein. Mein Handy sagt zwei Uhr sieben. Mein Handy ist, äh. Mein Handy ist ein iPhone. Eben nicht. Guck doch, guck doch auf die Uhr. Bei mir ist immer noch ein Uhr sechs. Das sagst du nur. Nein, das ist bei mir tatsächlich auch noch ein. Ich sag dir nur, mich zu ärgern. Ja, ja, leck mich. Ne, ne, ne. Schmeck mal. Wir haben Atomuhr. Ich hätte gerade einen Screenshot machen sollen. Ja, jetzt ohne Scheiß. Ja. Ja. Das geht gar nicht. Wir können ja jetzt eine Minute warten und wir sagen, jetzt. So, ich bin mir noch ein Uhr sechs, ne? Ah, ne, ein Uhr acht jetzt, ne? Ja, ein Uhr acht. Ist es bei dir ein Uhr acht jetzt? Ne, ne, aber bei euch, weil ihr die sieben einfach überspringt. Ne, ne, sag eben, wann ein Uhr acht bei dir ist. Jetzt ohne Flachs. Ich habe ein Uhr acht auf dem Handy, aber auf dem PC noch nicht. Guckt mal auf euer Handy. Noch ein Uhr sieben. Mein Schleimt Handy ist aus. Handy ein Uhr sieben. Ich bin so behindert. Weißt, ich klicke auf die Einladung von Kimi annehmen. Jetzt habe ich ein Uhr acht auf dem PC und hier hatte ich schon ein Uhr acht. Ja, auf dem PC habe ich es dann auch. So, ich schicke dir jetzt mal eben das, als es auf deinem Handy ein Uhr acht war. Nur damit du uns das glaubst. Übenpresse. Bitte. Also bei euch bin ich in der Party drin, bei mir nicht. Auch jetzt. Ah, okay. Mein Bullshit. Oh, Ole, wenn ich schon diesen Hintergrund sehe, ne? Der ist geil, ne? Nein. Doch. Hat er sich selbst als Hintergrund bildet? Ne, aber ein Trecker. Eine Hilde. Was ist das? Ein Trecker? Hab ich auch einen Desktop-Hintergrund? Kann ich dir auch gerne zeigen. Pass mal auf. Das ist noch geiler. Ich hole dich mit meinem Truck-Door ab. Ach, wie kriege ich jetzt das Spiel klein? Ich bin eine Farmer. Bin geboren auf dem Lande. Welke Kühe? Wie ein altes Tier? Ach, genau. So, 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 so. Bio-Jay-Fall ist das. Ich krieg gerade nicht den Haupt-Desktop, aber warte, ich zeig dir mal meinen Desktop-Hintergrund. Den lieb ich noch viel mehr. Oh, nee. Noch, noch mehr Traktoren. Oh Gott. Das sind schon drei Traktoren. Ja, bon moment. Nein, das ist was ganz Persönliches. Trecker von hinten. Ja, du weißt ja nicht. Oh, Ole. So, so. Jetzt denk einfach mal an meinen Namen, bitte. Und dann achte auf das Kennzeichen. Okay. Ach so. Verstehst du? Ja. So einen Chef hab ich. Was denn? Einfach so ein Trecker von hinten. Also dieser, was ist das? Dieser Container, wo Gülle drin ist, ne? Ja. Das ist mein Zuni. Wie sich's auch einfach zeigt, ne? Das ist auch schon wieder. Ja. Ist nicht so, als wenn man das Kennzeichen da auch drauf sehen könnte, ne? Ob das jetzt einer erkannt hätte? Ja. Kann ich mir vorsehen, dass das, 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 Gott, Ulle, bist du so paranoid? Ja. Bin ich. Okay, Leute, alle die Interesse an dem Ulle haben. Er wohnt in, hab ich schon wieder vergessen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich wohne. Das kannst du nicht vergessen. Irgendwo, irgendwo in einer, in einer Jagdhütte, ganz tief im Wald und er hat, äh, nur ein Brunnen, kein fließendes Wasser. Das Internet, das zapft er sich ab von seinem Nachbarn, der fünf Kilometer außerhalb wohnt. Nein, 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 das war Tess, der das gemacht hat. Das war nicht ich, das war Tess. Und der Ulle, der hat auch, ähm, kein, kein, keine Heizung, sondern nur, äh, Feuer. Er muss auch immer das Holz machen. Er macht in der Wohnung Feuer. Das ist so eine abgelegene Jägerhütte. Ja, wo, wo immer die Horrorfilme gedreht werden. Mittell im Wald, wo kein Mensch weit und breit ist. Richtig, wo nichts ist. Das Internet vom Nachbarn habe ich übrigens ein 300 Kilometer Kabel gezogen. Ne, länger. Ne, länger. Alles klar, das habe ich bei Kenny geklaut, das Internet, deswegen hat die noch eine 25er-Leitung. Genau. Weil von der 100.000er gehen 75.000er nicht. Ja, ne, die Hälfte geht ja verloren. Ja, aber gut, dass bei mir dann noch 70.000er ankommen davon. Sind wir... Wolle wohnen in so einer Glas... Ja, ja. Also eine Glaskuppel über ein Schlafzimmer, so schön über ein Bett, das wäre natürlich geil. Wegen den ganzen Moskitos, ne? Wolltest du dann so rausgucken? Nein, aber du kannst so rausgucken und Sterne gucken und so, das würde ich total cool finden wieder. Und der Hund vom Ole, das ist eigentlich so einer wie Fluffy. Jetzt was so eine Frage ist, wer von euch hat Simpsons den Film wirklich gesehen? Ich. Welchen Film? Simpsons, der Film. Ja, Ole nicht. Der wohnt ja am Arsch der Welt, der hat nicht mal einen Fernseher. Oben in dieser Glaskuppel gibt es ja ein Loch drin. Ja. Es ist zu. Man sieht irgendwann im Film, wie ein Greifer dieses Loch aufmacht, weil der Verschluss drauf ist. Wie kommt da Luft rein? Das ist eine berechtigte Frage. Durch den Boden, weil das gar nicht 100 zu 100 Prozent abschließen kann. Oder weil die wegen den ganzen Bäumen und den Pflanzen. Machst du Dropper? Ja. Ich mach. Ja. Ich auch. Ja, dann mach. So, du gehst da. Ja, alles klar. Bitch-Drohne kommt. Eine Bitch-Drohne? Mhm. Boah, jetzt ist hier Schnitzel dabei, jetzt müssen wir uns wieder anstrengen hier. Dropper zu lachen und hast du nicht gesehen. Ja, richtig so. Warum hast du einen Dropper vergessen? Nein, ich hab Blue und Bar gemacht. Achso, ja, nee, ah, ja, ja, alles klar. Ich war wieder orientierungslos. Was? Wir sind hier vor Garage gespawnt. Garage geht auf. Wir sind hier vor der Main-Lobby. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier so schraubbar bei den Blue-Stairs. Beim Rendon, bei Ella. Oh, nice, good job, Ella. Das bin ich. Oh. Ach ja, scheiße, wir sind hier, äh. Uh. Ach, dein Name ist ungewürzt. Sorry, Jan. Aber Jan, komm mal zurück, hier ist noch einer. Ja, ich bin obenrum auf dem Weg. Bist du eigentlich unten? Alter. Er war alleine, ich glaub's nicht. Oh, oben. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Wieso? Fällt wieder nicht, oder was? Black wieder noch. Zwei auf. Und es lag, ich kann nix machen. Hast du neu gestartet? So. Aber ich hab auch YouTube an. Wenn ich das... Geht's tot? Ash's Garage. Ash Garage. Willst du ein Full-Life-Pin? Defuse us by Winston. Ja, Full-Life Ash. Komm mal YouTube aus. Du bist da oben. Pingen wir so mal ein bisschen. Ist okay. Willst du noch eine Camp? Nein. Meine Wahl. Weil wir keine Wahl haben. Oh, toll. Oh, toll. Aber ich kann Call-Mins aus der Mann-Lobby. Versuch's. Ja, aber aus Bar halt. Die Mann. Uff, die hat noch viel zu viel Zeit. Ja, und? Dafür ist ihr ganzes Team schon tot. Ja, aber die hat noch 1.30 Uhr Zeit, da unten hinzukommen. Ja, und? Wir haben den Defuser, wir sitzen uns. Aber das dauert eine Minute 30. Also ich hörschüsse. Und jetzt kann ich da unten. Ich hoffe, hier sitzt Blue. Kann sie machen. Geben beide auf dieselbe Tür, ne? Ja, hier ist aber... So, nicht so. Noch mehr zu. Drohnt über A. Drohnt ist es vor der Tür. Rechts von euch. Barricaded ist. Rechts. Da vorne. Hat der nicht gemacht. Das war mal schon am Arsch. Hat kein Signal mehr gehabt. What the fuck? Alter, Schnitzel, ey. Du hast Bock. Nur am Essen. Nur am Essen. Ich hab's noch nahe gestreckt. Uff. Uff. Oh, ich hab noch Nüsse. Wow. Ich auch zwei Stück. Ja, ich hab mehr. Ey, Ole, ich wollte was sagen, ne? Jetzt kommt sicher gleich was. Ja, ich mach's auch kurz davor. Jetzt kommt sicher gleich was. In der Richtung. Ja, was denn? Also, ich will jetzt nicht sagen, aber irgendwie setze ich seit vier Stunden in meinem Hemd vor meinem Rechner und es ist bequem. Ich weiß, der Hemd bin normal falsch. Ich hab mehr als zwei. Wow. Ja, bestell der Assis. Okay, Barricaded. Ja. Goll. Die reichen zwei nicht, ja? Ne. Das könnte man jetzt auch falsch verstehen und Ole hat's getan. Wir haben's alle getan. Und weil wir haben ein bisschen Lachen geblieben. Hm? Ach, eklige Vorstellung. Naja. Wenn ein Mann mehr Nüsse hätte. Absterb. Egal wie du's jetzt dreht und wenn du's, äh... Näh. Das war so widerlich, aber wir wollen Nüsse drehen, weiß. Oh, wieder nicht, das. Wieder nicht. Und ein Jäger. Wer hat gepinkt von euch? Immer der Airfake. Fack, das Wort Fack gibt's nicht. What the fuck? Fack, hier. Ja, ich kann mir in die Indie. Oh, nein. Wir haben keine Art, ich hab was da hin, ne? Ja, aber wir haben ja echt einen Popper. Äh, seid ihr wirklich, hast du sicher? Ich hoffe, wir bringen mal an den Weg. Bitte? Nö. Boah. Wir sollen nicht sehen. Ja, wir haben ja echt, die kann den Popper aufmachen. Oh, achso, der ist schon drunter. Schlage. Wo sind die denn? Warte, ich hab, ich hab, IQ hab. Boi, ist es hier. Oh, warte mal. Wir können uns den anderen Zugang verschaffen. Äh. Oh, er fällt nicht. Kann man irgendwo eine Welt planen. Ich blente. Er kommt Rohne. Was? Ella kommt! Wieso fällt die nicht? Ich bin geechoet. Hallo? Sie ist flasht. Warte. Nein! Der große Badezug! Ja. Was habt ihr gemacht? Ich habe eine Ekodone geholt, dann wurde ich erschossen. Ich wurde überrascht von Ekodon, ehrlich gesagt. Oh, Digga! Betrunken ist fuck! Weil wir... Alter, Ekko und Ella, weißt du... Boah, kann es ja gar nicht mehr raus. Was ist der? Kynia! 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 Bestimmt Russe! Was spiele ich denn? Puff! 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 Hm, no. Oh! Aber Ella mit Pumpe hat sie gespielt, ne? Ja. Oder die. Krass. Rude spielt Bandit? Was ist denn da los? Mal kein Jäger? Ah! Ab und an habe ich mal so eine Ausfälle. Dann spiele ich auch mal Twitch. Und wenn ich einen ganz schlimmen Ausfall habe, dann komme ich mit Bug und DMR um die Ecke. Aber Schott sind ja auch. Alles nicht so. Bug, DMR und Schott sind ja unten. Hint. Hatt ich vorhin auch kurzzeitig. Hatt ich mal Bock auf eine Runde DMR. Ja. Die erste Runde hat es funktioniert. Ich habe zwei Kills gemacht. In der nächsten Runde bin ich beim ersten umgekippt. Das war scheiße. Fand ich dann nicht mehr so witzig. Hatt ich keine Lust mehr. Hallo, ey. Achso, ähm. Bin ich, machst du unten noch eine, bevor du nicht angehoben musst? Ich kann oben Drops zumachen. Ich geh doch eh nach unten an. Egal. Ich mach beide hier unten. Was? Eigentlich komisch. Toll, Kling, jetzt hast du ihn rausgemobbt. Wen? Hm? Du bist rausgegangen, weil du so viel Futter hast und mit vollem Mund sprichst. Weiß der doch nicht. Ich weiß nur, dass er einfach alles in der Zahnspange hängen bleibt, ja. Und das sieht gleich jeder. Hihihihi. So ein Stück Spinnart. Garage. Kenneth hat auch viel zu wenig Schloss, ey. Was? Nämlich. Integration. Entschuldigung! Ohhhh Matrix oben im Lager herum Sehr schön Down Ach so War cool Matrix ist im Lager rum Und Deckwit ist Neubar Neubar ist im Garage Bei den Treppen Zu Manni Ok. Der ist auch ein Blutdropper. Warum? Ja das sind die beiden. Ach das war ne solche ne? Ey nicht. Nicht töten. Ey hier. Hier. Main Tür. Ja genau da. Irgendwo. Er machte Dropper auf den links. Auf den links. Auf den links. Auf den links. One friendly operator remaining. Oh! Blue ist er. Dropped. Okay. BB ist echt los. Oh. Nein. Oh. Ich hatte failed. All friendlies were eliminated. Hallo Vivian. Wer hat denn der BB geschluckt? What the heck? Das ist einfach schwitze in casual. Wow. Danke. Laufen lassen. Wir haben ja noch ein paar Flaschen hier ne? Hä? Du meinst es aber nicht, oder? Der Ole muss sonst rausgehen an das Diffseeklo. Der hat sich so anders gegraben. Lass mal 200 Meter aus der Tür raus, damit das anfängt zu stinken. Hä? Ne, das stinkt momentan nicht, weil es ist kalt draußen. Wird nur schnell gekackt, oder was? Ne. Vielleicht gar nicht mehr. Das würde nur stinken, wenn es jetzt warm wäre. Ach so. Wenn es kalt ist, stinkt das nicht. Aber deswegen ist es ja generell weiter weg. Weil es ja auch einen Sommer gibt. Oder hast du einen Winterklo und einen Sommerklo. Ja. Ja. Das Winterklo ist isoliert und da ist ein kleiner Ofen drinne. Weil ich auch mal ziemlich lange gebraucht beim Kacken. Oder ne Kerze. Ja, die auch. Ich habe ja kein Stroh. Ja, mit der läuft der zum Klo. Mit so einer Laterne. Ja, mit so einer Laterne. Ich geh mit meiner Laterne. Scheiß aus. Ich seh nämlich irgendwie so ein bisschen an das Haus von Hagrid, oder? Der hat ja auch so eine Laterne und so. Aber wisst ihr was Schönste an der ganzen Sache ist? Oh, dann müssen wir aus jetzt spielen. Was ist deine Ruhe? Ich habe komplett meine Ruhe. Vor irgendwelchen dummen Menschen. Und dann kommt so ein Sägenmann. So ein Chainsaw Massaker. Ja, das macht ja nichts. Mich vermisst denn hier wie keiner. Oben. Mit Mute. Aber wie gesagt, keine Nachbarn. Das ist ja schön. Das ist traurig. Nö. Ja, aber du kannst nie von den Nachbarn was ausprobieren. Irgendwie mal Zucker oder so. Wollen wir mal ein Auto. Da hat alles zwischen den Zählen. Diese Kacknüsse. Ja. Absterz. Du kannst mal die Zahnspange raus machen. Ja, bald. Was war da jetzt eigentlich beim Zahnarzt? Ähm, hab am vierten oder am sechsten nochmal. Gehen wir Anfang Dezember nochmal. Kommt ihr denn raus oder nicht so? Noch nicht. Und Clash ist bei mir. Hier, Schnitze, komm mal her, hier. Das ist einer für dich. Der trifft mich halt in 30 Kilometer Entfernung, alter. Ich bin da. Ja. Hier, hier, da, weiter. Ich mach mal die Wand hier wieder auf, ne. Das ging eben ganz gut. Denkste? Pass ich. Ja. Clash ist da auch wieder. Nimm mich grad wie ein Hamster, ne? Ich hab so, hauer ich. Die Refuser ist nicht mehr in die Erde. Die Refuser hat sich gebiert. Ah. Der geht mir so auf den, der Typ. Hier, die sind jetzt der Typ. Oh. Oh. Wo ist er? Badezimmer Komm mal weiter Kannst du die holen? Geh mal an der Punkt Müsste cool Blech sein Was? Der Anträge von Manni Jäger Wo wird er hergestellt? Verhaun ihn! Kini was los? Oh Ich pull mir grad die Nüsse aus der Zahnspange Ich steh die im Spawn Geil oder? Ja jetzt aber Oh! Ja wofür braucht ihr mich? Kann ich mal weiter pullen? Fremdliche Mission Successful Um was zu sagen wo die sitzen wäre halt auch gleich nicht schlecht Glaub ich Vasco was haben wir da eigentlich grade getan? Ich hab nur... ich wollt den Box Mehr wollte ich nicht Oh man Man müsste es ganz lustig machen Schau dir mit dem Hammer auf den Kopf Oh gut dass das keiner gesehen hat Gut dass das keiner gesehen hat Gut dass das keiner gesehen hat Und jetzt sind sie unten Ach ja Ach ja Ach und dann noch dieser Jäger da auf einmal Ja Habe ich mich schon erschrocken Ich kenne die AFK oder so? Ah ah wenn da Das sieht mich auf dein Stream so aus Das ist so richtig klar Ich bin nur zu meinem Schminkspiegel rübergerollt Ja die muss sich erstmal alles auseinander pullen Ja Ah Ich pull sie den aus und hab sie gespeisen Gleich frisst sie wieder welche Und dann ist wieder alles in den Der hat eine Drahtsacke geholt Die haben übrigens mute Glaub mir Frost Treppe ist ein Scheißdreck dagegen Und Kapka Ich hatte echt vergessen wie lästig diese Ich habe das nicht Ich habe das nicht Die haben wir schon gesehen Ich habe das nicht Ich habe das nicht Der hat mich zu Oh mein Gott Egal. Lass mich raten, die sind unten. Na ja. Ja. Bin ich. Das ist gut. Ich mach dir nur den Fahrrad weg. Alter sitzt in der Küche. Hab ich. Ah, Level 13 ist klar. Also der Bandit ist Level 13. Einer ist da oben. Ja, genau. Sicher, dass der oben ist? Ja. Ganz sicher? Glaubst du, ich lüge. Vielleicht da Feuer. Ja, hat grad auf mich geschossen. Hab keinen. Hab keinen. Hab ich. Das ist ja nur ein Diffuser, ne? Ich weiß. Entfernt. Ich gehe auf Kill. Ich gehe nicht. Oh, scheiße. Das ist doch kein Motor. Ich wollte dich flaschen, aber das war scheiße. Ja. 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 Schmisch. Nochmal. Als wäre es das eher. Genug Konto gegen Blitz. Haben wir zumindest gewonnen. Ja, oder? Ja. Schnitzel ist da durchgerannt wie so ein Schnitzel. Oh, ich hab ein Alpha Pack. Ich hätte jetzt auch gern eins. Ich hab schon so lange gewartet. Erstmal auf. Ja, endlich. Geht doch. Zwei noch, dann ist Opening. Wow. Wie viel hast du denn jetzt? 114 bei 116 Opening. Und bei 116? Weil ich nämlich noch, äh, Twitch Alpha Packs hab, das sind 16. Aber ich hätte gern 100 normale. Dafür noch zwei Stück. Ich hab mich halt gerade tierisch gefreut, als ich Lila gesehen hab, ne? Und dann? Da krieg ich jetzt wieder so ein Duplicate von, ich weiß nicht was, Thatcher seiner komischen AR33, Alter. Ich hab in meinem Leben, glaub ich, noch nie Thatcher gespielt. Ola, hast du denn schon was im Kopf, wenn ich das, äh, Heckeis für Ash ziehe? Welchen, was für einen Sinn im Kopf? Äh, was du mir anbietest für den Account. Ja, hab ich. Ja? Was hab ich? Da glaub mal dran. Sag. Das sag ich nicht. Was sag ich dir denn? Okay. Ach, ich will das jetzt aufmachen. Komm, wir müssen gewinnen. Also, hier, ähm, Schnitzel ein bisschen reinschwitzen. Hä? Du stehst doch. Da. Du willst was. So. Weißte. Sie steht da draußen und puhlt sich erstmal die Nutzung. Wir wissen, wir unangenehm das. Weißte, ich erschreck mich da, muss da mit Basco mit, mit hier gegen, gegen Flash campen, und auf mein Computer durch. Ja. So, wenn ich noch erschrocken hab, den ich One Click und die Pristole weggenommen hab. Hab ich noch nie geschafft, sowas. Vor allem, keiner hat den gefinisht. Äh, also, die Clash. Die lag ja einfach vorne, als sind wir beide weggegangen. Ja, das haben wir oben in Absicht gemacht. Ja, ja, ich auch. Wollte eigentlich ja planten. War mir scheißegal, lass die doch innen dort liegen. Wen juckt das denn? Ah. Da dachte ich mir, jetzt geh ich zu planten, und dann kommt Jäger da durch die Tür. Ich dachte, boah, oh Gott. Ja. Ja. Hat das eigentlich einen Sinn, dass bei Capitao, wenn ich auf den, äh, auf das Gadget gehe, dass zuerst die, äh, äh, das Feuer da drin ist? Wahrscheinlich nicht. Wer, Ole? Spiel mal Twitch. Hä? Spiel mal Twitch. Oh, lol. Wollte ich Twitch spielen? Hä? Hamburg, Themenpark, ne, geht nicht. Hä? Themenpark ist Twitch scheiße. Komm ich nicht mehr klar. Warum nicht? Weil mir da der Spray von der Waffe zu hoch ist, beziehungsweise der Rückstoß. Wirdscherz und Operator, die spiele ich liebend gern irgendwie auf Close-Maps, wie Flugzeuge oder so. Das halt eng ist. Ein Pumper. Oder wie? Ja, halt wo andere Pumper spiele ich dann halt Twitch sogar damit. Eins sind alleine, weil die halt Kugeln rausrotzen wie nix, und der Gegner halt immer, eigentlich immer Close vor dir ist. Oh! Da war ich ja. Sind oben Kindertagesstätte? 8 plus. Ja. Hä? Na, geht's. Ist zu weit weg. Ähm, doch. Haben mehrere gesehen. Nö, nö. Oh doch. Äh, 19 Stück. Schon wieder zu viele. Oh. Schon wieder zu viele. The defuser has been secured. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Wir sind alle wahren, dass ich die Tür aufmache. Oh, ne. Ich werde alle hoch. Oh. Ja, du bist unwichtig. Merkst du. Ja. Weiß einer, wer der letzte ist? Die hatten noch ne Valkyrie und letzter? Ja. Keine Ahnung. Irgendwer. Ja. Ja. The Valkyrie hat ja doch irgendwo ne Cam hingeworfen, oder? Was soll jemand irgendwie zufällig wo? Relativ irgendwo mittig. Bei so den Züge will ich nicht unbedingt gesehen werden. Warte. Ja, in den Zügen ist aber eine. Hast du? Oh, da saß nämlich schon irgendwas. Ah, Legion. Alles klar. Ja. Den habe ich, aber ich sehe die Cam nicht. Oh, da saß nämlich schon irgendwas. Alles klar. Warten bis sie drin ist. Ich habe sie. Hast sie? Ja. Sehr gut. Letzte Alibi. Alibi. Letzte. Okay. Kaffee? Echt? Ah, Kaffee ist was du willst. Ja, bestimmt Smoke. Kann sein. Äh, Alibi ist auf Bombe. Weiß ich nicht. Hinter der Kindertagesstätte. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, wie ich schon sehr erkannt. Natürlich. Und Onspot bei Alibi ist auch noch eine Webcam. Sehr gut. In der Ecke, neben der Tür. Sehr gut. Wo passen das Team ich jetzt hier nicht? Aha. Da steht ja nicht klar. Hercury hat einen Shotgun. Ging nicht zu sehr rein wegen Alibi. Frost ist auch offen. Schön. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Da ist ein Laser drauf. Das ist nicht mein. Ne, das war eben nicht meiner. Das war eben nicht meiner. Also. Smoke ist noch ein Kaffee. Smoke ist noch ein Kaffee. Die Alibi sitzt hier rechts. Ich hab's gesehen. Danke. Ähm. Du kannst aber schon mal... Oh, was? Der ist great. Smoke ist lit. Vielleicht 10% lit. Kaffee immer noch. Der Alibi hat auch ein Laser. Fert oder? Oh, Mann. So, Smoke ist immer noch ein Kaffee. Alibi ist Richtung Badezimmer. Ja. Der ist hinter den Tresen immer noch. Okay. Okay. Ich kurz booten, der Alibi. Stairs. Pasco, rechte Treppen. Ja. What? Gedickelt? Auf die... What? Geht da nicht mal ein Scope auf der Waffe und so'n Kram, ne? Ja. Wieder A-Shot kann. Bis dann mit Scope. Schon net. Angenehmer. Für die Optik. Genau. Ich find's eigentlich immer ziemlich schwierig, mit der Pistole durch die Eivindzeit zu aimen. Glotze einfach wieder aus. Lass mich einfach aus. Was geht aus? Die Glotze. Gap aus! Schicksal! M-Vec toxic! Ja. B-Pot待 Torsten. Ja. Schicksal! Ja. Könnt ja Baskus erstmal ein M-Era Fenster machen. Ähm. Ich mach vor Quer? Ja. Ich mach lieber vor. Ich hab nichts mehr zu trinken. Ekelhaft. Ich hab die Kippe rausgemacht. Das ist widerlich. Das ist richtig widerlich. Ich muss immer was trinken, wenn ich fertig bin mit der Kippe. Ja, das kenn ich. Was ist mit der Wand hier? Was wird ohne los? Okay. Ich muss los trinken holen. Nein. Die soll auch gut. Dann lass ich die so wie sie ist. Dann mach ich gegenüber zu. Ah. GG Jäger. Wieder nichts verteilt. Da liegen noch vier Schlüpfer. Aber schon gedroht. Alter. Dass die in locker so übel rein drohen mittlerweile, ne? Hä? Nö. Oh oh. Ich hab da Leute gefunden. Auf. Problem. Großes Problem. Großes Problem. Sind die alle outside? Ja. Okay. Ein paar stehen hier bei mir vorm Fenster und hinten Badezimmer auch. Und ich komm hier nicht weg. Und ich werde gespotten ohne Ende, Alter. Ey, da kommt so noch von den A-Tiles Area. Einen hab ich. Oh, einen nehm ich zumindest mit, bevor ich sterbe. Ich hab keine Dinger mehr. Jetzt hab ich nur acht. Was? Wo ist denn drinnen? Ah, im Docker E.B. Ich bin dann zwei. Ah, im Docker E.B. Da kam ne Drohne aber rein gerade. Ne, hier nix. Na, das ist das Drohne. Oder meinst du die Bakery Camp? Die Drohnen beide da draußen. Warte, die Nisans, was sie tun? Die sind echt, Alter. Warum bin ich jetzt tot? Oh Gott. Was war das? Verkackt. Ich bin vier zu niedrig geworfen. Er droht es. You have entered an enemy controlled area. Leave now. Your location has been compromised. Also vorm Fenster ist keiner mehr, soweit ich seh. Sicher? Wo oben ist Sledge. Wo oben? Wo oben? Ähm, Kinderzimmer. Kinderzimmer. Du meinst Kindertagesstätte? Genau. Ey, Badezimmer hier ab. Guck mal aufs Fenster mit. Er hat ne Pumpe dabei, ne? Kini? Warte. Bei mir Badezimmer, Badezimmer ist einer drinnen. Unter. Der ist ein Schatten. Okay, Sledge ist schon unten. Direkt vor der Tür, im Gang. Der find ich normalen. dig diffuser hier. Fakt ist schon mal. Ich will das hier nicht aufgreifen haben. Sag mal auf Bad. Immer noch Bad. Ja. Haben. Op 4 eliminated. Mission successful. Sondern schon mal. Ich hab die Malka ein bisschen falsch geschworfen, sie war einfach so ein Blatt. Scheiße. Blatt abschießen. Das ging ja nicht. Schauen. Jetzt hab ich wieder das Bedürfnis die Nüsse zu essen, ne? Weg damit jetzt. Ich hab keine Probleme mit. Du musst sie nur im Ganzen runterschlucken. Ja. Ja gar nicht so klein. Manche Dinger hier. Der Gerät, ja? Wir. Ihr Dobis. Och Mensch. Ihr Dobis. Hat aber gedauert. Da haben die meisten Nüsse so an sich. Ja. Ich hab mir vor, das wären Walnüsse, ja? Ja. Ja, aber es sei denn es ist Winter, dann sind sie mal ein bisschen kleiner. Ein bisschen kleiner. Ja. Ja. Bei den Double Stairs. Bei den Wacken hast du noch. Bei so Strughaus da hinten. Ja genau. Ja genau. Wenn wir spawnen jetzt wieder am anderen Ende voneinander. Und wenn schon, ist mir egal. Wacken. Valkyrie wieder. Oh, Elite-Wack. Nice Wacken. Für Pro League-Wack. Macht Spawn-Pick wahrscheinlich die Valkyrie? Ja. Nein, der war nicht. Ja. Ich habe es ge Tiger-Wacken. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Es ist ein Wettbewerb, es ist ein Wettbewerb. siehst du die weg zwischen den beiden treppen über der tür jawohl unter die sind die ist zu mann das alibi ist auch da bist du erst die ist alibi mega low da bist du erst da wo die chem ist und hinten das war wohl der overhielt sich was die ist mega low du kannst auf b gehen den rücken können wir die covern das camp wenn er von da kommt wo du gerade ab engstern kolle ich schon und von hinten oder von vorne also ich habe jetzt ein herz damit kann ich auch rechts und links unterscheiden auch oben und unten das kannst du sowieso nie wirklich sagen doch das braucht man naja das ist quatsch wo spiele ich denn und wenn dann muss das auch ein richtiges headset sein was das kann und nicht sowas was man da im usb rein steckt und das simuliert dir das wo das herkommen soll so ein tüdelkram tüdelkram ich bin weder westträger noch sonst was ich habe auch nicht mit dir gesehen ich bin auch zu dick das war es was denn hier mit züge rüber ich habe keine mehr ich habe noch welche aber ich bin ich habe noch welche aber ich bin ich habe nur drei ich habe nur drei neben der Tür gemacht die hat sich eine eigene Wand zu nutzen Guck mal ich habe die eine freiglasse ich bin ja hier hinten wir kommen vom westen Nürb Ich bin ihm Er hat einen Laser drauf Jetzt sind ich da Die Bahner Die Bahner Die Bahner, Glass und ein paar andere Keine Ahnung Was ist die Bahner? Was ist die Bahner? Bahner, ich schon Er ist die Nights Was ist das? Die Bahner, oh na na Wo ist das? Wo ist das? Kaffee 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 Ist aus Nice, 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 nice Tschüss Wo hat der denn hingeguckt? Weiß ich nicht Come on Jetzt hätte ich gern ein 2%iges Alpha Pack Ja Hat dem wird gegeben Gerne mal ein 16%iges Alpha Pack jetzt Ich hatte echt mal ein 2%iges Sau gut Aber leider nicht jetzt Was ist das? Oh Mensch Oh Villa Kunterbunt Ich hab ein Haus Ein kunterbuntes Haus Sag mal Schnitzel Stürzt dein Spiel gerade ab? Nein Warte Warum? Was? Sag nur Ja Nein doch Oh Wer hat mir jetzt die Server Group gegeben? Ah jetzt Ja Warum? Irgendwie Oh, was ist passiert? Warum nicht? Ich hab mich das verwirrt Kann man also so mitten im Game Server Group sein Ja Kann das halt Ganz einfach We need to locate a bomb Ist hier eigentlich irgendwie Herausforderung mit Capitao und dem Dings? Oder warum spielst du die ganze Zeit? Nö, ich hab gedacht gehabt Capitao bei Bomben ist doch gar nicht so schlecht Achso Der spielt hier den 5 Und der ist schnell Ja Dann nimmst du mal Ash Ja, das ist richtig Kann ja auch nichts anderes Na, ich weiß Sieh das als dein Vorteil Och Bösewicht Ja Mich würd wirklich mal interessieren wieviel Stunden ich eigentlich mittlerweile wirklich auf die beiden hab, ne? Ja, wenn die das mal aktualisieren würden Aber es soll wohl mit der neuen Season kommen Wirklich halt wirklich mal interessieren Äh, warte Kini Warte, 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 warte Bitte Oh Warte Hat er eigentlich daneben geämt? Achso, ja auch Ja, ich glaub die haben das gefixt Kein Lobby Da ist noch einer Oh Füße hin und durch Was? Ich war's Es tut mir leid, ich hatte daneben geämt Und Ja Warum fliehst du auf meine Drohne? Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass du auch in die Cam gehst und das siehst du Ich wollte dich ein- einschüchtern Bei mir Bitte Sehr gut Total fein Oh, der ist ja da am Couch Und liegt hinter der Couch Ich hab ihn ja alle Leute geknackt Ich hab ihn ja alle Leute geknackt Erstens Homeparty gehabt Nach zwei Wochen nochmal aufgeräumt Kumpel hinter der Couch gefunden Was? Homeparty gehabt Nach zwei Wochen Kumpel hinter der Couch gefunden Ja Ist in Ordnung Seht ihr nicht? Oh Sag nur Der Lamm Der Lamm Der Lamm Haha Funny Haha Was stimmt nicht bitte? Was? Warum ist der Chat so ruhig? Bei mir? Ich weiß nicht Ist echt extrem ruhig, ne? Was? Oh, mein... Ne, mein Chat ist so ruhig Ich kann nebenbei kein Chat Ich hätte auch so aufmachen können Ich hätte auch so aufmachen können Ich hätte sie nicht geholfen können Machst du links um mir raus? Wo links? Ich bin hier aufgemacht Ja, da wären wir Ja, da wären wir Beda 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 Nein, 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 nein Stopp 5 seconds Rücksicht er, was ist denn? Was ist denn? Geh mir ein Geld. Achso, na gut, wir haben hier einen Mira. Na gut, gar nicht. Ja, ja, das hab ich ja gedacht, warum würde ich hier das Mira hat auf jeden Fall gestärkt. Ah, ne Ahnung. Ja, doch! Na, Mira? Kannst du mit der Pumpe das hier unten nochmal weg machen? Ich hab meinen Bandage-Shots da weg gemacht. Ah, mit Zeus. Alter, die Rush, die schwitzt schon wieder. Level 12. Integration? Ah, das Mira haben wir, glaube ich, dieses Mal da nirgends gesetzt. Sorry. Integration. Integration, Defuser bei mir. Bei einem Astro-Raum. Stairs, on ping. Ey, das kannst du keinem erzählen. Ja, ist full life! Jaaa, Ubisoft! Jaaa! Oha! Die Banner ist vom Spot. Braided. Kann sie machen. Braided. Banner ist braided. Ey, aber das ist genial, ne? Ich hitze sie. Passt ja gar nichts. Ähm! Was ist das Astro-Raum hin? Oh. Das ist das Astro-Raum hin ... Oh. die ist kitchen kitchen bei den stairs zu astro hast du die füße gesehen? hoch linksrum wirst du nicht machen? doch die ist nach hinten hoch der ist gerallt oho was geht denn mit der? was? ich stehe auf dem balcony war hier nicht ein window? ja hat nur noch 20 wurde entdeckt muss da rein ist egal ich muss rein hat sie in die füße? ja hab sie schön 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 danke ich bin noch zu null wow wirst du dich ändern machen? nein 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 halt stopp promis was machst du? ich glaub das ist meine letzte runde was ist da los? 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 du bist da du bist da einer Dings da siehst du Laien ich dachte jetzt gehts los ich hab mich verklebt ich hab mich verklebt das fand ich ein bisschen komisch drohne weg aber ein fahrrad fahrer wer hat mir zugeschaut wer hat mir zugeschaut? hat mir das das hat ja nichts zu heißen und die gegner auch meistens aus hat ihn jetzt so echt viel gebraucht ja gar nichts ach das war doch Kopf ähm Trains Trophy ja bei den Stairs Stair-Lieschen ja veraimt half night ich bin ne Valkyrie oder? ne mega Penetration warum guckst du denn in den Schritt? ne der wurde gerade vom Battle-Eye gebannt und wenn guck ich nur mir selbst in den Schritt ja? ne der Start-Tour ich kann die Drohne nicht bewegen so hoch in den Schritt ich bin nicht sind die Drohnen wieder verbockt ja die Drohnen sind wieder verbockt hier sind sie hier sind sie hier sind die Banner da oben den Arsch hätten sie von oben auch mal schöner gestalten können da oh shit oh shit je bequen wir machen führung Bedeutung. Kommt hinter dir? Was ist denn? Ist hinter der Couch? Ja, ja Oh, ich dachte, verkackst du es jetzt! What? Ich wollte mich nicht bewegen, weil... Oh Gott! Ich wollte halt nicht leben, weil... Du hast das Geräusch gekocht, ne? Das weißt du aber, oder? Aber damit hätte er sich ja verraten Ist so Wenn er vorher schon im Scope gewesen wäre... Ach... Stimmt auch wieder Ja, die ganze nicht Er war die Plante So, gucken, Alpha Pack Oh, ich hab ein 6,9% Ja! Ja! Geil! Nehmen wir denn noch eins? Ich hab 6,9% Wow! Ey, Kini! Wie viel? Nächste Opening dann bei 777, oder? Nein! So lange kann ich echt nicht mehr warten Ich will wissen, was der Ole mir anbietet Nein, nein, das nächste dann Ach so, ah! Ich bin nur ein Alpha Pack Wow! Basko, wo? Komm zurück! Basko, schlaf! Nein, Basko, Einladung ist raus! Komm her, komm! Ein Alpha Pack noch, komm! Ein Alpha Pack Nein, 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 nein! Komm! Ey, ich zieh mich jetzt auf die Couch Äh... Ein Alpha Pack kriegen wir noch Ich wünsch euch was! Schlaf gut, Basko! Ciao, ciao! Bis morgen! Bis morgen! Yay, das heißt, er kommt wieder! Wow! Ich glaub, Basko hat Blut geleckt Ja, dann kann ich ja eigentlich jetzt auf meiner Facebook-Seite und auf Instagram reinschreiben, dass das Opening morgen sein wird Gell? Könntest du, ja Ja, ich, äh, schreib das gleich rein Und wie viel Uhr sollen wir das denn machen? Ähm... Ich würd sagen, da man Tapsi sowieso aufhören will Was? Wenn Tapsi sowieso aufhören will, oder was? Ja, wenn die halt aufhört zu streamen Weil? Hast irgendeinen Grund? Ja, sie hat ja schon gefragt, wann du morgens streamen, praktisch, ne? Genau, wir wollen ja gegen 19 Uhr an Genau So, wenn du jetzt aber gegen 19 Uhr das Opening machst, dann, äh, verfällt die Zeit ja auch erstmal Das dauert ja nicht Stimmt, Tapsi hat ja nicht so viel Zeit, ne? Wenn die denn fertig ist und dann nur im Stream ist, dann würd ich sagen, machst du das Opening Bis wieviel Uhr macht ihr immer? Bis neun oder zehn? Ja, wir können das auch Ja, wir können das so gegen 22 Uhr machen, je nachdem wie die Runde dann vorbei ist Wenn das halt nach 22 Uhr wird Kurz nach 22 Uhr Ha, bin schon auf Arbeit Ha? Hanka, warum? Geil, dann schreibe ich gleich mal ein Text Für mein Seidchen Also, ich zahre, du kriegst übrigens dann das Doppelte, wenn du für Jäger auch noch eins ziehst, ne? Ah, 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 ah Oh mein Gott, sorry Äh, Radio Sorry Ah, ah, ah Wer war das? Schnitzel? Was? Du hast mich jetzt angeschossen Was denn? Ich mach meine Wand Jaja, ich hab das genau gesehen, Schnitzel Hä, ich mach meine Wand Du hast mich angeschossen und bist dann abgehauen Die Drohne war grad zwischen deinen Beinen, deswegen Wen hast du denn jetzt bearbeitet? War nicht der Random Das ist der Ole und Ole kann ich töten Der Ole ist da voll geil drauf Äh, bei mir noch eine Wall, please Oh, ich hab noch zwei Das war nix Ey, wo ist der Junker hin? Wo ist der Jäger hin? Wo ist der Jäger hin? Das mit oben Ich hab gesagt, das waren nur fair Dann spielst du unfair Lülle Ist für ein Schildepaar drauf? Ja Ja Warum hast du überall n'n Laser drauf? One-click-Vorteil Hm Guck mal deinem Leon zu, der weiß auch warum man da überall einen drauf hat He Leon? Der hab ich schon heuerlang nicht mal gesehen Wo haben wir das übrigens unten? Bootsverräter Was hat denn der davor? Was ist denn sonst? Was hat denn der Tett? Ich bin auf der Seite Kann ich Da Das Definitiv Ah, Blatis Ich bin hier Nein, weiter Komm Wow Warum bin ich eigentlich in die Camps? Ich bin die alle im Arsch Und ich hitte mich selber, gg Ja Ja, Lion Ich weiß nicht was Der schluckt Ja Aber der Lion das schluckt wie eine Nutte Der schluckt richtig viel Ich weiß nicht warum Aber der hat einfach echt Der ist Herkule Oh, ist er ja auch vielleicht Darf ich jetzt mitspielen? Weiß nicht Wow Anfragen Dass er dich noch bannt? Der kann mich nicht bannen Nein? Nein, kann er nicht Ja Oh Gott, das wäre ja schrecklich Wenn Mods sich untereinander bannen können Alter Oh Gott Das wäre ja Oh Gott Alter Ja Und dann wäre hier in jedem Stream Wo ich Mod bin, weißt du Da wäre ja ständig irgendein rumgebundelt nur Ohle, aber dann auch noch die Bands Die Bands Ähm Und dann auch noch noch bleiben machen wann, ja Wie war's nochmal? Ich glaube, selbstgotte, Busgeräte Ja, der Busgott Was hast du mir gesagt, Jan? Wenn sie nicht bleiben würden Wenn sie nicht bleiben würden Und sie selber Banntnimmen Ja Ja Das wäre schrecklich Ich kann mir genau vorstellen Du bist gerade irgendwie am Schreiben Willst das abschicken Die Nachricht ist weg In diesem Checklist wird es geballt Das kann ich mir ganz gut vorstellen Genauso wird es die ganze Zeit laufen Äh Äh GG Warum gehen die Scheiben hier nicht kaputt, wenn ich hier rein springe? Das ist Pant verglassen Naja, aber ich kann es nicht Ich will es nicht Ich will es nicht, bitte Du legst ihn auch noch so penetrant offen hin, ne? Wirst du eigentlich ne Schelle kriegen Ich musste weiter Ich hab keine Zeit dafür Naja Oh, diese Baiter Die sind hier eigentlich drüben Ja, waren sie aber so gut Ja Dort raus Vollkonts Ach, ich wollte WTF auch machen hier Die haben Kaptern vorsichtig Boots auf der Treppe Naaah Gelegen You have dropped the Defuser Ich bin hier Ja, dieser Lack ohne Scheiß Ich hatte die gehabt Valkyrie, steh nach unten Fuck, sorry I'm so sorry Ein Viertel Habt ihr gehört, Valkyrie ist erst nach unten, ne? Jan, bei dir an der Bombe ist einer? Ja, weiß ich. Was heißt nochmal nach unten? Downstairs, ne? Ja? Last downstairs. Unspot, no? She's unplanned. Fuck, hast du die Camps gehackt? Why are you lying? Halt die Fresse. Why are you lying to me? I think she's downstairs, cause he told me that she's downstairs. That it actually falls. What? I don't know who, but someone told me that she's downstairs. Sorry, my English is not so good. Speak German. No, I can't speak German. Aha, it's okay. Oh, nice. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Ich hab's gehört. 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 Oh, we're giggling. Oh Gott, komm! Awww, fuck! Halben Stunde später kommt er erst aus dem Spawn. Ähm, zwei sind Outside Stairs. Da ist ein Mund. Da ist wieder Lion. Ne, Buck, immer noch Outside Stairs. Drei, vierer. Natürlich! Ich bin nicht in der Wand und er gibt mir den Headshot. Was? Ja. Ich bin hinter einer Reinforceten Wand. Wie geht das? Ja, er hat mich auch. Und er gibt mir den Headshot. Der Süd ist hier. Was? Ja, genau so wie ich es auch war. Genau so. Aber der am Fenster, Alter. hier. Ja, was das? Ja, Bod. Oh, ja. sag mal neukinni was soll es neu starten oder lex ständig schlimmer werden das liegt einfach an der verbindung oder mein pc einfach nur klienten dein pc stimmt sowieso irgendwas nicht du das auch nur auf 30 fps spielst ja das sagen alle aber keiner findet den fehler neue aufsetzen habe ich schon kann man dagegen hauen das habe ich gelernt ist nicht so gut ich würde zu gerne mal da ins bios reingucken zu gerne irgendwas ist da falsch der cosmon hatte da irgendwas eingestellt aber ich weiß nicht danach lief es schlecht da habe ich gesagt cosmon muss wieder zurück du hattest einen rahmenriegel ne ich mein ja oder war das tapsi die einen hatte ne ich hab auch einen hast du einen stopp oder guck doch einfach ich hab dir doch ein bild geschickt ja schön dass wir noch jung waren genau oh gott das soll ich wiederfinden viele bilder tauschen wir jetzt auch sind über 100 ja was gott ein ach ach gott was gott geschrieben kini hat ein so sag ich doch ich hab noch das war sowieso nicht gerade nicht mit mir wie in white doch da ähm ja versuchen wir mal ob ich wieder einladen kann hätte ich auch mal einer von den anderen machen können hier ne nö ich hab gerade noch aufgebraucht moment ist bei mir nicht online ja moment verbindet noch titeln boobs im hintergrund was wow ja aber das ist voll überlegt ne ja alles klar susi.live krass sie hat noch voll die narben unter den löpsen von der op das ist so widerlich aber man es übertreibt schon auf eine schöne größe machen hast du grundsätzlich diese heißen haben das ist doch auch doof ja die gehen ja weg aha jetzt kommt auch der invite verblassen doch da ist nur noch an gummi rum und dann hast du da noch so ne so ne so ne so ne euren narben das ist doch scheiße ne ja wie gesagt die verblassen ja aber da machst du dich halt auch oberkörper frei oder in so nem studio ja finde ich mal der mensch für natur was ich halt voll unschön finde ist umso größer du die machst ne umso weiter stehen die halt auseinander und das sieht irgendwie voll unschön aus wenn du kein ausschnitt also kein ne weiß wie ich mein das ist allgemein nicht schön wenn die so abstehen so auseinander das finde ich voll hässlich also die sollten schon so ein bisschen totaler schwachsinn sorry ich hab keine lust an gummi rum zu rummeln ich bin nicht plattig oh du bösewicht das ist doch wahr da sind die gummi möpsel da ach ne muss nicht sein ich hab eh mal eins gekriegt ne 4 prozent wer ist denn das bei dir überhaupt einmal 16 gigabyte oder was äh 8 glaub ich sogar nur 1x8 ja dda3 oder dda4 3 dda1 das gibt's nicht mehr ja natürlich gibt es noch echt ach quatsch tisch tut das wohl noch aber Systeme sind mittlerweile sehr mangelware ja das zum beispiel wäre jetzt auch so ne map für twitch gewesen zu spät to late to late apologize Puh, die sind nicht unten. Na, Gott sei Dank. Sonst hätte der Schnitz uns noch was vorhalten können. Das sind die mit Turmite ankommen. So mal. Oh. Ich hab gedacht, auffällig ist am unauffälligsten. Ich steck. Wow. Amos dann? Kommt mal rein. Achtung, Achtung, Achtung. Das ist das Witzig. Was sind denn das hier? Ah, ach. Warum treffe ich denn nicht? Diese Waffe. Ich hab gedrückt, ich hab gedrückt! Ohne Scheiß! Warum? Warum schießt der nicht? Der Scheiß-Server. Hey, Jan, gute Nacht. Wo ist Jan? Ich glaub, das war jetzt Wagequid. Ach, war der doch grad noch da? Ja. Jan. Krieg es. Okay, Capitao ist nicht so meins. Auf Distanz, wumm, Waffe weg. So nen Müll muss ich mir nicht... Okay. Ja, hat er recht. Oh, das ist richtig. Fick Schnitzel. 5-0. Report ist raus, weil wegen Frech... Frechheit. Mal wegen Vollidiot. Carried. Singleplayer Games... Oh nooo! ... 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 Wie der einfach mal so zwei Sekunden später wirft. Full-Live machen auch. Wie er weiß, dass ich hier liege. Ach was, ich hab doch die Fracks gehört. Blitz hat nur Full-Live. Da, der hat Fracks bekommen. Hat's genau gehört. Blitz war oben in der Lobby. Oh, Blitz ist On-Spot. Blitz war der Bombe. Schön. Geil. Gib ihm. Sehen die leider eh nicht. Mach gleich, wenn du durch bist, T-Bang. Jetzt. Geil. 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 Ich hatte die Hoffnung, wir gewinnen das jetzt mal eben schnell und nun ist gut, weißt du? Wenn nicht sogar schon wieder halb drei ist. Oh, noch ein Alpha-Puck. Ist offen, wenn ich einen Alpha-Puck hab. Morgen kriegst du dann in jeder Runde wahrscheinlich eins oder so. Wollt doch schon wieder. Ja, die kommen gleich wieder raus. Gib'n. Gegen aus der Letzte. Wir werden gleich wieder raus bitchen. Natürlich. Wir werden aber glaube ich nicht da jetzt fahren. Guck'n dir an, Alter. Guck'n dir an. Die bitchen überall raus. Make your way to its location and defuse it. Boah, krass. Ja, genau. Ich treff' ihn nicht, aber er mich. Fick dich, Junge. Fick dich. Wo ist hier? Wo denn? Oben. Nein, ach Gott. Ach, was für Pecksel. Flat veraimt, ey. Zwei. Was? What the? What the fuck? Natürlich. Ab 4. Ab 4. Eliminate it all friendly. Ab 4. Das wird halt nur raus gerannt, Alter. Nein, ich liebe diese Maps. Deswegen spiel' ich die auch eigentlich schon gar nicht mehr, weil es ist jedes Mal, ob's Flugzeug ist oder hier ist, ey. Ja, das ist wohl wahr. Aber Herford wird umgebaut. Das hab' ich noch nicht ganz verstanden. Not survival. Los. Ahoff. Weibουν, wo hast du mich schon gesagt, warsch? Bis zum nächsten Mal. mijn Protect the bombs Why do it yourself with a robot? Off board has located a bomb, plan your defense We're on the east, I'll help you Device from, keep an eye on the door 10 seconds 5 seconds Off board has located a bomb, be ready for hostile action 10 seconds EVD primed We're down the hole Device primed, keep an eye on the door Motorway trap, say clear of blast. oh es ist schon altos sie ist durch die Wand Der Typ hat doch 100 Overs an, der ein neues Mörf. Ja, hat er auch. Und von der Haupteingang zu hoch? Ja, der schießt daneben. Die holt, die hielt sich nicht, also die hebt sich selber nicht auf. Die hat nur 5 Life, die hat sich selber aufgehoben. Sofie. Die droppt gleich. Splenting, oben. Billiard. Ja, ja, genau. Hier auch. Mission Failed. All Friendlies have been neutralized. Was ist mit meiner Mutter? Muss ich sagen. Der kommt zu meinem Haus. Soll er machen. Ah, tatsächlich. Wirklich. Das sind einfach nur so. Ach. No comment. Weil so Maps auch sofort wieder lieben. Bei sowas möchtest du zu denen hinfahren? Mal klein marschieren. Und ich die Fresse auf. Ohne Stadt? Ja. Ich mach's grad mit Absicht. Was denn? Was denn? Dass die weg sind. So, weißt du. Ach so. Ah, okay. Okay. Aber glaub ich noch ein bisschen warten, oder? Wir werden's sehen, wenn sie gleich wieder da sind. Gehen wir halt raus. Fertig. Ja, ja. Oh. Und? Äh. Ne? Gut. Dann ist gut. Aber ich hab irgendwie so das Gefühl, dass man gewinnen würde, dass heute nicht mehr viel. Wenn's nicht? Oh, ich irgendwie... Bei mir ist die Luft raus, auf jeden Fall. Merk das nicht, Wohle. Ah, ist aber so. Ich merk das schon langsam, wie ich so... Äh. Du weißt, wo jede Runde eigentlich nur so ne Qual ist, irgendwie so. Dann kommt er mit Kessel an. Ja. Ich geh erst mal pissen. Aber ey, mach keinen Scheiß. Und pass auf dich auf, draußen ist, äh, wild. Blöde Kuh. Vergesst die Fackel nicht. Nicht, dass du's noch verläufst. Rückweg, oder so. Oder unser Nyandertaler. Ah. Und noch in der Höhle. Ah. 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 Ich geh einfach schnell zurück Sollst du das mal killen? Nee, wegen den Droppern Weil Ole macht eigentlich auch immer Dropper Oh, verpiss dich Twitch Ella, Ella, hier, on ping Dropper Oh, oh, okay Uh-huh, okay Ich hab schon wieder lags Also es liegt echt, ähm An mir, glaub ich Hat jemand was anderes gebraucht? Hä? Wie der einfach alles aufmacht Why? What are you doing? He's open, no Very nice Ja, very nice Okay Äh, was er schon in der Garage ist, ist bekannt, oder? Ja, okay Wow Hinter dir Schnitzel Hinter dir Schnitzel Was? Oh Ja, er wurde aufgemacht Ey, Ella, ne? You are fail Was war los? Ja, die hat alle Dropper aufgemacht Hm Ja Man sieht's Man sieht's Man sieht's Warte, was läuft denn bei der Schiene? Die sind unten und die sitzt Open Area Oh, gut Nee, zumal hat die ja auch hinten alle Dropper aufgemacht Alle Was ist die denn für einen? 153 Ja Ich meine, das von einem Dropper zu dem anderen Dropper nach ganz unten ist ja noch ganz okay, aber dass sie alle anderen Dropper aufgemacht hat Ja Ja Reaktion Sinn, also ein Kill, dass wir das Team killen Was ist mit Penis? Was ist mit Penis? We need to locate a bomb We need to locate a bomb Er hat Penis Was ist mit Penis? Nein, Kenifoi Wie gesagt Was denn? Wir sind oben Die die einfach nicht alle scannt, ich verstehe es nicht Frechheit Die Schwierungen sind Hagen Die fliegel sind Die fliegel sind Es gibt habe ich ich wollte eigentlich durchpushen aber die ist auf dem flur unter der skylander unspott was Was?! Alter, diese... Alter, diese... Aha. 6-0? Was geht? So, jetzt raste ich aus hier. Was Sinnvolles. Welcher war denn unser... ...Ella eben? Ist das der, der raus ist? Ja? Ja. Weil sonst hätte ich nämlich den Puls gleich mal nicht auf ihn geschossen. Ah, nein, der war doch nicht. Okay. Hat der nochmal Schwen gehabt, dass du das sagst, ne? Und du hättest ihn eh nicht geschossen. Hm, doch. Hättest du? Hm, doch. Ich wär hinterher gelaufen, hätt was er gemacht. Und hätte er das wieder gemacht, dann hätt ich dann noch ihn geschossen. Ich glaub ich dir nicht. Doch. Ich glaub ich dir nicht. Oh, wie hab ich die denn gekriegt? Ne, ja. Ich hab mich schon wieder herausgeholt. Und dann noch weiter. Weil das sehr gut gemacht ist. Vom Süden komm ich Äh Rot-Ost Rot-Ost Ach scheiße Dort Oben Skyline oder was? Vor der Tür noch Wo liegst denn du? Auf dich Dankeschön Boah Alter Das tut mir leid Oh In einem Esszimmer Bahner Hier ist schon wieder ein Dropper offen Ich kann wieder rauf Darn 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 Ach komm Wo? Ist es auf ihrem Büro Unten Hinter uns Was? Wo? Darn Skyline Oben Ne unten Direkt vorm Spot Da kommt der Elite Vango Da kommt der Elite Vango Da Ja Beim Esszimmer Ja Open Area Oho nice Schnitzel Ah so da war ihr Hibana Loch Ihr eigenes Verhängnis ne Ja Ja Wow Wow Dern Oh Alter Streck Joffe Ja Banauna Schallust Ach ja Ist äh ne He Ich würde halt gerne wenn ich das im auf mein Facebook und Instagram poste mit dem Opening Ja Du hättest dann schon gerne die 100 voll ich weiß Genau ein Bild Mein Bild Mein Bild Schatz Äh Äh Lick Und wie viel kostet denn eins 4.500 What? Boah die sind ja äh Was geht mit denen die sind ja echt Alter eins Wie hast du das fast 200 Teufel Ist ihm gierig Der Dron hat eine Bombe gefunden Ach Jäger Wer hat das Gras weggemauscht? Der Jäger Haben die denn Der Jäger Was denn Aus Kann ichs gesagt? Aus Der Jäger 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 Wenn du ich mach die äh Lobbycam wenn du willst dann Ja So Ich glaube die Chemie ist weg Alter! Das ist ein Drecksack! Ja, zu dir und der Drecksack ist nur rum Sehr easy Das ist halt so, wie die Leute dann immer auf die Distanz drinnen. Ach komm, wo? Hinten rum? Ne, hinten. Hinter mir jetzt. Ach, was stimmt nicht mit den Menschen jetzt aktuell? Die gehen mir gut auf den Sack heutigen Inzuchtkinder. Sorry. Sorry dafür, aber ich kann das echt leiden, wie Bauchweh, wenn die da am Ausbietchen sind. Hat das können? Oh, wir rennen rum. Ja, Dennis, ich glaub, das war's auch. Kein Bock mehr, echt. Beide mal so Kacklappen jetzt gehabt. Genau zu voll. Ich kauf mir jetzt das letzte Alpha-Pack. Das musst du doch nicht auch noch sagen, Mensch. Ach so. Ja, ich hab 100 voll. Lass ich das nicht sagen? Nein. Okay, ich hab's mir erspielt. Der Alpha-Pack. Ja. Ist echt so. Du triffst es voll auf den Kopf. Ist eine harze Liebe. Schnitzel ist auch schon raus. Oh, Ole auch? Alle raus? Ja. Du hast doch gesagt, ist Schluss jetzt, oder nicht? Ja, aber dass sich schon so schnell alle abhaut, das ist krass. Soll ich noch mit dir in der Lobby bleiben? Ja. Nein. Und wie Sie sehen? Gar nichts. Sie haben bestimmt 10 Stunden gespielt. Wie lange bist du jetzt online, Kenny? Ähm, 7 Stunden. Dann sind das schon mal definitiv 7 Stunden wieder mehr, aber ich bin immer noch bei 800 5 Stunden. Ähm, Dennis, ich mach morgen gegen 22 Uhr mach ich das Opening. Wenn du Bock drauf hast, schau einfach vorbei. So, dann werd ich den Wango hosten. Solltet ihr mittlerweile schon alle kennen. Bango. Warum. Bango. 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 travaille. Bango.些bezeichen. Ne, Slash war das, ne? Brain. Bango. Bago. Bango. 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 page. So. Für alle noch mal. Ich mach morgen gegen 22 Uhr mach ich Opening. Bango.ithep Kunst��� ähm, genau, ähm, schlafen sie aber, Foxy, ich hab dich schon noch zu voll vor dem Gelb, Hassliebe und so, weißt ja. Äh, ja, dankeschön, dass ihr halt da wart, und bis morgen. Ciao. Dann... Dann, Teamspeak bleib ich noch, Gott. Ja, Schnitzel, dann. Bis morgen, oder so. Ja, nice. Tschüss, Leute. Ciao, ciao. Ciao.